die volkssagen von pommern und rügen von jodokus temme diese librivox aufnahme ist in der public domain der leichensee nicht weit von dem dorf rezin welches ungefähr anderthalb meilen von penkun liegt findet man einen hohen langen berg und unterhalb desselben einen see welcher der leichensee genannt wird auf dem berge der jetzt mit buschwerk bewachsen ist hat in früheren zeiten ein raubschloss gestanden von welchem man noch hin und wieder mauerwerk im gebüsch auffindet der ganze berg heißt deshalb auch der burgwall die räuber die in diesem raubschloss gehauset haben die leichen der von ihnen erschlagenen in den see geworfen woher dieser auch den namen erhalten haben soll die ermordeten und die mörder sollen noch jetzt in mancher nacht um den see herum gehen und es wagt sich in der dunkelheit niemand gern in die gegend eine andere sage erzählt hierüber ausführlicher folgendes der leichensee liegt gerade in der mitte von den stellen auf denen früher zwei burgen gelegen haben und wo noch jetzt die beiden dörfer löckenitz und ramin sind diese beiden burgen gehörten einem wüsten raubritter namens hans von ramin der rando fluss der durch den see fließt war damals noch schiffbar es trug sich daher häufig zu dass schiffe durch den see kamen diesen passte nun der ritter mit seinem raubgesindel von beiden burgen aus auf und er hatte eine sinnreiche vorrichtung gemacht wie er sie fangen könnte er hatte nämlich quer über den see zwei ketten ziehen lassen die ungefähr fünfzig schritte voneinander entfernt lagen und zwei zoll über dem wasser ganz stramm angezogen waren wenn er nun ein schiff von weitem ankommen sah dann versteckte er sich mit seinen leuten in dem rohr und schilfe am ufer des sees und ließ die vordere kette schlaff so dass sie unter das wasser ging so wie aber das schiff darüber weg war zog er sie wieder straff an und wie nun das schiff zwischen den beiden ketten fest saß und nicht ein noch aus konnte fiel er mit seinem raubgesindel darüber her er schlug die mannschaft und nahm alles gut für sich die leichen wurden in den see geworfen nach der seite des langen berges hin oft traf es sich dass die räuber auf dem schiff eine größere mannschaft fanden als sie erwartet hatten dann läuteten sie eilig eine große glocke die sie eigens zu diesem zwecke am ufer aufgehangen hatten worauf ihnen von den beiden burgen hülfe kam diese glocke ist nach dem tode des ritters in den see gestürzt darin ist sie noch und am johannistage kann man sie des mittags um zwölf uhr darin läuten hören sage 161 die räuberhöhle bei schmölle bei dem dorfe schmölle nicht weit von jenem leichen see findet man eine große höhle noch jetzt die räuberhöhle geheißen diese ist der schlupffinkel des hans von ramin und seiner genossen gewesen woran sie alle ihre graubten schätze gebracht hans von ramin hatte einen bruder der in schmölle wohnte und der ebenso gottlos war wie jener der hatte einstmals ein adliges fräulein der gegend geraubt mit welcher er in diese höhle flüchtete hier wollte er sie zwingen ihm zu willen zu sein wie die jungfrau sich aber hartnäckig zur wehre setzte ließ er ihr den kopf abschlagen der geist dieses fräuleins ist nachher noch lange um die räuberhöhle herumgegangen zuletzt hat sie vor noch nicht gar zu vielen jahren ein schäfer gesehen dieser weitete in der gegend seine herde als er auf einmal einer ganz schwarz gekleideten jungfrau ansichtig wurde die am eingange der höhle stand und ihm winkte zu ihr zu kommen anfangs graute sich der schäfer am ende nahm er sich aber ein herz und ging zu ihr und folgte ihr in die höhle hinein hier fand er viele und große haufen von schätzen und die jungfrau sagte ihm dass er davon nehmen könne so viel er möge dass er auch alle tage aber nur um dieselbe stunde wieder kommen könne darauf erschwand sie der schäfer tat wie sie ihm geheißen hatte und er ist ein reicher mann geworden die jungfrau hat man aber seitdem nicht wieder gesehen nur am johannistage soll man in der höhle noch schwache klagelaute hören sage 162 das versunkene schluss bei platte wenn man von platte nach danzig geht so sieht man nicht weit von der ersteren stadt linke hand am wege einen hügel der mit strauchwerk bewachsen und mit großen steinen bedeckt ist hier soll ein schluss versunken sein auf dem früher grausamen ritter ihr wesen getrieben haben man hat davon noch jetzt einen beweis in der nähe des schlosses hat nämlich noch ein anderes schloss gelegen die herren der beiden schlösser haben miteinander in krieg gelebt und der in dem versunkenen schloss hat die tochter des anderen geraubt und sie einmauern lassen dieses fräulein sieht man nur noch jede nacht auf jenem hügel sie ist ganz weiß gekleidet und hat ihre haare lang herunterhängen so geht sie weinen zwischen den steinen umher vor mehreren jahren hat hier auch einmal ein tagelöhner einen pferdefuß mit einem goldenen hufeisen gefunden der mann ist aber von dem augenblicke an wie von einem bösen geiste besessen gewesen und bald darauf jämmerlich gestorben sage 163 das versunkene dorf im madürsee an dem madürsee lag vor zeiten ein dorf in welchem viele räuber und andere gottlose menschen wohnten besonders hatten sie es auf die mönche des benachbarten klosters abgesehen und sie plünderten diese aus so oft die brüder mit ihren eingesammelten gaben heimkehrten einst am sankt johannistage kam auch ein mönch mit vielen gaben die ihm die frommen leute der umgegend geschenkt hatten an dem see vorbei um in sein kloster zurückzukehren die räuber hatten ihn gewahrt und auf einmal fiel ein großer haufe von ihnen über ihn her nahm ihm alles und schlug ihn blutig ohne auf sein bitten und wehklagen zu hören da verfluchte der mönch sie auf ewige zeiten augenblicklich erhob sich ein schrecklicher sturm und unwetter die wellen im madürsee stiegen in die höhe wie schreckliche gespenster und trangen auf das dorf ein und verschlangen es also dass es mit mann und maus in dem grunde des sees vergraben wurde dort unten liegen die räuber nun und haben nimmer ruhe denn der mönch hat sie auf ewige zeiten verflucht am johannistage kann man noch alle jahre die glocken des dorfes unten im see läuten hören es darf alsdann kein schiffer sich auf den see wagen denn das wasser verschlingt an diesem tage alles was sich ihm nahet sage 164 die alte stadt bei werben in der gegend wo jetzt das städtland werben an dem madürsee liegt hat vor alten zeiten eine große und schöne stadt gestanden in derselben haben lauter reiche leute gewohnt die haben keine andere kleider getragen als von samt und seite und sind nicht anders gefahren als in kutschen mit sechs pferden bespannt es war auch eine prinzessin darin die wußte vor allem ihrem reichtum nicht was sie tun sollte zum abendbrot aß sie nur das gegröße von heringen so daß sie dazu jeden abend ganze tonnen voll heringe verbrauchte nun geschah es aber daß eine teure zeit ins land kam und die anderen leute zuletzt gar nichts mehr zu beißen und zu brechen hatten da ging die bürger zu der reichen prinzessin an die noch keine not gekommen war und fielen vor ihr auf die knie und baten sie mit gerungenen händen um brot die prinzessin aber hatte ein hartes herz und sie tat daher als hörte sie die leute nicht und wie diese gar nicht wieder gehen wollten da ließ sie zuletzt ihren hunde jungen kommen der musste mit der hunde peitsche die armen menschen vom hofe jagen diese riefen ihr wohl zu wie der liebe gott gegen solche hartherzigkeit ein einsehen tun werde aber sie machte sich nichts daraus und wie es wieder abend wurde so ließ sie sich wie sonst zwei tonnen heringe bringen von denen aß sie das gegröße und das fleisch ließ sie in die mati werfen weil sie es den armen leuten nicht gönnte dabei ging sie in ihrer verstocktheit so weit dass sie über nacht die straßen der stadt mit salz bestreuen ließ als wenn es die ganze nacht durch geschneit hätte darüber fuhr sie am anderen morgen in einem schlitten den sie mit dem feinsten weizen teig hatte beschmieren lassen und vor dem die pferde anstatt der schellen mit lauter semmeln behangen waren aber für solchen frevelmut kam die strafe denn es fuhr plötzlich vom himmel ein blitz herunter der schlug sie und ihre pferde tot und riß ein großes loch in die erde das die ganze stadt hinein sank und zugrunde ging seitdem ist der matizö darüber gegangen in diesem kann man auf sankt johannis mittag die glocken der versunkenen stadt noch läuten hören und wenn großer sturm ist so wirft die mati noch oft die menschenschädel und nägel und messer heraus und andere sachen welche die leute gebraucht haben sage 165 das pommersche sodom und gomorrah in der gegend wo jetzt die stadt gütsko liegt war früher eine stadt die sehr in sünden lebte so dass gott ihren untergang beschloss wie den von sodom und gomorrah es erbarmte ihn aber der einwohner und er schickte ihnen daher einen engel der sie von dem unglücke warnen und aus der stadt hinaus führen musste der engel gebot ihnen auch dabei dass sie sich nicht umsehen sollten wie nun aber die stadt mit schrecklichem geräusch in die erde versank da war eine frau die ihrer neugierde nicht wehren konnte eigentlich umsehen wie lotts weib wollte sie sich nicht sie bückte sich deshalb und sah zwischen den beinen zurück aber augenblicklich wurde sie in einen stein verwandelt und ebenso geschah es ihrem hunde der sich gleichfalls umgesehen hatte die beiden steine sieht man noch heutiges tages an dem größeren in den die frau verwandelt ist kann man noch deutlich die gestalt eines menschenkopfes erkennen nicht weit davon ist der see in den die stadt versunken ist die stadt hat mehrere türme gehabt die noch aufrecht im wasser stehen denn es begegnet den fischern oft da sie mit ihren netzen auf die turmspitzen geraten sage 166 der schwarze see bei grimmen die stadt grimmen hat früher an einer anderen stelle gestanden als jetzt nämlich da wo heutiges tages der sogenannte schwarze see ist die stadt ist alter versunken mit allem was darin war wann und wie dies geschehen ist weiß man nicht mehr denn es ist schon viele hundert jahre her aber dass es wahr ist beweise der schwarze see den man an ihrer stelle findet derselbe liegt ungefähr eine achtel meile von der jetzigen stadt grimmen links am wege nach grellenberg er ist länglich rund ungefähr 70 schritte lang wo er am längsten ist und 60 schritte breit wie tief er ist das weiß kein mensch denn er soll gar keinen grund haben er ist rund umher mit kleinen anhöhen und einem elsen busche umgeben der boden dieses busches ist so feucht und morastig dass man nur in ganz trockenen sommern bis an die ufer des sees gelangen kann das wasser in diesem ist ganz schwarz und bitter es verändert sich niemals der wind mag leise wehen oder auch noch so viel stürmen der see bleibt immer ruhig und es hat noch keiner gesehen dass das wasser darin sich auch nur ein einziges mal gekräuselt hätte das soll davon kommen dass der see wie die leute sagen auf der versunkenen stadt ruhrt es lebt auch kein fisch in diesem wasser und das kommt davon her dass eine geweihte kirche darunter versunken ist die glocken der kirche kann man noch oft hören sage 167 die versunkene stadt im grabo see in der gegend zwischen zellentin und der kumaroschen meierei im kreise demmin liegt ein see der grabo see genannt hier hat in früheren zeiten eine stadt namens grabo gestanden die einstmals durch eine erderschütterung zugrunde gegangen und dem see die entstehung und den namen gegeben hat die leute sagen dass man bei hellem wetter die türme der stadt noch auf dem grunde des wasser sehen könne nahe bei dem see sieht man noch die ruinen einer burg welche von den leuten der gegend das grabo schloss genannt werden ende von abschnitt 27 abschnitt 28 von die volkssagen von pommern und rügen von jodokus temme diese librivox aufnahme ist in der public domain sage 168 die versunkene stadt im scharpshofer see an der stelle des scharpshofer sees im kreise demmin und in der kumarower forst belegen hat früher eine stadt gestanden die darin versunken ist das nähere darüber weiß man nicht mehr aber bei klarem wetter kann man unten im see die stadt noch sehen man kann sogar noch einzelne straßen deutlich erkennen sage 169 die versunkene stadt im barmsee ungefähr eine viertel meile von falkenwalde liegt auf dem wege von aal graben nach stettin mitten in der forst ein see ungefähr 200 roten lang und 100 roten breit der barmsee genannt derselbe ist schon gleich an den ufern sehr tief und soll in der mitte unergründlich sein an seiner stelle hat früher eine stadt gestanden die durch eine schreckliche erderschütterung untergegangen ist am johannistage kann man die glocken der versunkenen stadt unten im see noch hören sage 170 die versunkene stadt regermünde da wo die rega in die see ausfließt hat vor zeiten eine zwar nicht große aber reiche handelsstadt namens regermünde gestanden welcher auch der jetzige treptowische hafen zugehört haben soll die leute dieser stadt sind wegen ihres reichtums so übermütig geworden dass sie zuletzt selbst gott den herrn verspottet haben dafür hat der zorn des himmels sie ereilt denn es ist plötzlich in einer nacht ein schrecklicher sturm gekommen der die ganze stadt in den grund des meeres gerissen hat sie ist so tief versunken dass man auch gar nichts mehr von ihr sehen kann und dass nur die sogenannten regermünder wiesen in der nähe von treptow an sie erinnern nur die kirchenglocken sollen gerettet sein und man sagt dass die glocken in der kirche zu robe von der versunkenen stadt seien sage 171 der nonnensee bei bergen nicht weit von der stadt bergen auf der insel rügen liegt ein see der ungefähr eine viertel meile groß ist und der nonnensee genannt wird den namen hat er daher erhalten dass vor zeiten auf seiner stelle ein nonnenkloster gestanden haben soll welches alter versunken und woraus der see entstanden ist am pfingsttage kann man tief unten im see die glocken des klosters noch läuten hören auch soll es des nachts nicht geheuer an seinen ufern sein und man sagt dass der see alle jahre sein opfer haben müsse der gollen auf usedom auf der insel usedom nicht weit von dem dorfe kaminka am haff liegt ein berg der gollen oder gollenberg geheißen der in ganz pommern wegen der schönen aussicht bekannt ist die man auf seiner spitze hat der ist auf folgende weise entstanden in alten zeiten lebte auf der insel usedom ein fürst der nur eine einzige tochter und viele schätze hatte er war sehr geizig und wollte daher um von den schätzen nichts zu missen bei seinen lebzeiten die prinzessin nicht verheiraten wies vielmehr alle freier zurück als er nun aber endlich starb da war die prinzessin schon in die jahre gekommen und ebenso hässlich geworden wie sie früher schön gewesen war deshalb wartete sie auch vergebens dass ich noch ein freier melden werde zuletzt erschien indes ein mächtiger zauberer der wollte sie freien aber weil er grund hässlich war so gab sie ihm einen korb darüber erkrimmte der zauberer und er verwandelte das schloss in welchem sie wohnte in einen berg und bande sie mit den schätzen auf ewige zeiten in denselben dabei sprach er die worte der berg der also entstanden war erhielt von da an den namen den er noch führt und die verwünschte prinzessin muss seitdem im innern desselben bei ihren schätzen sitzen und die hüten alle jahre auf den johannistag kommt sie heraus um zu sehen ob der stumme freier das reine sonntagskind sie noch nicht freien und erlösen will zuletzt hat man sie noch im jahre 1822 gesehen am johannistage solchen jahres spielten einige kinder aus dem benachbarten dorf am gollenberge als sie auf einmal von demselben herab kam und auf die kinder zuging die kinder liefen aber schreiend davon da sah man sie langsam und trauernd zurückkehren sage 173 die hühnengräber zu zu so auf dem buckenhagen gute zu so waren vor zeiten zwei große uralte hühnengräber im jahre 1594 hatten einstmals die greifswalder steine zu einem bau nötig und auf ihr bitten hatten die buckenhagen ihnen vergönnt die steine der beiden hühnengräber zu nehmen als nun die greifswalder steinmetze die großen steine zerschlugen da wurden sie neugierig was darunter in der erde vergraben liegen möge sie gruben deshalb danach und fanden unter dem einen grabe viele menschliche körper die waren noch ganz erhalten und ungeheuer groß sie maßen eilf bis 16 schuhe und lagen alle in einer reihe und so dass zwischen jedem ein krug stand der mit erde gefüllt war als sie so dann aber unter dem zweiten grabe dasselbe versuchen wollten da hörten sie plötzlich unter demselben in der erde ein großes getümmel als wenn getanzt und dazu mit schlüsseln gerasselt würde darüber erschraken sie so dass sie vom weiteren graben abstanden sage 174 das hühnen grab bei christo bei dem kirchdorfer christo eine meile von greifswald sieht man in einer hohen gegend am strande buco genannt ein großes hühnen grab welches noch vor 100 jahren eine länge von 50 schritten und eine breite von sechs bis acht schritten hatte es bildete damals ein längliches viereck und lief gegen westen hin schmal zusammen die über der erde einander gereihten steine lagen auf allen vier seiten in gerader linie in der mitte derselben fanden sich zwei gräben die fast rund liefen und sehr tief waren dieses hühnen grab ist jetzt ziemlich zerstört aber es ruhrt unter demselben noch ein ungeheurer schatz der wird in einer pfanne verwahrt und hat bisher noch nicht gehoben werden können vor mehreren jahren versuchten es einmal einige arbeitsleute ihn zu heben sie waren auch schon bis an die pfanne gekommen da erschien ihnen auf einmal der teufel wie er eine große hofscheune heranfuhr welche von vier mäusen gezogen wurde als das einer der arbeiter sah da rief er verwundert wo will diese dübel damit hinheben und so wie er die worte gesprochen hatte war es mit dem schatze vorbei denn einen schatz den der teufel verwahrt kann man nur heben wenn man kein wort dabei spricht sage 175 der lange berg bei backendorf auf dem wege von wendisch backendorf nach krimmen kommt man an einem langen berge vorbei den haben vor zeiten die hühnen errichtet die sich damals im lande aufhielten es war nämlich zu jener zeit das flüsschen trebel nur ein kleiner bach und den hühnen nicht groß genug sie haben ihn daher tiefer gemacht und von der ausgeworfenen erde ist der lange berg entstanden sage 176 der hühnenstein bei wuster husen bei dem dorfe wuster husen unweit des greifwalder bodens liegt ein großer hühnenstein von demselben erzählen sich die leute dass ein hühne ihn dorthin geworfen der damit den kirchturm zu wuster husen hatte einwerfen wollen die fünf finger des riesen sind noch in dem steine zu sehen sage 177 der riesenstein bei zarrentin eine halbe stunde vom dorfe zarrentin in der gegend von leutz liegt ein ungeheuer großer stein in welchem sich fünf runde vertiefungen finden man nennt ihn in der gegend den riesenstein von ihm erzählt man sich folgendes in früherer zeit als das christentum hier eingeführt wurde war das land von riesen bewohnt diese mussten vor dem christentum an den strand der ostsee zurückweichen darüber erkritten sie dann gegen die christlichen kirchen die sich überall im lande aufrichteten besonders hatten sie es auf den hohen kirchturm des dorfes sassen abgesehen und sie beschlossen ihn von der gegend von stralsund her welches fünfte halb meilen von sassen entfernt ist und wo sie sich damals aufhielten mit einem großen steiner einzuwerfen einen tüchtigen stein hatten sie bald damit aber auch der wurf nicht misslinge fütterten sie dazu eigens die drei stärksten unter ihnen eine ganze zeit lang den einen mit rindfleisch den anderen mit schweinefleisch und den dritten mit hammelfleisch dem der mit rindfleisch gefüttert war gelang der wurf er traf den turm dass er einstürzte und der stein flog doch noch viel weiter bis nahe vor zarrentin da wo er noch jetzt liegt der riese hatte den stein so gewaltsam angepackt dass seine fünf fingerspitzen sich tief darin abdrückten und das sind die fünf löcher die man noch sieht sage 178 der opferstein bei buschmühl an dem wege von demmin nach buschmühl liegt ein großer stein von dem man sich folgendes erzählt vor all das hat der teufel einmal in dieser gegend das regiment gehabt und man hat ihm alle jahre eine schöne und reine jungfrau auf diesem stein zum opfer bringen müssen die er dann mit sich genommen hat nachdem er zuvor mit ihr auf dem steine herum getanzt das hat lange zeit gedauert bis ihm zuletzt einstmals eine überaus fromme jungfrau geliefert wird wie zu der der teufel kommt um den reiten mit ihr zu beginnen da ruft sie in ihrer großen not laut gott um hülfe an und augenblicklich muss der teufel abziehen dabei hat er vor ingrim seine füße so tief in den stein eingedrückt dass die spuren davon nimmer wieder heraus verschwinden man sieht noch jetzt darin einen pferdefuß und einen menschenfuß denn der teufel hat einen fuß wie ein mensch den anderen aber wie ein pferd man sieht in dem steine auch noch die spur eines hühnerbeines wie die aber hinein gekommen ist weiß man nicht sage 179 der teufelsstein auf dem waterfelde auf dem waterfelde auf der insel usedom liegt ein ungeheuer großer stein in welchen die spur von einer hand eingedrückt ist man sagt dass denselben der teufel dahin geworfen habe als nämlich zu anfang des christentums in pommern eine christliche kirche zu pudalga auf usedom erbaut ist da hat der teufel sich vorgenommen dieselbe zu zerstören er hat deshalb diesen stein genommen und sich damit auf den baujo berg bei lasan gestellt von da hat er ihn nach pudalga hingeworfen allein gott der herr hat zu derselben zeit einen heftigen windstoß geschickt der hat den stein versetzt so dass er auf das waterfeld geflogen und da selbst niedergefallen ist der teufel hat bei solchem werfen den stein so hat angefasst dass seine hand sich darin abgedrückt hat so wie dies noch jetzt zu sehen ist sage 180 der hohe stein bei anklamm das anklammer stadtgebiet war in früheren zeiten bis an die peene mit einem hohen erdwall eingeschlossen in der einfahrt dieses walles nach uckermünde hin sieht man noch jetzt einen wartturm der gar keinen eingang hat und deshalb der hohe stein genannt wird an demselben passieren viele schauerliche geschichten unter anderem sagen die leute dass derjenige der am johannistage den hohen stein ersteigt oben auf demselben einen sack voll erbsen finde die sich aber beim herunter tragen in lauter goldstücke verwandeln ende von abschnitt 28 abschnitt 29 von die volkssagen von pommern und rügen von jodokus temme diese librivox aufnahme ist in der public domain sage 181 der riesenstein bei kleptow in der nähe des dorfes kleptow unweit passewalk liegt auf dem felder ein großer stein den die leute den riesenstein nennen und von dem sie sich folgendes erzählen vor alten zeiten haben in der nähe dieses steines zwei felsen gestanden in dem einen hat ein riese gewohnt in dem anderen haben eine menge kleiner berggeister ihr haus gehabt der riese und die zwerge lebten miteinander in streit und taten sich gegenseitig manchen schabernack an wo sie nur konnten zuletzt machten die zwerge unter dem felsen des riesen ein erdbeben wodurch sie den ganzen felsen in stücke zertrümmerten darüber geriet der riese in großen zorn und er lauerte auf eine gelegenheit wie er den kleinen berggeistern wieder schaden tun könne das traf sich bald denn kurz nachher feierten die zwerge in einem teile ihres felsens ein fest bei dem sie alle versammelt waren als nun der riese ihr singen und jubilieren hörte nahm er ein gutes stück von seinem zertrümmerten felsen und warf es nach dem felsen der zwerge so dass der teil in welchem diese ihr fest feierten davon zerschmettert wurde und eine ganze menge von ihnen im fallen erschlug unter den getöteten befand sich sogar ihr könig den sie nach einigen tagen mit großer trauermusik zu grabe trugen darauf schworen die zwerge dem riesen den tod und auch dazu kam bald die gelegenheit es wohnte nämlich in der gegend ein bauer der eine schöne tochter hatte in diese verliebte sich der riese und er begehrte sie von dem bauern zum weibe allein der bauer wollte sie dem ungeschlachten heiden nicht geben der riese raubte sie daher mit gewalt nun wandte sich der bauer an die berggeister und bat die um hülfe diese passten darauf eine gelegenheit ab als der riese einmal im felde seinen mittagsschlaf hielt jetzt nahmen sie ein großes stück von ihrem zerschlagenen felsen das wandten sie in die höhe gerade über dem schlafenden riesen und ließen es dann auf diesen hernieder fallen so dass er davon zerdrückt wurde und elendiglich darunter sterben musste dieses felsstück das von der zeit an liegen geblieben ist der riesenstein bei kleptow man kann darin noch die spuren von dem gesichte des riesen sehen welche sich bei dem herunterfallen darauf eingedrückt haben sage 182 der riesenstein bei rehagen bei der pachtung rehagen unweit daba liegt ein ungeheurer riesenstein von welchem man sich folgendes erzählt vor alten zeiten lebte zwischen stettin und passewalk ein großer und starker riese der zuletzt des lebens überdrüssig wurde er riss daher in der gegend wo jetzt die buchsche wassermühle geht einen großen stein von fünf fuß im durchmesser aus der erde und warf ihn soweit er konnte mit dem vorsatze dort zu sterben wo derselbe niederfallen werde dicht bei rehagen eine meile weit weg fiel der stein zur erde all da erstach sich der riese sein blut soll in gewaltigen bogen über 600 schritte weit gespritzt sein und einen ganzen acker rot gefärbt haben der davon noch jetzt der rote kamp heißt sage 183 der teufelsstein bei polschow unweit polschow im amte stettin liegt ein großer felsblock den die leute den teufelsstein nennen von demselben erzählt man sich mehrere sagen es soll nämlich am johannistage der teufel seinen mittagsschlaf darauf halten der stein wird dann so weich wie frischer käse denn man sieht ganz deutlich kopf schulter arm leib und fuß des teufels von der einen seite darin abgedrückt wenn der teufel ausgeschlafen hat so geht er in das angrenzende bruch welches davon der teufelsbruch heißt neben dem teufel steine liegen noch sieben andere kleine steine die sieben brüder steine genannt es soll nämlich in vorzeiten in dieser gegen sieben brüder regiert haben die haben auf dem großen steine dem teufel geopfert und auf diese kleinen steine wären des opfer sich niedergesetzt dicht dabei fließt ein bach welcher der sieben brüder bach genannt wird sage 184 der teufelsstein bei hohen kränig unweit der stadt schwendt in der feldmark von hohen kränig erhebt sich ein hügel der kobold bär genannt auf dem selben liegt ein großer stein der in einer höhe von fünf bis sechs fuß und einer breite von zwei bis drei fuß über der erde hervorragt aber noch weit tiefer in der selben liegt derselbe ist oben ganz flach und eben und es ist eine kegelplatte künstlich darin eingegraben von diesem steine erzählt man dass der teufel auf dem selben an jedem johannistage kegel schiebe man kann auch deutlich sehen wie das moos das des jahres über oben auf dem steine gewachsen war am tage nach johannis ganz rein heruntergefegt ist sage 185 der verwünschte schäfer in dem dorfe katzig eine halbe meile von naugat liegt ein großer stein mit vielen adern von dem die leute sagen dass er ein verwünschter schäfer sei es diente nämlich vor langen zeiten in dem dorfe ein schäfer der voraussagte dass er in einen stein würde verwandelt werden sein größter kummer dabei war dass er fern von den leuten einsam auf dem felde werde liegen bleiben müssen und er bat daher seinen herrn wenn er ihn einmal außerhalb des dorfes als stein finde ihn nicht liegen zu lassen sondern zu sich ins dorf zu nehmen er sagte dabei auch dass er nicht durch pferde sondern nur durch ein gespann von acht ochsen werde von der stelle zu ziehen sein nicht lange danach war die zeit des schäfers gekommen und er kehrte eines tages mit seiner herde nicht ins dorf zurück da gingen die bauern aus ihn zu suchen sie fanden aber nichts als einen großen stein mit vielen adern wie bei einem menschen der lag mitten im felde und die schafe hatten sich umher versammelt zuerst suchten sie ihn durch pferde vorzuschaffen es war aber nicht möglich ihn damit von der stelle zu ziehen als sie aber acht ochsen vorgespannt hatten konnten diese ihn ohne mühe in das dorf ziehen hier wurde er auf einem freien platze aufgestellt wo er noch liegt man sagt dass der schäfer noch einmal wieder in einem menschen werde verwandelt werden sage 186 der stein bei visko bei der kirche zu visko einem dorfe unweit greifen berg steht nahe am wege ein stein auf welchem sich ein kreuz und folgende inschrift befindet jakob wachholz gnade gott daneben ist ein büffelkopf eingehauen von diesem steine erzählt man sich folgendes vor zeiten lebte in dieser gegend das geschlecht derer von wachenholz die sehr reich waren und viele dörfer und höfe in der gegend besaßen auf diese güter hatte das kloster bellbock es schon längst abgesehen ohne dass es eine gelegenheit fand ihrer habhaft zu werden da trug es sich endlich zu dass just wachholz in dem dorf visko nicht weit von der kirche sich an einem dienstmanne des klosters verging der dort unbefugter weise ein stück wild erlegt hatte der ritter hatte zwar nicht ganz unrecht aber die mönche zu bellbock erhoben über seine gewalttat ein solches geschrei dass er in angst geriet und sein weltliches und ewiges heil von den mönchen loszukaufen begehrte das gelang ihm nur durch einen harten tausch den er mit dem kloster eingehen musste denn er musste an dieses abtreten seine güter wachholz hagen meyersberg herrenhof kreidenkrug hohen daresto küssin und schrubto welche alle sehr ansehnlich und einträglich waren wogegen das kloster ihm nur die geringen güter dargesloff schwed oberschlag jarcho und molstow entgegen gab zum andenken dieses ungleichen tausches nun sagen die leute wurde jener stein gesetzt und zwar auf der stelle wo das vergehen des jost wachholz gegen den dienstmann vorgefallen war der stein wurde von dem kloster solange dieses bestand stets sorgsam gehegt denn es soll bedingung des tausches gewesen sein dass er nur so lange gelten solle als der stein stehe der büffelkopf war darum auf denselben eingegraben weil die herren von wachholz einen solchen in ihrem wappen führten andere sagen an der stelle dieses steines sei ein herr von wachholz namens jakob von seinem eigenen knechte erschlagen als sie einstens von treptow zurückgekommen seien sage 187 die großen steine bei groß tischow und burzlaff auf dem felde bei groß tischow südöstlich von belgard sieht man einen ungeheuer großen stein der ebenso tief noch in der erde liegt als er über derselben zu sehen ist er ist aber noch neun fuß hoch oben ist er ganz platt und nach nordwesten steht er schräg in die höhe er ist so groß dass man 54 schritte machen muss wenn man rund um ihn herum gehen will und die fuhrleute sagen man könne mit einem wagen mit vier pferden oben auf seiner platte umwenden ein anderer großer stein hat früher bei dem dorfe burzlaff gelegen welches eine gute strecke von groß tischow entfernt ist von diesen beiden steinen erzählt man sich dass der teufel sie dahin geworfen habe das soll in folgender weise zugegangen sein zu groß tischow lebten einmal herren die mit dem teufel einen pakt machen und sich ihm verschreiben wollten sie hatten sich schon mit ihm eingelassen der teufel hatte ihnen viel geld und gut versprochen und hatte sie um richtige sache mit ihnen zu machen in einer nacht nach zacko drei viertel weges von groß tischow bestellt sie sollten ihn da auf einem großen steine treffen der dicht bei dem dorfe lag als aber die abgesprochene nacht heran kam da wurde den tischower herren die geschichte arg bedenklich und sie sahen ein welch eine große sünde sie gegen den lieben gott zu begehen vor hätten sie ließen daher den priester zu sich rufen und vertrauten ihm ihre not an und baden ihn dass er statt ihrer zu dem großen steine nach zacko gehen und dem teufel sagen möchte die sache sei ihnen wieder leid geworden der priester war ein frommer und kluger mann und er übernahm sich die sache er machte ein kreuz und bar den lebten gott dass der ihm beistehen möge und dann machte er sich in der bezeichneten nacht wohlgemut auf den weg zu dem steine all da traf er den teufel schon der auf die tischower herren wartete der geistliche hatte anfangs vorgehabt dem bösen geradezu die geschichte zu erzählen und ihn aus der gegend zu bannen aber wie er so ganz allein vor ihm stand so verging ihm doch sein mut und er sah ein dass es besser wäre zur list seines zuflucht zu nehmen er machte dem teufel daher allerlei finden vor woraus dieser nicht recht klug werden konnte damit hielt er ihn auf und die zeit verstrich bis auf einmal der hann in zacko anfing zu krähen da merkte der teufel dass er betrogen war und er warf voll zornes dem priester vor dass die herren von tischow ihn betrügen wollten der priester hatte aber jetzt mut bekommen und er sagte dem anderen geradezu dass die herren in sich gegangen wären und nichts mehr mit ihm zu tun haben wollten darauf sah sich der teufel wild um und er wurde ganz grimmig und toll und zuletzt nahm er den großen stein auf auf dem er gestanden und warf ihn hoch durch die luft um die herren in tischow damit tot zu schmeißen in seinem eifer war er aber ungeschickt und der stein fiel in zwei teile der eine kam bei dem dorfe purzlaff zur erde eine halbe meile weit von zacko das größere stück aber fiel eine viertel meile weiterhin dicht bei groß tischow der stein bei tischow liegt noch jetzt das stück das bei purzlaff niederfiel ist aber nachher von einem bauern genommen der sich eine scheunendiele davon gemacht hat das große loch worin der stein bei zacko gelegen ist da selbst noch jetzt zu sehen es heißt die fundelkohle einige leute erzählen die geschichte von den beiden steinen anders der teufel soll sich nämlich den großen stein bei zacko in einem sacker haben holen wollen weil der sack aber ein zu enges loch hatte dass der stein nicht hinein konnte so musste er diesen entzwei brechen dabei hielt er sich nun zu lange auf und der hahn fing gerade an zu krähen als er fertig war und den stein in dem sacker auf den nacken nahm da fing er an gewaltig zu laufen aber darüber riss der sack entzwei und er verlor das eine stück von dem steine bei butzlaff und das andere auf dem felde zu tücho man glaubt auch dass unter diesem steine der alte heidnische götze triglaff aus purem golde liegen soll die heiden sollen ihn zur zeit des bischofs otto von jolin dahin gebracht haben oder aber wie wieder andere behaupten soll ein edelmann aus triglaff wohin der götze zuerst gekommen war ihn dahin gebracht haben als derselbe nämlich einmal mit anderen edelleuten krieg führte hatte er den götzen mitgenommen und wie ihm die feinde nun hart aufs leib gingen soll er ihn unter dem großen steine bei tücho vergraben haben um ihn im streite nicht zu verlieren ende von abschnitt 29 abschnitt 30 von die volkssagen von pommern und rügen von judokus temme diese librivox aufnahme ist in der public domain sage 188 die steine bei pumlo auf der feldmark des dorfes pumlo unweit belgat liegen mehrere große steine in einem länglichen viereck in dessen mitte früher auch noch ein einzelner stein gelegen hat größer als die anderen vor wenigen jahren war dieser noch da seitdem ist er aber mit den meisten der herumstehenden von den leuten aus der gegend weg geholt von diesen steinen erzählt man sich dass einstens vor vielen jahren auf dem platze ein schweinehirt mitten zwischen seiner herde gestanden als ein priester mit dem heiligen abend male vorbeigezogen ist den hat der hirt verspottet und er ist zur strafe dafür samt seiner ganzen herde auf der stelle in jenen steinhaufen verwandelt sage 189 hühnengräber auf rügen man findet wohl nirgends so viele und so große hühnengräber als auf der insel rügen sie sind teils von ungeheuren steinen aufgebaut welche einen umfang haben dass menschen von gewöhnlichen kräften und wenn deren auch noch so viele sich zusammengetan hätten sie nicht hätten aufrichten können sie sind teils von bloßer erde aber dann so groß dass sie wie kleine berge aussehen man glaubt daher auch nicht dass sie von menschenhänden errichtet sind vielmehr wissen die leute auf rügen dass die großen riesen weiber von denen in der heidenzeit die ganze insel bewohnt gewesen ist sie aufgebaut haben auf solche weise sind namentlich entstanden der steinsatz bei mukran auf jasmund er liegt links von dem genannten dorfe am wege nach das hin und nach dem dorfe kramparts er liegt ganz genau von osten nach westen besteht aus vielen steinen und hat eine länge von 36 und eine breite von 12 schritten eine riesen hat hier ihre beiden kinder begraben die durch ihre sorglosigkeit in der see ertrunken waren deshalb stehen auch am westende des grabes zwei große ecksteine von denen der eine jetzt in der erde versunken ist der andere aber der auf der kante steht eine höhe von vier ellen misst der pfennigkasten in der stubnitz er liegt im walde eine gute viertelstunde vom schwarzen see er besteht aus mehreren großen im viereck zusammengefügten steinen um welche herum einige kleinere steine aufgerichtet sind die priester der göttin hertha haben hierher das opfergeld gebracht welches für die göttin eingenommen war daher ist auch der name entstanden die siegsteine bei kleinstresso dies sind mehrere steinkegel die gruppenweise in einer ebene am fuße der stressoer tannenhügel nach der seite von dummertewitz hin stehen hier haben in uralten zeiten die mönchguter und putpusser einen blutigen kampf gehabt die riesenweiber welche den siegern beigestanden haben zum andenken diese steine aufgerichtet auf welcher seite der sieg gewesen weiß man aber nicht mehr der opferstein bei qualtitz auf jasmund jenseits des gradbusch berges auf jasmund am fuße der gegenüberliegenden qualtitzer berge breitet sich ein tal aus in dessen mitte liegt ein einzelner grauer stein länglich rund am nordende zugespitzt und oben glatt abgeplattet derselbe ist vier ellen lang und beinahe zwei ellen hoch er hat den alten heiden zum opfersteine gedient man findet noch oben auf der platte eine quer laufende rinne und unter derselben zwei vertiefungen in dem steine von denen die leute sagen dass der opferpfaffe in dieselben die blutkrabben gesetzt habe sage 190 der duperwort an der südseite des fleckens sagat auf der rückschen halbinsel jasmund findet man ein ungeheuer großes altes riesengrab der duperwort geheißen es hat einen umkreis von 170 schritten und ist 16 ellen hoch oben ist es mit allerlei strauchwerk und mit dornen bewachsen in den büchern heißt es zwar unter diesem duperwort sei eine riesin begraben und ein anderes riesenweib habe ihr dieses grab errichtet indem sie erde und steine dazu ganz allein von der stubnitz über eine halbe meile weit her getragen habe allein die leute in sagat und ganz jasmund wissen es besser wie der duperwort entstanden ist es wohnte nämlich vor undenklichen zeiten auf jasmund ein mächtiges riesenweib unter deren botmäßigkeit die ganze halbinsel stand die hatte sich in einen fürsten von rügen verliebt und trug sich ihm zum gemahl an der rügensche fürst aber wollte nichts von ihr wissen und gab ihr einen korb darüber geriet die riesin in einen schrecklichen zorn und sie berief alle ihre kriegsleute zusammen um den fürsten zu zwingen dass er sie heirate oder sein ganzes land zu verwüsten weil sie nun aber befürchtete über die meerenge zwischen jasmund und rügen bei der lyzower fähre mit ihrem kriegsfolge nicht geschwind genug hinüber kommen zu können so beschloss sie dieselbe auszufüllen so dass sie einen breiten und bequemen Übergangsweg hätte zu dem ende ging sie zur stubnitz und lud all da ihre ungeheure schürze voll erde und steine wie sie damit aber bis in die gegend von sagat gekommen war da riss auf einmal ein loch in die schürze und aus demselben fielen so viel erde und steine heraus dass davon sofort der große hügel entstand da jetzt der duperwort heißt die riesin hatte sich dies unglück zwar noch nicht verdrießen lassen und war weiter gegangen bis zur lyzower fähre allein hier war ihre schürze ganz zerrissen und von dem herausgefallenen entstanden die hügel die man in der nähe der fähre sieht das sah sie dann doch für ein böses zeichen an und sie stand nun von ihrem vorhaben ab sage 191 die neun berge bei rambin etwa eine viertel meile von dem dorf rambin auf rügen an der feldscheide der dörfer roten kirchen und goethe mitz sieht man auf flachem felde neun kleine hügel wie hühnengräber die von den leuten die neun berge oder auch die neun berge bei rambin genannt werden über ihre entstehung erzählt man sich folgendes es lebte vor langer zeit auf rügen ein großer riese der oft auf dem festen lande pommern etwas zu tun hatte den verdroß es sehr dass rügen eine insel war und dass er immer durch das meer warten musste er beschloss daher zuletzt dem abzuhelfen und er ließ sich eine ungeheure schürze machen die band er um seine hüften und füllte sie mit erde um diese in den gellen zu werfen und so einen erddamm von der insel bis nach pommern hin aufzuführen wie er nun aber mit seiner tracht bis über roten kirchen gekommen war da riss plötzlich ein loch in die schürze und es fielen neun haufen erde heraus das sind die neun berge bei rambin auf gleiche weise sind auch die dreizehn kleineren berge entstanden die man bei gustow findet denn als der riese das erste loch wieder zugestopft hatte und nun bis gustow gekommen war riss ein neues loch hinein und es fielen nun die dreizehn kleinen berge heraus der riese bekam übrigens seinen damm nicht fertig denn er hatte zu wenig erde übrig behalten so dass zwar der prosnitzer hagen und die halbinsel tricke entstanden aber doch noch immer ein zwischenraum von wasser blieb den er nicht ausfüllen konnte darüber ärgerte er sich so dass er plötzlich vom schlage gerührt wurde und starb der riesenstein bei nadelitz bei dem dorfe nadelitz auf rügen an dem wege wenn man nach posewald fährt liegt ein ungeheurer stein der riesenstein geheißen der ist auf folgende weise entstanden zu der zeit als zu filmnitz eine halbe meile von putbus eine christliche kirche gebaut wurde lebte auf rügen ein großer riese manche sagen es sei derselbe der die neun berge bei rambin aus seiner schürze hat fallen lassen den weil er ein heide war verdross der bau der kirche er sagte aber lass die würmer nur den ameisenhaufen bauen ich werfe ihn doch nieder wenn er fertig ist als die kirche nun fertig wurde und auch der turm aufgeführt war so nahm er einen gewaltigen stein damit stellte er sich auf den putbusser tannenberg und warf ihn mit großer gewalt nach der neuen kirche aber er hatte in seiner bosheit zu erstrecklich hart geworfen so dass der stein wohl eine viertel meile weiter über die kirche wegflog auf die stelle hin wo er noch jetzt liegt sage 193 das hühnenkrab bei nobin südöstlich von dem dorfen nobin auf der rügenschen halbinsel witto findet man auf dem hohen ufer des meeres ein längliches viereck von großen hoch aufgerichteten steinen dasselbe ist von norden nach süden 44 schritte lang und am östlichen ende zehn schritte am südlichen aber noch etwas mehr breit auf der ostseite ist es von 18 auf der westseite von 22 großen steinen eingefasst auf der südseite stehen zwar nur zwei steine diese sind aber jeder sechs fuß hoch und stehen mit ihren flachen seiten einander zugekehrt in der mitte des vierecks liegen noch eine menge anderer steine die leute in der gegend nennen diesen steinhaufen das hühnenkrab sie sagen dass darunter ein vornehmer heide mit vielen schätzen begraben liege der teufel aber der diese schätze jetzt bewacht leidet es nicht dass man an sie herankommt man darf nicht einmal den acker in der nähe pflügen vor vielen jahren waren einmal ein paar leute zu nobin die sahen in einer nacht ein helles feuer in der mitte der steine brennen sie glaubten dass sie den schatz nur so heben könnten und fingen alsbald an zu graben aber sie starben plötzlich noch in derselben nacht der mägde sprung auf dem rugat auf dem rugat bei bergen sieht man einen stein in welchem ganz deutlich die spuren eines frauenfußes und eines schlages mit einer peitsche abgebildet sind diese spuren sind auf folgende weise entstanden auf dem rugat war einst ein junger der ein gar großer und frecher mädchenjäger war der traf einmal bei diesem steine eine jungfrau die er mit seinen falschen liebesschwüren bestürmte so dass sie sich seiner kaum erwehren konnte als die nun zuletzt gar keinen ausweg mehr sah ihm zu entkommen da sprang sie in ihrer angst von dem steine auf welchem sie stand hinunter in die tiefe des tales hinein worüber der junger so zornig wurde dass er mit seiner reitgärte auf den stein schlug da war es denn wunderbar nicht nur dass die jungfrau unversehrt unten im tale angekommen war sondern auch dass sich die spur ihres fußes und des peitschenschlages in dem steine abgedrückt hatte sage 195 die sieben steine reihen auf der prore die halbinsel jasmund hängt mit der insel rügen durch eine schmale land enge zusammen die prore genannt auf dieser sieht man nach dem proravikin sieben reihen steine sie liegen so hoch dass jetzt keine welle an sie heranreichen kann und doch sehen sie aus als wenn sie von der meeresbrandung geklettet wären man erzählt sich daß in ganz alten zeiten der wind einmal sieben jahre lang ununterbrochen aus nordosten gewährt und jedes jahr eine von diesen steinreihen angesetzt habe sage 196 der schatz im hause demmin unter den ruinen des hauses demmin liegen von alten zeiten her noch viele schätze vergraben sie liegen aber sehr tief so dass man in einer nacht nicht so viel graben kann um bis zu ihnen zu gelangen deshalb haben die leute die anfangs viel nach innen gruben zuletzt davon abstehen müssen denn wenn sie bis zur zwölften stunde der nacht gegraben hatten so stürzte auf einmal alles wieder zu und ihre ganze arbeit war vergebens doch glaubt man wenn der rechte mann käme so würde der die schätze wohl heben können bei denselben wacht übrigens ein ganz schwarzer hund einem knaben ist es einstmals geglückt von den schätzen etwas zu bekommen er hatte auf der ruine ball gespielt wobei ihm sein ball in eine öffnung des gemäuers gefallen war um ihn wieder zu holen stieg er nach und kam in ein großes dunkles gewölbe wo er eine halboffene tür sah durch welche licht schimmerte der knabe ging dem lichte nach und trat in einen ungeheuren saal der voll der reichsten schätze lag davon steckte er sich geschwind seine beiden taschen voll und ging zurück beim zurückkehren sah er jetzt wie an der türe ein großer schwarzer hund lag der hund schlief aber und er kam glücklich an ihm vorbei und wieder aus dem gewölbe heraus er lief mit seinen schätzen nach hause und erzählte wie er dazu gekommen er hatte aber eine stiefmutter die hart und geizig war die befahl ihm dass er zur ruine zurückkehren und sich noch einmal seine taschen voll holen solle das musste der arme knabe tun aber es hat ihn kein mensch aus der tiefe zurückkommend sehen ende von abschnitt 30 abschnitt 31 von die volkssagen von pommern und rügen von jotogus theme diese libriVox aufnahme ist in der public domain sage 197 der schatz in demmin in der stadt demmin liegt ein großes festes haus von welchem die eine seite nach der straße der schnelle lauf genannt die andere aber nach der kaltischen straße hingeht in diesem hause und zwar in einem stalle desselben ist von alten seiten her ein großer schatz vergraben den bisher noch kein mensch hat heben können vor ungefähr anderthalb hundert jahren wohnte ein apotheker in demselben welcher johann kalt treu hieß dem wäre es beinah gelungen den schatz zu erhalten er träumte in einer nacht von demselben und desselbigen tages kam eine alte fremde bauerfrau zu ihm welche ihm die stelle anzeigte wo er ihn finden werde sie gebot ihm aber dabei wie er während des grabens kein wort sprechen dürfe der apotheker machte sich in der folgenden nacht ans graben und weil er von der frau gehört hatte dass der schatz sehr tief liege so mussten seine frau und tochter ihm helfen denn vor sonnenaufgang mussten sie fertig sein es dauerte auch nicht lange so stießen sie auf einen großen kessel allein darüber freute die frau des apothekers welche hoch schwanger war sich also dass sie in ihrer unvorsichtigkeit anfing zu sprechen da war dann auf einmal alles vorbei und sie fanden in dem kessel nichts als tote kohlen der teufel hatte dadurch auch so viele macht über sie bekommen dass auf einmal das alte mauerwerk an dem sie gegraben hatten einstürzte und die arme frau nebst ihrer tochter davon bedeckt wurde so dass sie kaum mit dem leben davon kamen der apotheker treu hat seitdem nicht wieder nach dem schatze gegraben vor ungefähr 100 jahren kam aber auf einmal ein mönch aus italien an der hatte in der bibliothek des papstes im vatikan zu rom herausgefunden dass der schatz noch da sei und wie man ihn heben könne er wollte auch die leute in dem ihn darüber belehren aber der magistrat der ihn für einen betrüger hielt ließ ihn nicht zur ausführung kommen sage 198 der schatz bei galko auf der feldmarkt des hofes zu galko am greifswalder botten liegt ein großer schatz vergraben den vor undenklichen zeiten die bauern von galko dort verborgen haben bei welcher gelegenheit das geschehen ist weiß man ebenso wenig als gerade die stelle wo der schatz liegt er kommt aber zum vorschein wenn einmal ganz galko zugrunde gegangen ist sage 199 die kriegskasse bei hanshagen in der gegend des dorfes hanshagen unweit greifswald soll wie die leute sich schon seit mehreren hundert jahren erzählen eine kriegskasse von mehr als 80.000 talern vergraben stehen die stelle weiß man noch nicht denn der teufel bewacht sie und lässt keinen zu ihr sage 200 der schatz zu schwerinsburg nicht weit von anklam liegt das schloss schwerinsburg welches dem grafen von schwerin zugehört dicht bei diesem schlosse hat die alte burg derer von schwerin gelegen von der man noch jetzt die trümmer sieht in diesen trümmern wohnen viele böse geister man kann das am besten daran wissen dass es ganz unmöglich ist zur nachtzeit ein pferd in die gegend derselben zu bringen es sind aber auch viele schätze darin vergraben es lebte vor mehreren jahren auf dem schlosse schwerinsburg ein alter schäfer welchem dreimal nacheinander um mitternacht ein geist erschien der ihm befahl aufzustehen und mit ihm zu gehen der schäfer fürchtete sich aber und als er es seinem herrn erzählte meinte dieser er habe wohl nur geträumt nach einiger zeit erschien der geist indes wieder und nun ging der alte mann mit ihm der geist führte ihn zu den ruinen der alten schwerinsburg und zeigte ihm unter denselben einen großen schweren kasten den er ihm nach hause tragen half am anderen morgen ging der schäfer wieder zu seinem herrn und zeigte ihm an was geschehen war der herr ließ den kasten in das herrenhaus holen aber er war jetzt so schwer dass vier pferde ihn kaum ziehen konnten und als man ihn öffnete fanden sich allerlei goldene münzen und pokale und geräte von gold und silber darin die man noch auf der schwerinsburg zeigt sage 201 der schatz und der stiefel nicht weit vom dorfe schwochow steht am wege nach püritz ein birnbaum unter welchem ein großer schatz vergraben ist bei demselben wacht der teufel es steht aber auch ein großer feuriger stiefel dabei und wer es wagt diesen anzuziehen dem muss der teufel den schatz herausgeben sage 202 die klosterruine zu eldenahr von dem ehemaligen reichen kloster und der kirche zu eldenahr sieht man jetzt noch schöne ruinen die weit ins land und in die see hinein schauen unter der ruine sollen noch allerlei wunder in der erde verborgen sein insbesondere soll ein großes tiefes gemach da sein zu welchem ein finsterer gang führt den man aber jetzt nicht mehr kennt in dem gemache steht ein tisch auf dem ein schwarzer pudel liegt neben dem tische steht eine große schwarze kutsche diese wird von dem hunde bewacht was es sonst noch für eine bedeutung hiermit hat weiß man nicht es wird aber wie die leute sagen an den tag kommen wenn der schutz von der ruine einmal ganz weggeräumt ist und man dann den gang zu dem gemache wird wieder gefunden haben vor ungefähr 70 oder 80 jahren kamen einst zwei kapuziner aus rom nach eldenahr die fragten bei dem damaligen landreuter nach einer verborgenen tür welche in das alte gemäuer unter der ruine führen sollte der landreuter gab ihnen seinen knecht mit und weil die kapuziner genau die gegend anzugeben wussten wo die tür sein solle so fanden sie diese wirklich bald unter dem schutte den der knecht nach ihrer anweisung auf die seite schaffen musste so wie die kapuziner nun die tür berührten tat sich diese von selbst auf und die kapuziner mit dem knechte traten durch dieselbe unten in das gemäuer hier kamen sie in mehrere zimmer in den ersten war nichts zu sehen zuletzt kamen sie aber in eins in welchem viele leute am schreiben saßen von diesen wurden sie wohl aufgenommen und dann wieder entlassen nachdem die kapuziner viel heimliches mit ihnen gesprochen hatten als der knecht wieder an die oberwelt kam fand es sich dass er drei jahre fort gewesen war sage 203 die ruinen des klosters zu belbock da wo früher das mächtige und reiche kloster belbock gestanden hat sieht man jetzt nur noch einige arme tagelöhner häuser nur eine alte mauer sieht man noch von dem kloster sie soll von dem früheren speisesaal der mönche sein an dieser stelle sollen auch noch viele schätze in der erde verborgen liegen welche die mönche als das kloster eingegangen ist nicht haben mitnehmen können man erzählt sich dass er dem öfters mönche von dem kloster oliva gekommen sind die haben sich die ruinen des klosters genau zeigen lassen und dann gemessen und gerechnet als wenn sie die stelle herausrechnen wollten wo die schätze verborgen liegen sie sollen aber nicht zurechtgekommen sein einmal hat man auch in dem schutt einer alten mauer einen großen goldenen schlüssel gefunden der hat zu der tür gehört welche das schatzgewölbe verschlossen hält und man hätte diese damit öffnen können aber der den schlüssel gefunden hat ihn um einen geringen preis an einen juden in treptow verkauft und zum unglück auch nachher die stelle nicht mehr finden können wo er gelegen hatte so wird man wohl nicht mehr zu den großen schätzen des klosters gelangen können sage 204 der schatz bei plate in der stadt plate in hinter pommern hausete früher das geschlecht derer von osten oder von der osten die zu einer zeit viel unwesen trieben und große schätze erbeuteten man sieht noch jetzt zwei große hohe gebäude welche die ostenschen schlösser gewesen sind sie sind voneinander durch die rega getrennt die zwischen ihnen durchfließt aber ein unterirdischer gang der unter dem flusse hergeht verbindet sie wieder miteinander in diesem gange sollen auch die vielen schätze der familie verwahrt liegen es kann aber kein mensch daran kommen denn sie werden von vier großen schwarzen hunden bewacht die niemanden hinzulassen es wagt sich auch keiner in den gang hinein denn man braucht nur wenige schritte zu gehen so hört man schon das heulen der hunde sage 205 sagen von golno die stadt golno an der ina soll in alten zeiten eine überaus große stadt gewesen sein eine der größten städte in deutschland der damsche see soll bis an die tore der stadt gegangen sein und die leute wollen noch vor wenigen jahren auf dem sand meere nach der wiegseite hin große anker in der erde gefunden haben auf der anderen seite soll der stadtwald da gewesen sein wo jetzt ein großes moor ist der paben ort genannt welches beinahe eine halbe stunde von der jetzigen stadt entfernt ist der turm von golno ist damals so hoch gewesen dass er den schiffern auf der ostsee als leuchtturm gedient hat die stadt soll durch viele feuersbrünste bis auf den teil zerstört sein der jetzt von ihr übrig ist von dem ina fluss an welchem die stadt liegt erzählt man auch vielerlei wunderbares so sagt man dass die ina alle jahre ihr opfer haben müsse wenn das nun bald sein wird dann hört man auf ihr in den nächsten vorher ein lautes juchen und klatschen auch ein großer schatz soll in der ina liegen nämlich unterhalb der brücke er wird von einem großen schwarzen tiere bewacht von dem einige sagen es sei ein hund der aber wie manche versichern halb ein hund und halb ein kalb sein soll um zwölf uhr des nachts kann man ihn immer sehen er geht dann über die brücke auf die weg und am ufer entlang dann kehrt er zurück über die brücke und geht nun durch die straßen der stadt bis auf den markt auf dem markte kann man dann oft zu gleicher zeit einen großen leichenzug sehen wenn dieser vorüber ist geht auch der hund zu seinem schatze zurück sage 206 die drei ringe zu panzin eine meile von stargard nach osten hin liegt ein großes dorf mit einem alten und ansehnlichen schlosse panzin geheißen dasselbe gehörte früher dem johanniter orden wurde aber nachher ein borgisches lehn und ist jetzt im besitze der familie von puttkammer auf diesem schlosse lebte vor zeiten ein fräulein der erschien in einer nacht ein geist der ihr gebot aufzustehen und ihm in die kirche zu folgen anfangs scheute das fräulein sich auf sein drittes gebot gehorchte sie ihm aber wie sie nun in die kirche trat da sah sie am altare ein feuer brennen und der geist gebot ihr dass sie zu demselben hingehen und ihre schürze mit den glühenden kohlen füllen solle er ermahnte sie dabei dass sie beim weggehen sich nicht umsehen dürfe das fräulein tat zwar anfangs wie ihr geheißen war als sie aber zuletzt aus der kirche heraus ging da konnte sie nicht widerstehen sich noch einmal umzublicken allein auf einmal fielen alle kohlen auf die erde und verlöschten nur drei konnte sie geschwinde aufgreifen als sie mit diesen in das schloss zurück kam da waren es drei goldene ringe an diesen drei ringen hängt seitdem das glück und gedeihen der familie die das schloss besitzt darum werden sie mit großer sorgfalt verwahrt dennoch ist einer davon einmal verloren gegangen gleich darauf entstand im dorfe eine schreckliche feuersbrunst und das schloss bekam einen großen riss man schickte die beiden anderen darauf in ein kloster zuletzt hat man sie aber damit sie gar nicht verloren gehen könnten in dem schloss eingemauert man sagt der geist den das fräulein gesehen solle einer von den kleinen unterirdischen gewesen sein deren es in der wiese bei panzin zu vielen hunderten gibt andere meinen das fräulein habe gar keinen geist gesehen aber es habe ihr in drei nächsten nacheinander geträumt dass sie so tun solle wie sie nachher getan hat sie hätte auch nicht in die kirche gehen sollen sondern auf die wiese in welcher die unterirdischen wohnen wie sie nun wieder zurückgegangen da habe sie auf einmal einen ganzen haufen von diesen kleinen männlein gesehen darüber soll sie so erschrocken sein dass sie alle kohlen bis auf die drei entfallen sind ende von abschnitt 31 abschnitt 32 von die volkssagen von pommern und rügen von jodokus timme diese librivox aufnahme ist in der public domain sage 207 der schatz bei lanken nicht weit von dem kirchdorf lanken auf rügen dicht beim walde liegt ein schatz in der erde vergraben den der teufel bewacht und den noch keiner hat heben können in einer herbstnacht kamen einmal drei bauern aus einem benachbarten dorfe die in lanken zur hochzeit gewesen waren des weges geritten und sahen an der stelle ein feuer als wenn dort ein großer haufen kohlen am brennen wäre die bauern dachten gleich dass da der schatz liegen müsse sie hatten aber keinen mut näher heran zu reiten denn sie fürchteten dass der teufel der den schatz bewacht ihnen den hals umdrehen möchte nur einer von ihnen wagte es er ritt hin ohne ein wort zu sprechen sprang vom pferde ab und füllte sich alle seine taschen mit kohlen als er aber zu hause kam und nach sah was er mitgebracht habe da fand er nichts als tote mäuse in seinen taschen nun sagten ihm die leute zwar dass er vorher salz auf die brennenden kohlen streuen müsse und er ging wieder hin und tat das auch aber er brachte doch auch das mal nichts zu hause als nur schwarze holzkohlen es muss also eine ganz eigene bewandtnis mit dem heben dieses schatzes haben sage 208 die jungfrau im ziegenorder forst in dem ziegenorder forst zwischen stettin und uckermünde sah man in früheren zeiten oft eine weiße jungfrau sitzen die laut weinte und durch den wald klagte sie saß gewöhnlich an einem kleinen bache der dort unten im tale fließt sie war dorthin gebannt worden und konnte nicht anders erlöset werden als wenn jemand sie am sankt johannistage durch den bach trug sie hat viele viele jahre hierauf warten müssen und manchen johannistag hörte man ihr klagen und bitten um erlösung an die vorübergehenden durch den wald schallen alle die da vorüber gingen und sie sahen und hörten fürchteten sich vor dem zauber und wagten nicht heranzugehen sondern machten dass sie eilig von dannen kamen zuletzt an einem sankt johannistage war einstmals ein jäger an dem bache eingeschlafen wie der um mittag aufwacht da sieht er die jungfrau vor sich stehen sie hatte wunderschöne augen und sie weinte und klagte bitterlich über ihr großes elend und bat ihn dass er sie durch die furt tragen möge da wurde der jäger gerührt er fasste sich ein herz nahm sie auf seinen arm und trug sie eilend durch die wellen des kleinen baches und als er sie an der anderen seite auf das grüne ufer legt da war plötzlich der zauber gelöset und die jungfrau verschwunden aber an der stelle wo sie ihm erschienen war sah der jäger jetzt einen großen unermesslich reichen schatz liegen den die jungfrau hatte verwahren müssen den nahm er zu sich und er wurde für sein leben lang ein reicher mann man erzählt auch dass einige zeit vor ihrer erlösung durch den jäger an einem johannistage ein bauer mit einem futter holze bei ihr vorbeigekommen sei den hat die jungfrau freundlich angeredet mit den worten lot af din futter holt lot up en futter gold trag mi hier dör davon soll ogni schwere gone der bauer hat aber keine lust gehabt sondern ihr erwidert dat gold kann mi nich raken na kord mod igt verladen do helpt ken hoher mod wann kümmert de bittre dot darauf ist denn die jungfrau unter vielen weglagen verschwunden sage 209 prinzessin swanfitte bei der stadt garz auf rügen befindet sich ein see neben welchem früher ein schloss der heidnischen könige gestanden hat als dieses schloss vor vielen jahren von den christen genommen und zerstört ist hat darin ein alter heidenkönig gelebt der ist sehr reich gewesen und so geizig dass er immer bei seinen schätzen von gold und edelsteinen gelegen hat die er in einem großen saale tief unter dem schlosse aufgehäuft hatte darin wühlte er tag und nacht umher und als das schloss von den christen zerstört wurde da lag er auch darin verschüttet so dass er eines elenden hungertodes sterben mußte darauf weil seine seele von dem irdischen gute nicht scheiden konnte wurde er in einen schwarzen hund verwandelt der nun immerwährend die goldhaufen bewachen muß zuweilen sieht man ihn auch in seiner menschlichen gestalt mit helm und panzer angethan auf einem schimmel über die stadt und über den see reiten kann manchmal hat er dabei anstatt des helmes eine goldene krone auf andere haben ihn auch wohl in der nacht im garzer holze an dem wege nach posaritz gesehen wie er mit einer schwarzen pudelmütze auf dem kopfe und einem weißen stocke in der hand herum wandelt wie nun dieser alte heidenkönig erlöset werden kann das mag folgende geschichte erzählen viele jahre nachher begab es sich daß in bergen ein könig von rügen wohnte der eine schöne tochter hatte es waren viele geheißen zu der kamen viele fremde prinzen um sie zu freien sie wollte aber keinen von ihnen als den prinzen peter von dänemark der ein feiner und stattlicher mann war und ihr ausnehmend wohl gefiel der wurde also ihr verlobter bräutigam und es sollte bald die hochzeit sein hierüber ärgerte sich sehr ein polnischer prinz der auch zu ihren freiern gehörte und weil er von tückischem boshaften gemüte war so streute er glaubhaft unter die leute aus die prinzessin führe ein unsüchtiges leben und habe manche nacht bei ihm zugebracht das wusste er so glaublich zu machen dass alle ihm trauerten und so reisete nun ein freier nach dem anderen fort und auch der prinz von dänemark wollte nichts mehr von der verlobung wissen die geschichte kam zuletzt an den könig und er glaubte sie wie die anderen und geriet darüber so in zorn dass er die prinzessin schlug und ihr hart zerriss und sie in einen finstern turm einsperren ließ damit er sie nimmer wieder vor augen bekäme in dem turme saß die prinzessin wohl über drei jahre und sie krämte und mühte sich vergebens wie sie ihrem vater ihre unschuld beweisen solle da fiel ihr zuletzt die geschichte mit dem alten heidenkönige ein und wie dasselbe erlöset werden könne die soll nämlich geschehen können wenn eine reine jungfrau den mut hat in der johannisnacht zwischen zwölf und ein uhr nackt und einsam den schloßwall an dem gazasee zu ersteigen und darauf rückwärts so lange hin und her zu gehen bis sie gerade auf die stelle trifft unter der bei der zerstörung des schlosses die tür und die treppe zu der schatzkammer des alten königs verschüttet sind sie wird dann hinunter gleiten aber ohne schaden zu besorgen und nun kann sie so viel gold und edelsteine nehmen als sie tragen kann und damit bei sonnen aufgang wieder zurückgehen was sie nicht selbst tragen kann wird ihr der alte könig nachtragen also dass sie zeit lebens geld und gut genug haben wird sie darf sich aber die ganze zeit über kein einziges mal umsehen und sie darf kein einziges wort sprechen sonst gelingt es ihr nicht und sie kommt elendiglich um ebenso ergeht es ihr wenn sie keine keusche jungfrau ist dieses fiel der prinzessin swanfide in ihrem einsamen gefängnisse ein und sie gedachte das wagestück zu unternehmen um so ihrem vater und der ganzen welt zu beweisen dass sie rein und unschuldig sei und dass der schlechte pole sie belogen habe sie ließ daher ihr vorhaben dem könige anzeigen und bat ihn um erlaubnis dasselbe auszuführen das wurde ihr gestattet als nun einige zeit nachher die johannis nacht kam da ging die prinzessin allein von bergen nach garz und wie es vom garzer kirchturm mitternacht schlug so tat sie ihre kleider von sich und betrat den schlosswall auf dem sie nun rückwärts auf und abschritt mit einer johannisrute die sie mitgenommen hatte die erde berührend nicht lange war sie so geschritten da tat sich die erde auf und sie glitt sanft und langsam tief hinunter bis in einen großen saal in dem über tausend lichter brannten so dass es darin heller war als am klarsten mittage die wände des saals waren von marmor und diamanten spiegeln und der ganze saal voll großer haufen von silber gold und edelsteinen hinten in einer ecke saß der könig der alle diese schätze bewachte es war ein kleines graues männchen das ihr zuwinkte um ihr mut einzusprechen sie aber fürchtete sich nicht und begrüßte den könig nur leise mit der hand da erschienen auf einmal eine große menge herrlich gekleideter diener und dienerinnen die füllten alle ihre hände und kleider mit gold und edelsteinen und also tat auch die prinzessin und wie sie genug hatte da trat sie ihren rückweg an und alle die diener und dienerinnen folgten ihr wie sie so nun schon viele stufen hinauf gestiegen war so ward ihr auf einmal bange ob jene mit den schätzen ihr auch wohl folgen würden und sie wandte sich um nach ihnen zu sehen aber das war ihr großes unglück denn auf einmal verwandelte sich der alte könig in einen großen schwarzen hund der mit feurigem rachen und glühenden augen auf sie zusprang und wie sie nun weiter vor angst und entsetzen laut ausriff o herrje da schlug auf einmal die tür über ihr mit lautem knalle zu und die treppe versank und sie fiel in den großen saal hinein in dem die lichter plötzlich verlöschten darin sitzt sie nun schon viele hundert jahre lang und muss dem alten heidenkönige helfen seine schätze zu hüten sie kann nur erlöset werden wenn ein reiner junggesell es wagt in der johannisnacht auf dieselbe weise wie sie es tat auf den garzer schlosswald zu gehen und in die schatzkammer hinab zu fallen er muss sich dann dreimal vor ihr neigen und ihr einen kuss geben und sie still an der hand herausführen sprechen darf er dabei kein wort wer sie so herausbringt der wird ihr gemahl werden und so viel schätze erwerben dass er sich ein ganzes königreich kaufen kann es sollen schon viele dieses wagestück versucht haben aber es ist noch keiner zurückgekommen man sagt der alte schwarze hund sei so schrecklich dass alle die ihn sehen vor entsetzen laut schreien müssen und dann ist alles vorbei zuletzt soll noch vor 30 oder 40 jahren ein schuhmacher gesell hier verschwunden sein sage 210 die schwarze frau auf dem königsstuhl in rügen hat einst eine fürstin gelebt die viele schätze hatte sie fürchtete dass ihr diese geraubt werden möchten und sie ließ sie daher in dem kreidefelsen der stubbenkammer vergraben die gräber aber ließ sie darauf hinrichten damit sie nicht verraten sollten wo die schätze lägen dafür muss sie nun noch immer bei denselben in dem bergewache halten alle jahre am johannistage kommt sie aus dem innern des felsen hervor und setzt sich oben auf den königsstuhl dort dort wartet sie den ganzen tag ob keiner kommen will die schätze zu heben und sie zu erlösen auf welche weise dies geschehen kann weiß man nicht ende von abschnitt 32 abschnitt 33 von die volkssagen von pommern und rügen von jodogus temme diese librivox aufnahme ist in der public domain sage 211 die jungfrau am waschstein bei stubbenkammer dicht bei stubbenkammer auf rügen erhebt sich am strande des meeres der waschstein in einer höhle unter demselben hat vor zeiten der berüchtigte seeräuber störte bäcker seine niederlage gehabt dorthin zog er um von seinen räubereien auszuruhen mit seiner bande welche im lande den namen der vitalien brüder hatte dort verbarg er seine großen graubten schätze dieser zufluchtsort war allen seinen verfolgern unbekannt und er war deshalb in demselben sicher vor verfolgung in dieser höhle ist es noch jetzt nicht geheuer und man trifft allnächtlich um mitternacht einen seltsamen spuk darin insbesondere sieht man oft eine trauernde jungfrau daraus hervorkommen mit einem blutigen tuche in der hand mit demselben begibt sie sich an das wasser um die blutflecken heraus zu waschen aber dies will ihr nicht gelingen und sie geht dann seufzend in die dunkle höhle zurück von dieser jungfrau erzählt man dass sie ein vornehmes fräulein aus rieger gewesen ist die hat störte bäcker einmal auf einem raub zuge nach liefland gefangen und mit sich weggeführt gerade als sie ihrem bräutigam sollte angetraut werden der deutsche ordensmeister hat ihn zwar mit vielen schiffen verfolgt ihn aber nicht einholen können darauf hat störte bäcker sie in die höhle am waschstein gebracht und wie er wieder zu einem neuen zuge in see gegangen hat er sie darin samt an seinen geraubten schätzen eingeschlossen von diesem zuge ist er aber nicht wieder heim gekehrt denn es war im jahre 1402 und in diesem selbigen jahre wurde er mit 711 seiner spießgesellen von den hamburgern nach einem blutigen treffen eingefangen und nach hamburg gebracht wo sie sämtlich hingerichtet wurden die jungfrau musste darauf weil niemand sie befreien konnte in der höhle am waschstein einen schrecklichen tod sterben und sie hat noch immer bei den schätzen die sie bewacht keine ruhe finden können vor vielen jahren sah sie einmal ein fischer wie sie unten am waschstein stand und das blutige tuch vergebens in das meer eintauchte und vergebens die blutflecken heraus zu ringen suchte er fasste sich ein herz und ruderte näher zu ihr hin und redete sie an mit den worten gott helf schöne jungfrau was machst du so spät hier noch allein die jungfrau verschwand darauf aber der fischer war wie von einer zauberei befangen so dass er nicht von der stelle konnte und wie nun mit mitternacht kam da sah er die jungfrau wieder sie trat zwischen den kreidefelsen hervor auf ihn zu und sprach zu ihm weil du gott helft zu mir gesprochen so ist dein glück gemacht folge mir nach damit kehrte sie zwischen die felsen und erfolgte ihr in eine große weite höhle die er vorher noch nie gesehen darin lagen unermessliche haufen von silber gold edelsteinen und kostbarkeiten aller art wie der fischer die noch überschaute so hörte er auf einmal auf der see ruderschlag und als er sich danach umblickte da sah er ein großes schwarzes schiff nahen aus demselben stiegen an die tausend männer alle in dunkler alter tracht und alle das haupt unter dem arme tragend sie schritten still und ohne ein wort zu sprechen in die höhle hinein und fingen an in den geraubten schätzen zu wühlen und sie zu zählen das waren die geister des geköpften störte bäcker und seiner genossen sie kommen jede nacht so dahin und zählen ihren raub ob er noch vorhanden ist nachdem sie lange in dem golde herumgewühlt hatten verschwanden sie alle wieder und nun füllte die jungfrau dem fischer einen krug mit gold und edelsteinen dass er zeit lebens der reichtümer genug hatte darauf geleitete sie ihn zu seinem schiffe zurück und als er sich wieder nach ihr umsah war sie zusammen mit der höhle verschwunden oben auf dem waschstein kann man auch alle sieben jahre ein meerweibchen sehen die dann aus der see steigt um sich oben auf dem steine in der sonne zu waschen sage 212 die schwarze frau in der stuppenkammer in der stuppenkammer auf der insel rügen befindet sich eine große tiefe höhle die höhle der schwarzen frau genannt es führt zu derselben ein steiler und schmaler pfad der tief in die felsen hineingeht in dieser höhle sitzt eine schwarze frau sie sitzt da schon seit vielen hundert jahren und ist jetzt auf ewige zeiten dahin gebannt früher bewachte sie einen goldenen becher und damals hielt eine weiße taube oben auf dem felsen die wacht das ist aber jetzt anders denn einstens vor mehr als hundert jahren kam ein schiff aus dem meere daraus stiegen viele fremde und hohe männer die fragten wo die höhle der schwarzen frau sei und als man sie ihnen gezeigt hatte so begaben sie sich dahin mit einem missetäter den sie mit sich führten dieser war in seiner heimat zum tode verurteilt aber der könig hatte ihn begnadigt wenn er den becher holen werde den die schwarze frau bewachte die männer führten ihn bis auf den felsenpfad der zu der höhle geht dort lösten sie seine fesseln und nun musste er allein zur höhle gehen er fand sie offen die ganze höhle war voll heißer heller flammen so dass man es vor hitze nicht darin aushalten konnte mitten in diesem feuer saß unbeweglich die schwarze frau sie war ganz in schwarze kleider gehüllt und ein schwarzer schleier hing vor ihrem gesichte neben ihr lag von reinem golde der becher den sie hütete der missetäter schritt sagend aber doch eilig um aus diesem meere von blut zu entkommen auf sie zu und langte nach dem becher da bewegte sich die schwarze frau und sagte mit klagender stimme zu ihm wähle recht fremder mann wenn du recht wählst so bin ich auf ewig dein aber der missetäter sah nichts als den becher den ergriff er und lief eiligst damit fort aus der höhle denn er verstand die worte der frau nicht und dachte nicht daran dass er sie selbst hätte nehmen und erlösen sollen im zurückkehren hörte er sie schwer und tief hinter sich seufzen und sie klagte mit trauriger stimme wehe mir nun kann mich keiner mehr erlösen in dem augenblicke verschwand auch die weiße taube oben vom felsen und an ihrer stelle sah man einen schwarzen raben der dort jetzt die ewige wacht hält die schwarze frau jammerte aber in der höhle so laut dass alle männer als der missetäter ihnen den becher übergab sie deutlich hörten sie entsetzten sich darüber und trugen als wenn sie dadurch die frau befreien könnten den becher in die benachbarte kirche zu bobbien wo man ihn zum ewigen andenken noch jetzt sehen kann sage 213 die seejungfer im haff im oder haff ist schon seit undenklichen zeiten eine wunderschöne seejungfer wenn die schiffer besonders die fischer am ufer arbeiten so steigt sie oft bis an den halben leib aus dem wasser heraus und sieht ihren arbeiten zu sie sagt nichts aber wer sie so sieht dem bedeutet sie glück sage 214 der schimmecke in leuz auf den schlössern in pommern gab es in früheren zeiten viele poltergeister die das volk schimmecke nannte man musste sie sich zu freunden halten dann taten sie niemandem etwas zu leide sonst konnten sie aber sehr böse werden ein solcher schimmecke war auch auf dem alten schlosse zu leuz er war schon lange jahre da gewesen und man musste ihm jeden abend einen irdernen topf mit süßer milch vorsetzen die aß er über nacht auf und also tat er keinen schaden wie aber zu einer zeit gegen das jahr 1370 die mecklenburger das schloss inne hatten so war darin ein übermütiger küchenjunge der nahm dem schimmecke einstmals die milch weg und trang sie selbst aus dem geiste spöttische worte gebend das vertroß diesen sehr und wie am anderen morgen früh bevor noch der koch aufgestanden der küchenjunge in die küche kam und das feuer anmachte da ergriff der schimmecke den buben zerhauerte ihn in stücke und steckte diese in den großen krabben der mit heißem wasser auf dem feuer stand danach kam der koch in die küche und wollte fleisch holen dasselbe in den graben zum kochen zu werfen da lachte aber der schimmecke und sagte zu dem koche das fleisch sei schon gar er solle nur anrichten und es aufsetzen der koch sah in den krabben und fand darin die gekochten hände und füße und erkannte dass sie des buben waren darüber erschrak er sehr der geist ist von der zeit an aus dem schlosse weggezogen und hat sich nicht wieder sehen lassen der graben worin der küchenjunge also gekocht wurden ist nachher noch viele jahre auf dem schlosse gezeigt wo er jetzt ist weiß man nicht sage 215 die kobolde mit den roten hosen zu einer zeit gab es in kreiswald eine menge grässlich anzusehender kleiner kobolde welche rote hosen an den beinen trugen sie hielten sich besonders in der knopfstraße auf wo sie die häuser besetzten und auf den böden ihr spektakel trieben und dann oben aus den schornsteinen herausguckten und die leute auf der straße verhöhnten wenn man sie fangen wollte so entsprangen sie durch die schornsteine und man sah ihre roten hosen oft schon auf dem dritten dache wenn man sie noch in dem ersten hause suchte endlich verschwanden sie von selbst abschnitt 34 von die volkssagen von pommern und rügen von jodokus temme diese librivox aufnahme ist in der public domain sage 216 die erdgeister in kreifswald in der stadt kreifswald und der umgegend hielten sich in früheren zeiten viele unterirdische erdgeister auf von den leuten gewöhnlich nur die zwerge genannt sie haben sehr lange dort gehauset bis sie zuletzt auf einmal ganz aus dem lande gezogen sind zu welcher zeit und bei was für gelegenheit dies geschehen ist weiß man nicht mehr aber man weiß noch recht gut den weg den sie genommen und daß sie bei jarmen aus pommern gegangen sind von da sollen sie sich weiter in das gebirgige land begeben haben diese erdgeister hatten gewalt über alles gold und silber und über die edlen steine die in der erde verborgen liegen sie waren auch im ganzen gutmütig und halfen den menschen gern und taten ihnen gutes dabei trugen sie aber manchmal ein sonderbares verlangen nach hübschen menschenkindern so daß sie die den leuten oft aus der wiege stahlen und ihre hässlichen wechselbelge dafür hinlegten oft auch verliebten sie sich in hübsche mädchen und begehrten ihrer zur ehe der weg zu ihren unterirdischen wohnungen ging gewöhnlich durch einen schmutzigen ort zum beispiel unter dem gussloche des spülichts oder unter einer tranktonne her des tages krochen sie in gestalt von fröschen oder anderem hässlichen ungeziefer umher des nachts aber zeigten sie sich in ihrer eigentlichen gestalt besonders tanzten sie gern im mondschein und waren dann vergnügt und lustig man erzählt sich viele sonderbare geschichten von ihnen so war einmal in greifswald eine frau die verwünschte eines abends wie es schon spät war ihr kind weil es so arg schrie und die frau nicht schlafen konnte da tat sich auf einmal die tür leise und behände auf und es schlich sich ein zwerg herein der rieß ihr schnell das kind vom schoße und lief damit fort die frau hat das kind niemals wieder gesehen einer anderen frau glückte es eines abends noch eben ihr kind an der ferse festzuhalten als sie eingeschlafen war und ein zwerg es ihr vom schoße hatte stehlen wollen ein andermal kam zu einer köchin eine große dicke kröte in die küche die köchin nahm einen spaten um das tier totzuschlagen dieses aber kroch geschwind unter eine tranktonne und rettete so mit genauer not sein leben nicht lange danach wurde das mädchen von den zwergen zu gevatter gebeten und wie sie zugesagt hatte des nachts unter dem back troge in die erde geführt sie musste viele treppen herunter steigen bis sie in das zimmer der kindbitterin kam hier war alles von gold und silber und die wöchnerin selbst war über und über mit juwelen bedeckt nachdem das kind getauft war setzte man sich zu tische der tisch war gedeckt mit lauter gold durchwirkten lagen und mit vielen köstlichen speisen besetzt die in silbernen und goldenen schüsseln standen aber über dem kopfe der köchin hing auf einmal ein großer schwerer mühlstein an einem seidenen faden darüber erschrak die köchin sehr und wollte in ihrer angst geschwinde aufstehen die kindbitterin sagte aber zu ihr fürchte dich nicht dir wird nichts geschehen ich wollte dir nur zeigen wie angst mir war als du mich vor kurzem in der küche mit dem spaden verfolgt hast und mein leben auch an einem seidenen faden hing das mädchen konnte aber doch seine furcht nicht verwinden bis es zuletzt mit vielen geschenken entlassen wurde wieder ein andermal hatte sich ein vornehmer zwerg in ein schönes mädchen verliebt und begehrte sie mit gewalt zur frau das mädchen hatte zwar einen großen widerwillen gegen ihn weil er so klein und gewiss nicht schön war und sie konnte sich nicht dazu entschließen ihn zu heiraten er steckte sich aber hinter ihren vater und weil er diesem viel geld und gut versprach so musste sie ihm zuletzt ihre hand zusagen nun kam sie aber mit ihm überein dass sie ihrer zusage los sein solle und er wolle von ihr abstehen wenn es ihr gelinge seinen namen zu erfahren das mädchen kundschaftete lange zeit vergebens zuletzt half ihr der zufall es fuhr nämlich in einer nacht ein fischhändler die straße nach greifswald wie der an einer stelle viele zwerge lustig im mondschein tanzen und springen sah da hielt er verwundert an und nun hörte er auf einmal wie einer der zwerge in seiner freude laut rief wenn meine braut wüsste dass ich doppeltürk heiße sie nehmen mich nicht das erzählte der fischhändler des anderen tages im wirtshause zu greifswald und von der wirtstochter hörte es die braut diese dachte gleich dass das ihr liebhaber gewesen sei und wie dasselbe wieder zu ihr kam nannte sie ihn doppeltürk da verschwand der zwerg in großem ärger und die liebschaft hatte ein ende sage 217 die ullakens bei böck die kleinen in der erde wohnenden und den menschen freundlichen zwerge werden in manchen gegenden von pommern von den leuten ullakens genannt man findet sie an vielen orten fast bei jedem berge erzählt man etwas von ihnen am klantower see bei dem dorfe böck liegt ein berg in welchem auch die ullakens sind vor noch nicht vielen jahren wohnte am ende des dorfes eine alte frau mit der sie gute freundschaft hielten sie besuchten dieselbe oft und baten sie ihnen einen backtrog zu leihen die frau tat das gern und als sie am andern morgen den trock zurück brachten hatten sie zur dankbarkeit ein schönes feines brot hineingelegt ein andermal hörte diese frau wie des nachts unten in ihrem keller musik und sonstiges geräusch war sie ging daher hinunter um zu sehen was es da gebe und er blickte durch eine spalte der tür dass der keller hell erleuchtet und voller ullakens war einer von ihnen saß auf einem fasse und geigte und die übrigen tanzten und spielten und schmauseten die frau beging nun die unvorsichtigkeit dass sie mit ihrem lichte in den keller hinein trat das fremde licht konnten die ullakens nicht vertragen sie verschwanden deshalb augenblicklich und löschten ihre lichter und auch das licht der frau aus dass sie kaum aus der finsternis sich wieder herausfinden konnte böse waren sie ihr aber nicht geworden denn als sie am andern morgen in den keller zurück ging fand sie darin schöne sachen welche die ullakens ihr zum geschenke zurückgelassen hatten sage 218 die unterirdischen bei bernstein auch in der gegend der stadt bernstein in pommern halten sich viele kleine zwerge auf welche von den leuten dort die unterirdischen genannt werden einer von ihnen kam einstens auf lange zeit zu einem armen schuhmacher und half ihm bei der arbeit so dass der schuhmacher schon anfing zu gelde zu kommen da fiel es dem mann ein sich gegen den kleinen dankbar zu beweisen und er ließ ihm einen hübschen neuen rock machen so etwas können die unterirdischen aber nicht vertragen und als der zwerg daher den rock bekam ging er gleich fort mit den worten meister nun hast du mich abgelohnt nun ist es mit der arbeit aus er kam auch nicht wieder sage 219 die unterirdischen bei budow in dem dorfe budow unweit stolpe war einstens ein schäfer der hatte einen dudelsack auf dem er sich bei den schafen auf dem felde etwas vordudelte als er nun auch einmal saß und spielte da sah er einen frosch vor sich der sprang herum als wenn er ordentlich nach der musik tanzte da sah der schäfer eine weile an zuletzt wollte er mit dem fuße danach stoßen auf einmal war aber der frosch verschwunden über eine kleine weile fand sich nun ein klein menschen ein unterirdischer zu ihm ein der fragte ihn mein lieber schäfer wollte er den frosch tot machen der schäfer sagte nein das war ich nicht willens ich wunderte mich nur dass das ding so putzig sprang da sagte das menschen zu ihm mein lieber schäfer wenn er den frosch tot gemacht hätte so hätte er mich getroffen denn der frosch war ich darauf bat das menschen den schäfer ob er nicht mit ihm gehen wolle zu den leuten von seiner art und ein bisschen auf dem dudelsack spielen denn seine tochter mache heute hochzeit der schäfer entgegnete ihm das geht nicht denn wo würden unter des meine schafe bleiben das menschen versprach ihm aber sie sollten gut versehen werden worauf der schäfer sich bereden ließ und mit ihm ging sie ging nur ein klein entchen da tat sich die erde vor ihnen auf und sie stiegen eine treppe hinunter bis sie in eine schöne stube kamen darin waren so viele gäste beisammen dass es ordentlich krimmelte und wimmelte zuerst trug man dem schäfer viel essen und trinken auf den tisch und bat ihn davon zu genießen nach dem essen dudelte er dann die ganze nacht durch und die kleinen leute tanzten und sprangen dass ihnen die kittel um den kopf flogen als es tag geworden war so bat der schäfer sie möchten ihn jetzt wieder zu seiner herde bringen das waren sie zufrieden aber vorher kamen viele an ihn heran und steckten ihm alle taschen voll kerbspäne doch merkte er nichts davon denn er hatte von dem vielen trinken etwas zu viel in der krone darauf brachten sie ihn auf den weg und dasselbige menschen das ihn geholt hatte führte ihn wieder auf das feld wo seine schafe noch waren und verschwand dann nachdem es ihm nochmals viel gedankt hatte wie der schäfer nun mit seinen schafen nach hause trieb da kamen ihm auf einmal seine taschen so schwer vor und als er hinein fühlte da fand er die kerbspäne darin das verdroß ihn denn er meinte die unterirdischen hätten ihn zum narren gehabt und er schmiss ihn nun alle von sich auf die erde nur die tasche vorn auf der brust vergaß er und was er in dieser hatte ließ er darin das war gut bis er des abends sich auszog um zu bete zu gehen da hörte er auf einmal in der brusttasche etwas klingen das verwunderte ihn und wie er hineingriff so hatte er die ganze tasche voll harter Thaler da merkte er wohl dass ihm die unterirdischen das als bezahlung für sein spielen gegeben hätten und er ärgerte sich dass er so viel weggeworfen hätte die nacht wurde ihm recht lang und am anderen morgen war sein erstes dass er zurück ging und nach den weggeworfenen spänen suchte aber er fand davon nichts wieder sage 220 das patengeschenk in der gegend von stralsund lebte einstmals eine fromme frau als die eines abends gerade in der postille las klopfte es an ihre tür und es trat ein ganz kleines fräuchen herein das war eine kindhaufbitterin der unterirdischen und ladete die fromme frau zur kindhaufe ein diese erstaunte zwar darüber sagte aber endlich zu und das fremde weiblein versprach darauf sie abzuholen nach ein paar tagen kam die unterirdische wieder und holte die frau ab sie führte diese aber nicht aus dem hause sondern durch die hoftüre in ihren eigenen kuhstall und dort ging sie mit ihr eine treppe hinab welche die frau vorher noch nie gesehen hatte so kamen sie in ein schönes gemach wo viele unterirdische waren und die kindhaufe gehalten wurde als diese vorbei war gaben alle die unterirdischen frauen der kindbitterin ein patengeld daran hatte die fromme frau aber nicht gedacht und sie hatte nichts bei sich sie wollte sich darüber sehr entschuldigen aber die unterirdischen sagten ihr das schade nichts sie baten sie dagegen dass sie doch den kuhstall verlegen möge indem die jauche ihnen gerade auf ihren tisch komme das versprach die frau und sie waren darüber sehr froh die frau hat auch ihr versprechen gehalten Ende von Abschnitt 34 Abschnitt 35 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von J. Dugus Timmer Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Sage 221 Die Zwerge in den Neuen Bergen Auf der Insel Rügen sind allen halben viele Zwerge es sind deren drei verschiedene Arten weiße, braune und schwarze die weißen und braunen sind gute und tun so leicht niemandem etwas zu leide die freundlichsten von ihnen sind die weißen die schwarzen aber welche tausend Künstler sind taugen nicht viel sie sind voller Druck und Schalkheit und man darf ihnen nicht trauen alle diese Zwerge halten sich besonders gern in den Bergen der Insel auf auch in den Neuen Bergen bei Rambin sind ihrer viele aber nur braune die in sieben und weiße die in den zwei anderen Bergen wohnen sie führen dort ein lustiges Leben und haben Musik und das schönste Essen und Trinken vollauf sie haben auch viele Menschenkinder bei sich und sie lieben es die schönsten Knaben und Mädchen den Leuten zu stehlen und sie mit in ihre Berge zu nehmen wo sie ihnen dienen müssen sie dürfen sie aber nur bis zu einer gewissen Zeit behalten denn alle 50 Jahre müssen sie das herausgeben was sie bis dahin eingefangen haben dabei ist es denn merkwürdig dass den Kindern die in den Bergen gesessen haben diese Zeit nicht voll an ihrem Alter angerechnet wird und dass keiner darin älter werden kann als 20 Jahre und wenn er auch volle 50 Jahre in den Bergen gesessen hätte Wem es glückt von diesen Zwergen etwas in seine Gewalt zu bekommen zum Beispiel eine Mütze von ihnen oder dergleichen dem müssen sie dienen und er kann als dann ein sehr reicher und vornehmer Herr werden es hat schon mancher so sein Glück gemacht und man hat rechtartige Geschichten davon die hübsch erzählt hat Sage 222 Johann Wilde Vor vielen Jahren lebte in dem Dorfe Rotenkirchen auf Rügen ein Bauer namens Johann Wilde der wollte gern reich werden und fing das auf folgende listige Weise an er ging um Mitternacht zu den neun Bergen nahm eine Brandweinflasche mit und legte sich nieder als wenn er schwer betrunken wäre wie nun die Zwerge aus den neun Bergen hervorkamen um auf der Oberwelt zu tanzen da glaubten sie dass er wirklich betrunken sei und nahm sich nicht sonderlich vor ihm in acht so dass es ihm glückte einem von ihnen er desselbe sich dessen versehen konnte seinen gläsernen Schuh von dem kleinen Fuße zu ziehen mit dem lief er eilig zu Hause wo er ihn sorgfältig verbarg die andere Nacht aber ging er zu den neun Bergen zurück und rief laut hinein Johann Wilde in Rotenkirchen hat einen schönen gläsernen Schuh wer kauft ihn wer kauft ihn denn er wusste dass der Zwerg dann bald kommen würde um seinen Schuh wieder einzulösen der arme Zwerg musste nun seinen Fuß so lange bloß tragen bis er seinen Schuh zurück hatte sobald er wieder auf die Oberwelt kommen durfte verkleidete er sich als ein reisender Kaufmann und ging zu Johann Wilde dem suchte er den Schuh anfangs für ein Spottgeld abzukaufen Johann Wilde pries aber seine Ware an bis der Kleine ihm zuletzt die Kunst anzauberte dass er in jeder Furche die er pflügte einen Dukaten finde dafür gab er den Schuh zurück nun fing der Bauer geschwinde an zu pflügen und so wie er die erste Scholle gebrochen hatte sprang ein blanker Dukaten ihm aus der Erde entgegen und das ging immer so von neuem so oft er eine neue Furche anfing daher machte er denn auch bald ganz kleine Furchen und er wendete den Pflug so oft um als er nur eben konnte dadurch wurde Johann Wilde in kurzem ein so reicher Mann dass er selbst nicht wusste wie reich er war aber es war dies alles sein Unglück und er hatte keinen Segen davon denn weil er immer des Geldes mehr haben wollte so pflügte er zuletzt Tag und Nacht und tat nichts mehr als pflügen das konnten nun zwar seine Pferde wohl aushalten denn er kaufte sich deren eine große Menge damit sie immer frische Kräfte hätten und desto mehr Furchen pflügen könnten aber er selbst wurde durch die viele Mühe und Arbeit ganz krank und elend und zuletzt fiel er hinter dem Pfluge hin und war vor Entkräftung plötzlich gestorben seine Frau und Kinder fanden nach seinem Tode einen ungeheuren Schatz von Dukaten vor davon haben sie sich große Güter gekauft und sind nachher reiche und vornehme Edelleute geworden sage 223 Fritz Schlagenteufel ich habe schon gesagt wie mancher reich und vornehm geworden ist dem es gelang von den unterirdischen Zwergen die auf Rügen hausen etwas in seine Gewalt zu bekommen einen Beweis davon gibt Fritz Schlagenteufel der lebte vor vielen Jahren und war ein armer Schäferjunge in Patzig eine halbe Meile von der Stadt Bergen eines Morgens fand er zwischen den Hühnengräbern die dort auf der Heide liegen ein kleines silbernes Glöckchen das war von der Mütze eines braunen Zwerges der es in der Nacht beim Tanze im Mondschein verloren hatte zu seinem großen Unglück denn nächstem Verluste ihrer Mütze selbst oder ihrer Schuhe haben die Zwerge keinen schlimmeren Verlust als den des Glöckleins so sie an der Mütze tragen und des Spengleins an ihrem Gürtel sie können bei solchem Verluste nicht eher schlafen als bis sie das verlorene wieder herbeigeschafft haben darum krämte sich der arme Zwerg sehr der das von Fritz Schlagenteufel gefundene Glöcklein verloren hatte um sein Unglück aber voll zu machen durfte er in der ersten Zeit noch nicht wieder aus seinem Berge heraus denn die Zwerge dürfen nicht immer sondern nur wenige Tage im Jahre auf die Oberwelt kommen als er endlich heraus kam da war sein erstes dass er sein verlorenes Glöcklein suchte er konnte es lange nicht finden denn Fritz Schlagenteufel war unterdessen von Patzig weggezogen nach Unruhe bei Gingst wo ihr Schäferknecht geworden war endlich kam der Zwerg auch hierher und sah sein Glöcklein wie der Schäfer der auf dem Felder seine Schafe hütete damit klingelte geschwinde verwandelte der Zwerg sich nun in eine alte arme Frau und suchte dem Schäfer das Glöcklein mit glatten Worten abzuschwatzen das wollte ihm aber nicht glücken denn Fritz Schlagenteufel wollte das schöne hellklingende Glöcklein nicht von sich geben er zog daher zuletzt ein weißes Stäbchen hervor das er dem Schäfer für sein Glöcklein anbot dasselbe preisend dass er damit allerlei Zauberei verrichten könne darauf ging Schlagenteufel ein und der Zwerg bekam das Glöcklein zurück das weiße Stäbchen war wirklich ein Zauberstab der es machen konnte dass alles Vieh so damit getrieben wurde vier Wochen früher fett ward und zwei Pfund Wolle mehr trug als anderes Vieh dadurch wurde dann Fritz Schlagenteufel in wenigen Jahren der reichste Schäfer auf ganz Rügen und kaufte sich zuletzt ein Rittergut nämlich Krabitz bei Rambin und wurde selbst ein Edelmann seine Nachkommenschaft blüht noch Sage 224 der leichte Pflug es war einmal ein Bauer auf der Insel Rügen der fand als er eines Morgens zu seinem Felde ging auf einem steinernen Kreuze das am Wege stand einen schönen blanken Wurm der immer auf dem Kreuze hin und her lief als wenn er große Angst hätte und gern fort wolle und doch nicht könne nachdem das der Bauer eine Zeit lang voller Verwunderung angesehen hatte fiel ihm ein dass die kleinen Zwerge des Landes wenn sie zufällig an etwas Geweihtes geraten daran festgehalten werden und nicht von der Stelle können er dachte also dass der Wurm ein solcher Zwerg sei der nicht von dem Kreuze könne und er hoffte dadurch sein Glück zu machen und so geschah es auch denn wie er nun den Wurm einfing da verwandelte sich der auf der Stelle und der Bauer hatte wirklich einen kleinen schwarzen Zwerg in der Hand der krümmte sich nun gewaltig und wollte den Bauern entschlüpfen und wie er sah dass das nicht anging gab er gute Worte und bat jämmerlich um seine Freiheit der Bauer aber war klug und sagte zu ihm nur still du kleiner Gesell umsonst kommst du nicht los ich werde dich nicht eher wieder zu den Deinigen lassen als bis du mir versprichst dass du mir einen Pflug machen willst der so leicht ist dass ihn auch das kleinste Füllen ziehen kann die schwarzen Zwerge sind böse und tückisch und gönnen den Menschen nichts der Gefangene antwortete daher dem Bauer gar nicht und schwieg Mause still und dachte dem anderen werde die Zeit schon lang werden und endlich müsse er ihn denn doch wieder freigeben in dem eigensinnigen tückischen Schweigen blieb er lange so es half selbst nicht als der Bauer ihn prügelte und geißelte dass ihm das Blut von dem kleinen Leibe floss zuletzt aber als ihn der Bauer in einen schwarzen eisernen Krabben steckte und ihn so in eine kalte Kammer setzte wo der kleine frieren musste dass ihm die Zähne klapperten kroch er zu Kreuze und er versprach nun den Pflug zu liefern darauf ließ ihn der Bauer flugslos denn auch diese bösen schwarzen Zwerge müssen alles halten was sie versprechen und man hat kein Beispiel dass einer sein Wort gebrochen hätte am anderen Morgen stand vor der Tür des Bauern ein schöner eiserner Pflug der so groß war wie andere Pflüge aber so leicht dass ein Hund oder ein Kind ihn ohne alle Beschwerde ziehen und das schwerste Land damit pflügen konnte dadurch wurde denn der Bauer bald der reichste Mann auf der Insel sage 225 Jochen Schulz es lebte einmal auf Rügen ein Jäger Jochen Schulz geheißen der zuletzt als Kirchenvogt zu Bad gestorben ist der war bisher immer glücklich auf der Jagd gewesen konnte aber zu einer Zeit gar nichts mehr treffen er mochte zielen so rüg und scharf als er nur konnte er dachte gleich dass das nicht mit rechten Dingen zugehe aber er konnte nicht hinter den Grund kommen da sagte ihm zuletzt eine alte Bettlerfrau die er im Walde traf die schwarzen Zwerge hätten ihm gewiss seinen Schuss besprochen und es gäbe keinen anderen Rat für ihn als dass er suche etwas von ihnen in seine Gewalt zu bekommen wofür sie ihm den Schuss wieder freigeben müssten das könne er aber dadurch wenn er zu einer Stelle im Walde hinschleiche die sie ihm auch anzeigte wo die Schwarzen um Mitternacht ihre Tänze hielten und wenn er eine Handvoll Hagel mitnehme und den nach innen auswerfe wie man Erbsen ausstreut dabei müsse er rufen im Namen Gottes Satan weiche von mir was er dann von den Schwarzen auch nur mit einem Hagelkorn treffe das müssen sie ihm stiche lassen also tat der Jäger in der nächsten Nacht und wie er am anderen Morgen nach Sonnenaufgang wieder zu der Stelle ging um zu sehen was er getroffen habe da fand er einen schönen silbernen Gürtel an der Erde liegen auf dem noch ein Fleck von dem Hagelkorn war mit dem er ihn getroffen hatte es dauerte auch nicht lange so fand sich ein kleiner schwarzer Zwerg ein dem der Gürtel gehörte der musste dem Jäger viele gute Worte geben und lange mit ihm handeln zuletzt wurden sie dahin einig dass der Jäger sich einen Freischuss ausbedungen hat damit er zu gewissen Zeiten wohin er auch schieße ein Stück Wildbrett treffen müsse auch wenn nichts da sei darauf wurde Jochen Schulz der erste Jäger im Lande Ende von Abschnitt 35 Abschnitt 36 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von Jodogus Temme Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Sage 226 Mattes Pagels Nicht weit von dem Dorf Lanken auf Rügen in der Nähe der Kranitz wohnte vor Zeiten ein Bauer Mattes Pagels geheißen ein böser betrügerischer Mensch der hatte einmal seinem Nachbarn das Land abgepflügt und als dieser ihn verklagte schuhe Pagels durch einen Eid und brachte auch eine Urkunde bei dass das Land ihm gehöre so weit als er gepflügt habe und noch wohl weiter so dass sein Nachbar den Prozess verlor Pagels war aber ein Hexenmeister und stand mit den schwarzen Zwergen im Bunde die nur immer böse sinnen und von diesen hatte er auch die falsche Urkunde für solche Betrügerei hat ein Mattes Pagels schwere Strafe getroffen schon während seiner Lebzeit hatte er keine Ruhe und er musste jede Nacht in Wind und Wetter aus dem Bette heraus und auf dem abgepflügten Lande umgehen und zuletzt dort auf eine Buche klettern wo er zwei Stunden lang stille sitzen und frieren musste das muss er nun auch noch obgleich er schon über viele hundert Jahre tot ist man kann ihn alle Nacht da sehen in einem grauen Rocke und mit einer weißen Mütze auf dem Kopfe oft sitzt er auch wie eine schneeweiße Eule auf der Buche und schreit gar jämmerlich ein Pferd ist des Nachts nicht an der Stelle vorbeizubringen die Leute singen auch noch folgendes Lied von ihm und seiner Buche Pagels mit der Witte Mütz wo kolt und hoch ist den Sitz ob der hoge Böck und ob der grüße Eck und acht am hohlen Thun worüm kannst du nicht ruhen darüm kann ich nicht rasten das Papier liegt im Kasten und meine arme Seel brennt in der Licht der Hölle sage 227 das unterirdische Wasser zu Rote Mühle zwei Main von Pasewald liegt mitten in der Forst auf mehreren kleinen Hügeln das Dörflein Rote Mühle vor Zeiten stand hier auch eine schöne Mühle deren Bewohner sind einst von Räubern überfallen und erschlagen und weil dabei so erschrecklich viel Blut geflossen ist hat man das Dorf seitdem Rote Mühle genannt es kam nachher zwar ein anderer Müller in die Mühle aber es war nach jenem Überfalle ein Poltergeist in die Mühle eingezogen der keine Menschen darin Ruhe ließ so dass bald niemand mehr darin wohnen wollte und die Mühle leer und verlassen stand darauf verfiel sie mit der Zeit ganz der Poltergeist aber wollte auch nur nicht aus der Gegend entweichen und er trieb jetzt den Bach an dem die Mühle gelegen war fast ganz in die Hügel hinein auf denen das Dorf steht so dass der Bach über der Erde nur noch wenig Wasser behielt und im Sommer ganz trocken ist seitdem treibt der Geist sein Unwesen und Gepolter im Innern der Hügel unter dem Dorfe man hört ihn dort oft bald lautet es dort hohl als wenn das Dorf auf einer Brücke stände bald lautet es wie die dumpfen Schläge einer Münze und das wunderbarste ist dass jeder der es hört des Glaubens wird er vernehme es gerade unter seinen Füßen das ist nicht nur im Dorfe wo jeder meint es sei mitten unter seinem Hause sondern auch außerhalb desselben meint man es wenn man auf den Hügeln spazieren geht einige Leute die sich gewaltig klug dünken nehmen zwar an das Klopfen rühre von einem unterirdischen Tropfall her allein dazu klingt es viel zu laut und es kommt auch zu langsam denn man zählt in einer Minute nur kaum vierzig Schläge zuweilen hört man es viele Tage lang gar nicht daher glauben andere die sich für noch weiser halten dass unter dem Dorfe ein unterirdisches Feuer brenne aber dann hätte das Dorf wohl schon längst verbrennen müssen das wahre ist dass der Poltergeist aus der Mühle dort zum Zeitvertreib allerlei Wasserkünste treibt doch kann auch wahr sein was einige Leute sagen nämlich dass in den Bergen ein Förster umhergehen und pultern müsse zur Strafe dass er gegen die armen Leute die Holz geholt im Leben so hart gewesen und ihnen so viele Äxte abgepfändet hat im siebenjährigen Kriege soll auch einmal ein russischer Offizier nach Rotemühl gekommen sein der hat sich alles genau gemerkt und gesagt sein Vater habe dort in einem großen Kriege mit seinem Regimente gestanden und als der Feind ihm zum Rückzuge genötigt hier die Kriegskasse vergraben der Offizier hat aber von dem Gelde nichts wiederfinden können sage 228 die Bergschlange im Bauerberge bei Wolgast zwischen den Städten Wolgast und Lassan bei dem Dorf Bauer befindet sich eine Ahnhöhe welche der Bauerberg heißt in diesem Berge hält sich seit ewigen Zeiten eine ungeheuer große Schlange auf die von den Leuten in der Gegend die alte große Bergschlange genannt wird die ist ein großer Schrecken für die ganze Gegend denn wenn sie sich sehen lässt so entsteht ganz sicher irgendein Unglück in der Nähe entweder ein unvermuteter Todesfall oder eine Feuersbrunst oder eine große Dürre das keine Saat und keine Frucht gedeiht und wer sie sieht den trifft es selbst am meisten zuletzt hat sie eine Bauerfrau gesehen das war noch vor wenigen Jahren nämlich im Jahre 1817 am Tage darauf das war der 14. Junius des genannten Jahres an einem Sonnenabend entstand auf einmal des Nachmittags eine erschreckliche Feuersbrunst im Dorfe Bauer welche in wenigen Augenblicken 32 Wohnhäuser in Asche legte das wunderbarste und schrecklichste dabei war dass die Frau welche die alte große Bergschlange gesehen hatte auf eine grässliche Weise in dem Feuer verbrannte sage 229 die beiden Lindwürmer vor langen Jahren haben sich einmal in Pommern zwei kreulich große Lindwürmer aufgehalten welche von den Leuten auch Haselwürmer genannt wurden einer davon hat seinen Sitz gehabt in dem Holze bei Lassan der andere in der Penemünde Heide aus ihren großen Rachen und aus ihren Schwänzen haben sie Feuer und Schwefel gesprüht und die ganze Gegend haben sie durch grausame Räubereien an Menschen und Vieh in Schrecken und Angst gehalten zuweilen hat es sich begeben dass sie auf ihren Raubzügen einander begegneten dann ist unter ihnen ein fürchterlicher Kampf entstanden dass aus ihren Schwänzen ganze Feuerflammen geflogen sind und die Erde weit umher gezittert und gebebt hat nachdem sie lange Zeit viel Unheil angerichtet taten sich zuletzt die tapferen Männer der Gegend zusammen und zündeten eines Tages von allen Seiten das Schilf an worin das Ungeheuer bei Lassan verborgen lag und gerade sein Mittagsschlaf hielt auf solche Weise gelang es ihnen dasselbe zu vertilgen es erhob dabei ein so fürchterliches Geschrei dass der andere Lindwurm auf der Penemünder Heide es hörte und nun sofort unter großem Klage und Angstgeschrei die Flucht ergriff er warf sich in die See wo man sein Heulen in immer weiterer Entfernung hörte bis er zuletzt ganz verschwand einige sagen er sei nach Schweden hinüber geschwommen andere meinen er sei in der Ostsee umgekommen sage 230 der Jungfernberg zu Rankwitz bei Rankwitz auf Usedom liegt ein Berg den man den Jungfernberg nennt den Namen hat er davon erhalten dass einmal vier Jungfrauen in dem Dorfe gelebt haben die von einer solchen Tanzlust besessen gewesen dass sie des Sonntags anstatt nach der Kirche zu gehen auf diesem Berge fort und fort getanzt haben dafür hat sie den Gott gestraft indem er sie unter diesen Berg begraben hat sage 231 der alte Mann im Gollenberge dass es in dem Innern des Gollenberges gar sonderbar aussehen muss hat man schon seit uralten Zeiten gewusst obgleich keiner recht genaue Kunde davon zu geben vermag nur ein Schäfer hat vor vielen Jahren Folgendes erlebt derselbe hütete eines Tages seine Schafe an dem Fuße des Berges und war weil es ein warmer Sommertag war um die Mittagszeit unter einem Baume eingeschlafen auf einmal wurde er wach von den Bällen seines Hundes den er in das Gebüsch hineinlaufen sah er glaubte es sei ihm ein Schaf gestohlen und der Dieb damit in den Busch gelaufen er eilte daher seinem Hunde nach der immer weiter lief zuletzt stand dieser vor einem großen Steine still und kratzte und scharrte an demselben wobei er fortwährend laut heulte dem Schäfer fiel dies auf und er wurde neugierig zu wissen was der Hund haben möge er wälzte deshalb den Stein auf die Seite und nun sah er eine große Öffnung die der Stein bedeckt hatte und unter derselben ein tief in die Erde hineingehendes altes Gemäuer in dieses stieg er hinein und kam an einen schmalen Gang der in den Gollenberg hinein ging und immer schmaler wurde der Schäfer ging ihm zu Ende wohl eine ganze Stunde lang bis er zuletzt an eine große eiserne Tür kam als er mit seinem Schäferstab an dieselbe stieß fiel sie wie Staub auseinander und er stand jetzt in einem großen und hohen Gemache in welchem rundherum alte Waffen und Gemälde hingen auch die waren aber so alt dass bei der geringsten Berührung alles in Staub zerfiel an dem Gemache war eine zweite Tür der Schäfer stieß sie ebenfalls ein und kam nun in ein anderes Gemach in diesem saß an einem Tisch ein ganz alter alter Mann in einer Kleidung wie sie der Schäfer noch nie gesehen hatte vor ihm lag Feder und Papier auf dem Papier war noch etwas geschrieben was man aber nicht mehr lesen konnte als der Hirt näher herantrat fiel von der Erschütterung des Geschehens alles in Staub er ging darauf weiter durch eine dritte Tür die er wie die vorigen mit seinem Stocke einstieß und nun war er auf einmal in einem großen Saale der voller Schätze lag er sah hier ganze Haufen von goldenen und silbernen Geräten Säcke mit Gold und Silbergelde standen in Reihen umher und Perlen und Edelsteine lagen dazwischen da griff er mit beiden Händen zu und steckte zu sich so viel er zu fassen vermochte damit lief er zurück so eilig er konnte als er nachher wieder hin wollte war alles verschwunden er konnte nicht einmal den Stein wieder finden unter welchem der Eingang gewesen war sage 232 die vier Eichen bei Stolzenburg in der Forst bei Stolzenburg zwischen Stettin und Uckermünde standen früher vier Eichen die von ganz besonderem Holze gegen die anderen Eichen auch viel kleiner und dünner waren obgleich sie ebenso lange standen als die ältesten Eichen in der Forst man erzählt sich dass vor Zeiten einmal ein Förster unter diesen vier Bäumen einen Wilddieb getroffen den er hat gefangen nehmen wollen der Dieb hat sich aber zur Wehre gesetzt und beide haben zuletzt zu gleicher Zeit aufeinander geschossen jeder auch seinen Feind getroffen so dass sie beide tödlich verwundet zur Erde gefallen sind wie sie da nun sterbend liegen da erkannten sie einander dass sie Brüder sind die sich seit vielen Jahren nicht gesehen hatten und sie verfluchten die Stelle wo der doppelte Brudermord geschehen ist von der Zeit an haben die vier Eichen um keinen Zollbreit mehr wachsen wollen eine davon ist vor einigen Jahren gefällt die drei anderen stehen aber noch Ende von Abschnitt 36 Abschnitt 37 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von Jodokus Temme Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Sage 233 Der Teufelsdamm im Galenbecker See Auf der Grenze zwischen Pommern und Mecklenburg liegt der Galenbecker See in diesem sieht man die Überbleibsel eines ungeheuren nicht ganz fertig gewordenen Dammes der gerade mitten durch den See geht dieser Damm heißt der Teufelsdamm und man erzählt sich über seine Erstehung folgendes vor Zeiten lebte in der Gegend ein Schäfer der musste alle morgens seine Herde fast rund um den See auf die Weide treiben und ebenso musste er auch einen solchen Umweg machen wenn er sie des Abends in den Stall zurücktrieb das verdross den Schäfer und er wünschte sich manchmal im Stillen und Laut dass doch durch den See ein Damm gehen möge auf dem er geraden Wege seine Schafe treiben könne eines Abends als er mit seiner Herde zu Hause zurückkehrte und es ein wüstes Wetter war verspätete er sich so dass es fast Mitternacht wurde wie er noch immer an dem See war als er nun wiederum seiner gewohnten Weise nach den Umweg verwünschte den er nehmen musste da trat auf einmal ein Wandersmann an ihn heran der hörte mit stillem Lachen seinen Klagen zu und sagte dann da wäre zu helfen einen Damm durch den See baue ich dir wohl leicht wenn dir so viel daran gelegen ist du musst mir nur versprechen dass du dafür auf immer mein eigen sein willst das kann dir ja nichts verschlagen denn ich bin selbst nur ein einfältiger Hirte wie du und wenn du mir eigen bist so bin ich ja auch dein solchen gewagten und arglistigen Reden hörte der Hirte wohl an mit wem er es zu tun habe und dass es der Teufel sei anfangs übernahm ihn die Angst bald aber fasste er sich ein Herz und er antwortete Kamerad das soll ein Wort sein was du da sagst aber unter der Bedingung dass der Damm vor dem ersten Hahnenrufe fix und fertig ist das sagte ihm der Teufel zu und der Schäfer musste nun auf Befehl des Teufels ein junges schwarzes Lamm schlachten von dem trank der Teufel das warme Blut auf während des schlug die Turmglocke in dem nahen Dorfe Mitternacht auf einmal erhob sich in dem Walde der den See umgab ein fürchterliches Brausen des Sturmes und nun sah der Schäfer wie der Teufel in dem Sturme hin und her flog und die größten Eichen anpackte und aus der Erde riss wie man Unkraut aussädet und sie in den See hinein warf eine neben der anderen und übereinander sodass sie sich zu einem breiten hohen Damm zusammen fügten der immer größer wurde und dem anderen Ufer des Sees sich immer mehr näherte der Schäfer als er den Pakt einging hatte in seinem Sinne gedacht der Teufel werde in einer Nacht mit dem Damme unmöglich fertig werden als er aber jetzt sah wie geschwindet das Werk dem Bösen von der Hand ging da geriet er in große Angst doch klug wie er war besann er sich auf eine List und er fing an zu krähen wie ein Hahn damit der Teufel glauben solle der Hahn habe wirklich gekräht und solle seine Arbeit fallen lassen bevor sie fertig sei aber der Teufel merkte die List und sagte lachend zu ihm die Stimme kenne ich Schäfer der Hahn verdirbt mir mein Werk noch nicht und nun arbeitete er nur desto emsiger weiter dass der Damm schon bald fertig war und dem Schäfer immer banger wurde der besann sich vergebens auf ein anderes Mittel den Klauen des Satans zu entgehen es wollte ihm nichts einfallen da fing er zuletzt in seiner Todesangst so laut und schreiend an zu krähen dass es natürlich lautete als wenn ein Hahn den regnenden Morgen ankündigt und der Teufel glaubte das sei ein wirklicher Hahn der gekräht er rief das ist der rote Hahn und warf zornig den Baum den er gerade gefasst hatte mitten in den See hinein und verschwand eilig unter Blitz und Donner andere sagen dies letzte Krähen sei von der Mutter des Schäfers geschehen welcher sich dieser in seiner Angst entdeckt und welcher es weil sie eine sehr gottesfürchtige Frau gewesen gelungen sei den Teufel zu betören der Damm welcher auf solche Weise nicht fertig geworden geht wie eine schmale Landzunge in den See hinein sage 234 der Teufelsdamm im Naugarder See wenn das Wasser in dem See bei Naugard ruhig ist so sieht man darin einen Damm der bis gerade in die Mitte des Sees hineingeht derselbe soll auf folgende Weise entstanden sein es lebte vor Zeiten einmal in der Gegend ein Schäfer der mit dem Teufel einen Kontrakt gemacht hatte dass dieser einen Damm durch den ganzen See bauen sollte der Schäfer musste dem Teufel dafür eins von seinen Kindern versprechen er musste den Damm aber in einer einzigen Nacht fertig machen und der Kontrakt sollte nicht gelten wenn er ihn vor dem ersten Hahnenschrei nicht ganz fertig hatte wie nun aber der Schäfer zu Hause kam da überfiel ihn eine große Angst und er gestand seiner Frau was er getan hatte diese besand sich nun geschwinder auf eine List und sie ging ehe der Tag kraute in den Hühnerstall und reizte den Hahn das er krähen musste der Teufel hatte damals den Damm erst gerade bis auf die Hälfte fertig und musste deshalb mit Schimpf abziehen sage 235 die Schätze in Greifswald in der Stadt Greifswald und zwar besonders in dem Teile welcher der Schuhhaken genannt wird und welcher der älteste Teil der Stadt ist sollen viele Schätze verborgen liegen von denen man sich allerlei erzählt unter anderem kam vor noch nicht langer Zeit zu einer Frau in der langen Fuhrstraße drei Nächte hintereinander ein kleines Männchen den die Leute einen Glücksboden aus der Unterwelt nennen und forderte von ihr dass sie in den Schuhhaken gehen solle wo sie an einer Stelle die er ihr bezeichnete einen großen Schatz finden werde anfangs wollte die Frau nicht in der dritten Nacht aber entschloss sie sich hinzugehen weil auch ihr Mann ihr viel zu redete als sie an die bezeichnete Stelle kam fand sie aber nichts als einen großen Kehrichthaufen von Bohnenranken Hobelspänen und dergleichen darüber ärgerte sie sich sehr und nur um ihrem Manne zu zeigen dass er sein Zureden hätte sparen können nahm sie eine Bohnenranke und einige Hobelspäne mit sich die warf sie als sie wieder zu Hause gekommen war ihre Manne in die Werkstätte mit den Worten da hast du den Jux aber wie verwunderten sich die guten Leute als sie näher die Sache besachen und nun auf einmal entdeckten dass die Bohnenranke eine schwere goldene Kette und die Hobelspäne lauter silberne Löffel waren die Frau lief nun zwar geschwinde noch einmal in den Schuhhaken aber sie konnte von dem Kehrichthaufen nichts wieder auffinden ein solcher Glücksbote kam auch zu einer anderen Frau indem er ihr eine Stelle im Schuhhaken anzeigte wo sie einen Schatz finden werde der nur eine Handbreit mit Erde bedeckt sei weil die Frau gerade in Wochen lag so teilte sie ihrem Manne die Botschaft des Glücksboten mit der ging denn auch zu der angezeigten Stelle wie er aber da nichts als einen Korb mit Fischhuppen fand so wurde er ärgerlich und nahm davon eine Hand voll die er seiner Frau mit den Worten auf das Bette warf da ist der Schatz in dem Augenblicke aber sah er dass die Fischhuppen lauter Blanke Thaler waren auch er ging nun zwar noch einmal zu der Stelle er fand aber nichts mehr dort sage 236 der Grenzwächter zu einer Zeit war großer Streit zwischen den Mecklenburgern und Pommern über die rechte Landesgrenze man hatte seit Jahren nicht mehr auf sie geachtet und die ältesten Leute wussten sich nicht zu erinnern wo sie her ging da kam zuletzt ein ganz alter Förster der zeigte sie an und sagte sonder allem Zweifel hier ist sie gewesen man verwunderte sich zwar woher der Mann das so genau wissen könne allein man glaubte ihm nachdem er einen Eid für die Wahrheit seiner Worte geschworen hatte dieser Förster war aber von den Mecklenburgern mit Gelde bestochen das er zu ihren Gunsten aussagen musste dafür traf ihn denn alsbald die gerechte Strafe er verfiel noch desselbigen Tages da er geschworen in Wahnsinn und starb eines jämmerlichen Todes seitdem muss er nun jede Nacht wie ein feuriger Grenzwächter an der Grenze auf und ab irren sage 237 der Feuerkönig auf dem Seegrunder See zwischen Stettine und Uckermünde liegt der Seegrunder See in diesem hauset ein wildes Gespenst welches das Volk den Feuerkönig nennt denn er kommt jedes mal wenn es Sturm geben soll plötzlich in einem kleinen leichten Karne auf den Wellen des Sees daher geschifft eine feurige Krone auf dem Kopfe in einer feurigen Rüstung und mit einem glühenden Schwerte in der Hand um seine Schultern fliegt ein blutroter Mantel man sieht ihn oft so und es ist gefährlich sich ihm zu nahen einst hat dies ein Fischer gewagt obgleich seine Kameraden ihm abgeraten haben er hat den Feuerkönig fragen wollen warum er denn immer komme den Sturm zu verkünden aber am anderen Morgen hat man ihn in seinem Karne tot gefunden sage 238 der Strand zwischen Swine und Diveno auf dem Strande zwischen der Swine und der Diveno ist es von alten Zeiten her nicht geheuer gewesen und man hat schon allerlei wunderliche Gestalten dort gesehen so hatte um das Jahr 1500 der Herzog Bogislav seinem Kanzler Jürgen Kleist das Amt zu Usedom eingetan worauf dieser oft über die Swine ziehen musste als er nun auch einmal in der Nacht des Weges fuhr und von der Swine nach der Diveno zurückkehren wollte da ist ihm eine sehr seltsame Geschichte widerfahren es wurde nämlich der Himmel plötzlich finster und es war so dunkle Nacht dass man weder Sterne noch Menschen sehen konnte und Jürgen Kleist und seine Diener nicht mehr wußten wo hinaus sie sollten da hörten sie auf einmal auf der Seite eine Stimme die rief hierher, hierher derselben wollten die Knechte folgen aber der Kanzler verbot ihnen das denn er wußte wohl dass in der Nacht allerlei Teufelsgespenst herumzuwanken pflegt er befahl ihnen daher in demselben Wege weiter zu fahren in dem sie einmal waren die Stimme schrie unter des immer heftiger hierher, hierher und wie man nicht darauf hörte da kam ein feuriger Mann daher der ganz nackt war bis auf einen feurigen Mantel den er umgehangen hatte derselbe machte sich dicht an den Wagen griff die Lehne an und lief also neben dem Wagen her er sagte kein Wort und sah nur den Jürgen Kleist ohne Unterlass starr und heftig an zuweilen schlug er seinen feurigen Mantel auseinander dann konnte man ihn in den Leib hinein sehen und es sah darin aus als wenn Rippen und alles wie höllisches Feuer wären in dem Laufen wurde das Gespenst immer größer und größer das es zuletzt mit dem Kopf bis an den Himmel reichte auf die Länge da ihm niemand ein Wort sagte ließ es von dem Wagen ab und schlug seinen Mantel ganz auf und nun schüttete es aus demselben große Flammen heraus wie aus einem brennenden Meiler dann gab es ein großes tiefes Grunzen von sich und darauf verschwand es Jürgen Kleist und seine Knechte waren so erschrocken geworden dass sie es in vielen Tagen nicht verwinden konnten ein Hund der bei dem Wagen war hat sich über das Gespenst so gefürchtet dass er vor Angst zwischen die Räder gelaufen ist und geheult und gewinzelt hat als sollte er sterben dieses sagt man seinem Kanzler begegnet weil er nicht an das Fegefeuer hat glauben wollen und habe ihn unser Herrgott durch das Gesicht bekehren wollen andere meinen es sei ihm zur Warnung und zum Zeichen gewesen weil er viele Unpflicht im Lande aufgebracht habe ein ähnliches Abenteuer hatte ein andermal der Edelmann Jakob Flemming an derselben Stelle dieser reisete auch einmal im Finstern am Strande zwischen der Swine und Dievenot da fingen auf einmal den Knechten die Peitschen an zu brennen und wie sie das Feuer abschlugen so flog es in den Wagen hinein in welchem Jakob Flemming saß und lief darin umher des erschrak ein Knabe der vorn im Wagen saß dermaßen dass er unter den Wagen fiel in demselben Augenblicke kam auch eine große feurige Kugel die ebenfalls unter den Wagen fiel und als nun nach dieser die Knechte stechen wollten da hätten sie schier den armen Knaben erstochen wenn er nicht früh genug aufgestrien hätte diesem Jakob Flemming soll das zur Strafe geschehen sein denn er hat gräulich geflucht und wenn er jemandem böse wurde so hat er ihm angewünscht dir soll Unglück bestehen Abschnitt 38 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von Jodogus Temme Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Sage 239 Die drei Lichter am Heiligen Drei Königs Abend auf dem Lande zu Usedom liegt ein klein beflossenes Ländchen Görmits oder Görms geheißen darauf hat sich in früheren Zeiten alle Jahre ein gar seltsam Ding begeben auf den Heiligen Drei Königs Abend nämlich sind in der Nacht drei Lichter wie Feuerblasen aus dem salzigen Meere und aus dem frischen Hafe gekommen und lange in der Luft herumgeschwebt bis sie zuletzt an einem Dornbusche in der Nähe des Dorfes Neudorf zusammengekommen als dann haben sie da selbst gesprungen und getanzt als erfreuten sie sich überaus sehr bis sie zuletzt in den Dornbusch hineingegangen und darin verschwunden sind was dies gewesen ist mag unser Herrgott wissen aber es ist wundersam dass es immer gerade auf den Abend geschah und sonst auf keine andere Zeit seit die evangelische Lehre in das Land gekommen sollen die drei Lichter sich nicht mehr sehen lassen obgleich einige meinen man könne sie noch zu Zeiten erblicken sage 240 der Schimmelreiter bei Pasewalk bei Pasewalk liegen tiefe Wiesengründe die hellen genannt in denselben sieht man Nacht für Nacht bis der Morgen grauet auf einem schneeweißen Schimmel einen schwarzen Reiter ohne Kopf auf und ab jagen dieser Reiter ist im dreißigjährigen Kriege ein großer Kriegsheld gewesen der aber sehr viele Grausamkeiten und Untaten ausgeübt hat dafür muss er nun jede Nacht ohne Kopf herumjagen und er hat nicht eher Ruhe als bis ein Grab das niemand kennt entdeckt wird und ein frommer Mann an demselben für seine Erlösung betet sage 241 der Mann ohne Kopf in Piritz ein Teil der Stadt Piritz heißt das Münzviertel darin hat in alten Zeiten ein Nonnenkloster gestanden da wo noch jetzt das alte Schulhaus liegt zur Zeit des dreißigjährigen Krieges sollen noch Nonnen in dem Kloster gewesen sein nach diesem Kloster sieht man in jeder Silvesternacht vom Kirchhofe der Stadt aus in einem Wagen einen großen Mann fahren der keinen Kopf hat die Pferde vor seinem Wagen sind ebenso ohne Kopf hiervon sprechen die Leute allerlei einige sagen der Mann sei ein Verwandter einer Nonne die im Kloster gewesen sei und die er alle Jahre einmal zu besuchen komme andere meinen der Mann sei ein Liebhaber der Nonne gewesen die meisten erzählen sich aber folgende Geschichte vor alten Zeiten hat in der Gegend ein boshafter und habsüchtiger Mann gelebt dem seine Schwester hinderlich gewesen eine große Erbschaft zu machen er hat sie deshalb heimlich und mit Gewalt in das Kloster bringen lassen wo sie hat Nonne werden müssen und zu den Leuten hat er gesagt sie sei gestorben erst auf seinem Sterbebette hat er seine Missetat entdeckt und nun ein großes Verlangen gehabt seine Schwester nur noch einmal zu sehen dazu ist er aber nicht mehr gekommen denn er ist gleich darauf gestorben zur Strafe hat er nun im Grabe keine Ruhe und er muss alle Jahre einmal ohne Kopf auf einem glühenden Wagen nach dem Kloster fahren sage 242 der Spuk auf der Brücke zu Püritz auf dem Wege von Püritz nach Stagat liegt eine steinerne Brücke auf der man oft ein seltsames Gespenst sieht im siebenjährigen Kriege nämlich als die Russen in diese Gegend kamen war dort ein alter Mann der mit seinem kleinen Sohne vor dem Feinde zur Stadt flüchten wollte gerade auf dieser Brücke aber wurde er von den Russen überfallen und samt seinem Kinde erschlagen diesen alten Mann nun sieht man des Nachts an der Brücke er steht mitten auf derselben sein Todeskind im Arme beide in hellgrauem Zeuge auf dem man viele Blutflecken sieht noch vor wenigen Jahren hatte ihn ein Bauer aus Bresen gesehen dieser kam in der Nacht des Weges um Chorn nach der Stadt zu fahren als er an die Brücke kam blieben auf einmal seine Pferde stehen und wollten mit aller Gewalt nicht hinüber der Bauer stieg daher zuletzt vom Wagen und fasste die Pferde am Zügel während seine Knechte auf die Tiere losschlagen mussten so gelang es endlich die Tiere die vor Angst am ganzen Leibe zitterten und schwitzten in Bewegung zu sitzen kaum war dies aber geschehen als sie mit solcher Gewalt sich losrissen und davon flogen dass der Bauer und seine Knechte sie erst vor dem Tore der Stadt Pyritz wieder fanden als die Leute bei dieser Gelegenheit sich umsahen haben sie das Gespenst erblickt sage 243 der Teufel in Greifenberg es ist schon länger als 200 Jahre her als in der Stadt Greifenberg ein armer Knabe lebte eines Kammernherrn Sohn dem schon in seinem sechsten Jahre seine beiden Eltern gestorben waren es hatte ihn nach deren Tode seines Vaters Schwestermann zu sich genommen der war aber sehr hart gegen den Knaben weil er ihn ernähren, kleiden und zur Schule halten musste ohne dafür Kostgeld zu bekommen und wie das Kind kaum elf Jahre alt war da jagte er es unbarmherzigerweise von sich und hieß es gehen wohin es wolle der arme Knabe verließ darauf die Stadt und nahm sich vor gen Danzig zu gehen wo noch Freundschaft seiner Mutter wohnte er versprach sich aber auch davon wenig da er so sehr hart von den Menschen bis jetzt war behandelt worden in solchen traurigen Gedanken ging er weiter und beachtete es nicht dass er in die Irre geraten war wie er nun einmal in der Freitagnacht ganz verlassen da lag so trat auf einmal der böse Feind in der Gestalt eines schwarzen Mannes zu ihm und beretete ihn dass er nach zwölf Jahren sein eigen sein und ihm darüber eine Handschrift mit seinem Blute geben wolle wogegen er ihm versprach dass er ihm in dieser Zeit allen Halben wo er es nur begehrte die Schlösser eröffnen ihm auch sonst Geld genug verschaffen werde der Knabe erschrak zwar anfangs und konnte sich nicht entschließen aber der Teufel ließ ihm keine Ruhe brachte auch gleich Papier und Feder hervor und hieß ihn sich in den Mittelfinger der rechten Hand zu schneiden das Blut in die Feder laufen zu lassen und also zu schreiben das tat der Knabe und das Blut sobald er die Feder voll hatte fing von selbst an sich zu stillen dass es ihm am Schreiben nicht hinderte also schrieb er die Handschrift acht Zeilen groß mit solchen Worten dass er seinen Gott verschwor dagegen alles bekomme was er begehre dass er davon nicht zurückkehren könne sondern nach zwölf Jahren dem Teufel eigen sei mit Leib und Seele darauf stellte ihm der Teufel ein Buch zu worin allerlei gehörnte Tiere rot abgemalt und hebräische Buchstaben geschrieben waren und sagte ihm dabei wenn er dieses Buch bei sich habe so sei es ebenso viel als wenn er der Teufel selber bei ihm wäre der Satan verschwand hierauf der Knabe aber wurde noch dieselbe Nacht bis nach Oliva und Danzi geführt von nun an zog er viel in der Welt umher und lebte gut da ihm der Teufel immer Geld wenn auch nur in lauter halben Kroschen verschaffte nur musste er auf Befehl seines Meisters stets in zerrissenen Kleidern umhergehen sich auch der Schule, Kirche und des Gebets enthalten und wenn er ja vor der Mahlzeit einmal ein Gebet hatte sprechen müssen so musste er alle speisen so durch dieses Gebet gesegnet war wieder von sich brechen solches Leben trieb er an fünfterhalb Jahre da kam er eines Tages nach Greifenberg zurück und der Teufel sagte ihm er solle die Nacht in ein Haus gehen und sich all da Geld holen das tat der Knabe und jener öffnete ihm die verschlossenen Spinde und Kontore und übergab ihm vieles Geld so darin lag darüber wurde das verführte Kind aber ergriffen und von der Obrigkeit eingezogen nachdem er nun hier alles ausgesagt was der Teufel für Händel mit ihm betrieben hat man ihn, dem Geistlichen der Stadt Magister Dionysus Friedeborn einem überaus gelehrten Theologen und dessen Kollegen Magister Balthasar Simon übergeben die haben ihn täglich besucht und ermahnt auf den Kanzeln für ihn gebetet und sich viele Mühe gegeben ihn aus des Teufels Stricken und Banden zu erretten dem widersetzte sich der Teufel mit aller seiner Macht also dass er das Kind jetzt leibhaftig besaß und schreckliche Worte aus ihm redete der arme Knabe verzweifelte darüber an Gottes Gnade doch nahmen die geistlichen Herren sich seiner so gewissenhaft an und leisteten dem Teufel so tapferen Widerstand dass er zuletzt begehrte er wolle in die Kirche gehen darin öffentlich beichten und sich das heilige Sakrament reichen lassen das hat er denn getan an einem Sonnabendmorgen im Beisein vieler Zeugen wie wohl mit großer Angst und mit Zittern und Schweiß allein dies konnte ihm noch nicht helfen denn nun erschien in der darauffolgende Nacht der Teufel vor ihm und schalt ihn entsetzlich und forderte das Buch von ihm zurück so er ihm vor fünf Jahren gegeben das hatte der Knabe nicht denn er hatte es weit weg vergraben und deshalb drohte er ihm er solle seine Handschrift nicht eher zurück haben als bis das Buch wieder herbeischaffte dabei quälte und ängstigte er den Armen entsetzlich also dass alle Gebete der Geistlichen ihn nicht aufrichten konnten endlich brachte man ihn in die Kirche all da musste er eifrig beten die Predigt anhören und als dann nach vorgegebenem öffentlichem Gebet kniend vor dem Altare seine Handschrift wieder rufen aufs Neue dem Teufel mit allen seinen Werken und Wesen entsagen den christlichen Glauben ganz nach sprechen und darauf zum Tische des Herrn gehen so dann rief die ganze christliche Gemeine Gott an dass der Teufel durch dessen Gnade und Altmacht gezwungen werde die Handschrift dem Knaben wieder zu bringen damit er öffentlich zu Schanden gemacht werde solches wirkte denn auch so viel dass der Teufel in der nächsten Nacht nach elf Uhr mit einem gräulichen Brausen zu dem Knaben kam und ihm seine Handschrift vor den Kopf warf mit diesen Worten ich bin deinetalben genugsam darum geschoren von der Zeit an ist der Knabe von dem bösen Feinde befreit geblieben die Obrigkeit hat ihn auf freien Fuß gesetzt und er hat sich so wohl gehalten dass er unter der Kaiserlichen Armee mit Ruhm eine Korporalschaft bedient hat solches ist geschehen im Jahre 1624 sage 244 der schussfeste General in der Zeit des dreißigjährigen Krieges war in Greifswald ein alter österreichischer General namens Perusius Kommandant der Stadt die Leute nennen ihn noch den alten General Pruse dieser verstand die Kunst sich gegen Kugeln festzumachen und es hatte ihm deshalb in allen Gefechten die er mitgemacht hatte keiner etwas anhaben können in einem Gefechte mit den Schwedischen wurden einmal mehr als 20 Kugeln hintereinander auf ihn abgeschossen ohne dass sie ihm Schaden taten zuletzt aber kam ein schwedischer Soldat der einen geerbten silbernen Knopf in der Tasche hatte den ladete er in sein Gewehr und damit erschoss er den General denn gegen solche geerbte Knöpfe schützt keine schwarze Kunst dies geschah auf dem Rosenthal bei Greifswald wo der Geist des alten Generals des Nachts noch herumgehen soll Ende von Abschnitt 38 Abschnitt 39 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von Jodokus Temme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Sage 245 Der Schwarzkünstler in Eldenahr Vor ungefähr 200 Jahren hatte der damalige Hauptmann Schample zu Eldenahr einen Informator bei seinen Kindern namens Christoph Böhm aus Annaberg in Sachsen dieser hatte einen kleinen Zaubergeist der ihm zu gewissen Zeiten als eine schöne Dame unter dem Namen Laureta erschien und ihm zu Diensten war er hatte diesen Geist als er zu Leipzig studierte von seinem Stubengesellen in einem zugetrunkenen Glase überkommen und konnte sich seitdem nicht von ihm trennen Anfangs verspürte man nichts davon der Informator der zugleich Kandidat der Theologie war predigte vielmehr in der Kirche zu Wieg öfters und mit vielem Beifall Zuletzt geschah es aber dass der älteste Sohn des Hauptmanns welcher zu Kreiswald studierte mit einigen anderen Studenten herausgekommen war um nach der Scheibe zu schießen dabei war es den allen verwunderlich wie auf einmal einigen von ihnen die Gewehre besprochen waren so dass sie gar nicht losgehen wollten durch das sonderbare Betragen des Kandidaten bekam man alsbald Verdacht auf ihn dieser Zauberei halben der Hauptmann fing daher an gegen ihn zu inquirieren und obgleich er zuerst nichts gestehen wollte musste er doch zuletzt nachdem man ihn auf die Tortur gebracht hatte von dem Pakt den er mit dem Teufel geschlossen und von seinem ganzen sündhaften Leben mit dem Geiste ein getreuliches und vollständiges Bekenntnis ablegen er wurde hiernächst auf dem Hofplatze zu Eldena enthauptet Sage 246 Sidonia Borken Vor ungefähr 200 Jahren lebte einmal in Pommern ein adliges Fräulein aus einem alten und vornehmen Geschlechte Sidonia von Borken geheißen von der sagen die Leute dass sie eine arge Hexe und Zauberin gewesen sei einige behaupten zwar die sei nicht wahr und sie sei unschuldig gewesen aber es ist doch nicht zu leugnen dass sie zu Stettin vor dem Tore als Hexe öffentlich verbrannt ist in ihrer Jugend soll sie ganz ausnehmend schön gewesen sein und weil sie auch reich und vornehm war begab sie sich an den Hof der Herzoge von Pommern zu Volgast und Stettin schon da soll sie angefangen haben zu hexen denn der Herzog Ernst Ludwig zu Volgast entbrannte der Gestalt in Liebe zu ihr dass er sie mit aller Gewalt heiraten wollte die stettinischen Fürsten wollten dies aber nicht zugeben brachten es vielmehr zu Wege dass der Herzog das schönste Fräulein heiratete so dazumalen in Deutschland war nämlich die Prinzessin Hedwig von Braunschweig darüber geriet Sidonia Borken in einen großen Zorn und sie fuhr in ihren bösen Künsten nun dadurch fort dass sie die sechs jungen Fürsten welche in damaliger Zeit zu Stettin waren und sämtlich junge Gemahlinnen hatten also verzauberte dass sie ohne Erben sterben mussten darauf ging sie aus Vertruss in das Jungfrauenkloster zu Marienvlies zwischen Staggart und Freien Walde in Hinterpommern hier soll sie nun einen sehr ärgerlichen boshaftigen Lebenswandel getrieben haben und sie hat fast nichts getan als sich mit Zauberei abzugeben insbesondere hat sie Bekanntschaft gemacht mit einer alten Zauberin Wolter Albrechts von dieser hat sie einen kleinen Zaubergeist namens Jim gekauft der ihr nun zu allen ihren Teufelskünsten geholfen der selber hat für gewöhnlich die Gestalt einer Katze gehabt er hat aber auch manchmal sich als ein dreibeiniger Hase mit einem weißen Ringe um den Hals gezeigt sie hat ihn überall hingeschickt wenn sie ihre Feinde hat quälen oder ums Leben bringen lassen so hat sie ihn auch insbesondere einmal nach dem Dorfe Böck gesandt dort war ein Prediger namens Lüdecke der hatte öffentlich auf der Kanzel über ihr ärgerliches Leben geschimpft dafür schickte sie flugs ihren Schimm zu ihm dass er ihm den Hals umdrehen musste wovon der arme Mann eines gar schrecklichen und erbärmlichen Todes ausgestorben ist wenn sie nun so jemanden hat töten oder matern lassen dann hat sie sich die Hände gerieben und den Spruch getan so krabben und kratzen meine Hunde und Katzen auch hatte sie immer grüne Besen kreuzweise unter ihrem Tische liegen und soll die Gewohnheit gehabt haben sich drei Donnerstage nacheinander in demselben Wasser zu baden wenn ihr Gesinde zu Bette gegangen hat sie sich gewöhnlich hingesetzt und den Judaspsalm gebetet als ihr Schimm auf die Letzt etwas schwach geworden und nicht alles was sie gewollt mehr hat ausführen können hat sie sich von der Wolter Albrechts deren Geist welcher Jürgen geheißen zur Hilfe geben lassen solche Zauberkünste hat sie getrieben bis sie an die 80 Jahre alt geworden da hat man zuerst die Hexerei der Wolter Albrechts entdeckt und diese hat darauf als man sie auf der Folterbank peinlich gefragt auch von der Sidonia Borgen alles bekannt man hat so dann auch diese Letztere vor Gericht gezogen anfangs hat sie hartnäckig geleugnet und sich für unschuldig erklärt zuletzt aber als man auch sie peinlich gefragt hat sie all ihre Gräueltaten zugestanden deren dann eine Menge an den Tag gekommen sie ist darauf im Jahre 1620 vor dem Mühlentore zu Stettin enthauptet und ihr Körper verbrannt worden man sagt dass dabei aus dem Scheiterhaufen eine Elster in die Höhe geflogen sei ihre Seele soll man in Gestalt dieses Vogels noch jetzt oft in der Abenddämmerung vor dem Mühlentore herumfliegen sehen selbst während ihres Hexenprozesses hat sie das Zauber nicht unterlassen können so lebten zu damaliger Zeit zwei Herren von Mühlentin die reiseten eines Tages zwischen Schlötenitz und Schelin und wie sie dabei über den Prozess der Sidonia Borgen sich unterrichteten erhob sich urplötzlich ein so gräuliches Stürmen und Brausen in der Luft dass die Pferde vor dem Wagen sich losrissen und davon liefen sie wurden erst bei Starkart ganz verschüchtert wiedergefunden das Zauberwesen wodurch sie die Sechs Fürsten zu Stettin und wahrscheinlich auch deren Gemahlinnen unfruchtbar gemacht soll sie ihrem eigenen Geständnisse nach in ein Schloss festgeschlossen und dann in den See zum Marienvlies versenkt haben viele Leute halten die Sidonia Borgen aber auch noch für ganz unschuldig sie soll kaifischer und neugieriger Natur gewesen sein und dabei abergläubig so dass sie sich gern mit alten Wahrsagerinnen abgegeben darum habe man denn die unwahren Anklagen gegen sie erhoben dass sie selbst eine Zauberin sei welche von ihr nur durch die grausamen Qualen auf der Tortur mittels Geständnisses bestärkt worden sind Sage 247 Der unschuldige Hexenmeister In dem Dorfe Boltenhagen im Kreise Greifswald lebte einmal ein frommer kluger Mann der für einen Hexenmeister gehalten wurde er wurde daher an einen Pfahl gebunden um lebendig verbrannt zu werden da sprossen aber auf einmal drei frische grüne Zweige aus dem Pfahle heraus und nun erkannten alle Leute dass er unschuldig sei worauf sie ihn am Leben ließen Sage 248 Die verbrannte Hexe zu Hohendorf In dem Dorfe Hohendorf im Kreise Greifswald lebte einmal eine Küsterfrau die eine Hexe war sie wußte sich zwar sehr fromm und gottesfürchtig zu stellen so dass sie die Bibel auswendig wußte und dass der Pfarrer von ihr sagte sie sei eine seiner andächtigsten Zuhörerinnen aber ihre Teufelsstreiche kamen zuletzt doch ans Tageslicht und sie wurde nun zum Feuertode verurteilt dann nahm der Prediger der noch immer an ihre Schuld nicht glauben wollte mit ihr die Abrede dass sie nach ihrer Hinrichtung ihm erscheinen solle wenn sie unschuldig sei als eine Taube sonst aber als ein Rabe nachdem sie nun aber hingerichtet war da erschien auf einmal dem Prediger ein schwarzer Rabe der schrie deutlich quarks quarks Gott einmal verschworen derselbe ewig verloren darauf erkannte der Prediger dass er sich doch geirrt habe und dass Kirchgehen und Bibel lesen allein es nicht tun sage 249 die Hexenmütze und der Kreuzdornstock in der Stadt Krimmen gab es früher viele Hexen so wie die Stadt auch noch jetzt in dem Rufe der Hexerei steht einstmals sollten da selbst zwei Hexen zu gleicher Zeit verbrannt werden die eine davon starb bald die andere aber konnte gar nicht zu Tode kommen denn das Feuer des Scheidehaufens stieß immer von ihr ab anstatt sie zu ergreifen da kam ein Mann mit einem Kreuzdornstock herbei mit dem stieß er der Hexe welche Maria Krüger hieß eine schwarze Mütze vom Kopfe die man ihr gelassen hatte mit einem Male flog ein schwarzer Rabe von ihr und nun verbrannte sie augenblicklich sage 250 das Gespenst zu Hohenbünzow zu Weihnachten des Jahres 1687 hat sich in dem Pfarrhause des Dorfes Hohenbünzow ein gar sonderbarliches Gespenst eingefunden es erschien am ersten Weihnachtstage als der Pastor nicht zu Hause sondern zur Verrichtung von Predigen nach Rubko gereist war an dem Abend dieses Tages wie es etwas finster geworden und seine Frau und Tochter sich in der Stube mit Singen und Beten beschäftigten erschien das Gespenst auf einmal in der Stubentür und hat bald wie ein Hund gebellt bald geschrien wie ein Ziegenbock bald an der Stubentür gekratzt und gewaltsam gerissen um sie zu öffnen das hat also lange gedauert obgleich die Frau und Tochter des Predigers fleißig am Beten verblieben bis zuletzt die Tochter mutgefasst und an die Tür getreten und mit lauter Stimme ausgerufen du Teufel du höllische Schlange des Weibes Samen soll dir den Kopf zertreten worauf der Geist von der Stubentüre gewichen und zu der Küchentüre gegangen in der Küche war die Magd des Pfarrers dieser hatte Mut und nahm zwei Stücke Holz die war sie nach ihm sodass sie ins Kreuz zu liegen kamen da fuhr er plötzlich durch die verschlossene Haustüre ab einen gräulichen Gestank hinter sich zurücklassend dabei hat man dann vermerket dass es der Teufel selbst sein müsse denn er hat einen langen Schwanz und einen großen Pferdefuß gehabt man hat das Gespenst nicht wieder gesehen Ende von Abschnitt 39 Abschnitt 40 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von J. Douglas Timme Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Sage 251 Die sieben bunten Mäuse Vor langer Zeit lebte zu Putmin auf Rügen eine Bauernfrau die hatte sieben Kinder welches lauter Mädchen waren das älteste zwölf und das jüngste zwei Jahre alt die Kinder waren alle übereins gekleidet und trugen bunte Röcke und bunte Schürzen und rote Mützen da trug es sich einst auf einen Karfreitag zu dass die Frau mit ihrem Manne zur Kirche ging und die sieben Kinder allein zu Hause ließ diese waren anfangs still und fromm nun aber hatte die Frau hinter den Ofen einen Beutel mit Nüssen und Äpfeln gestellt den sie des Nachmittags ihrem kleinen Paten schenken wollte den bekamen die Kinder zu sehen und darauf war es mit ihrer Ruhe aus sie fielen über den Beutel her und schmauseten Äpfel und Nüsse auf so viel deren darin waren darüber erzirnte sich die Frau als sie aus der Kirche zurück kam und sie konnte sich nicht mäßigen obgleich es am stillen Freitag war sondern schimpfte die Kinder laut und weil man kleine Diebe auch wohl Mausemärten zu nennen pflegt so ging sie in ihrem Zorne so weit dass sie ausrief der Blitz ich wollte dass ihr Mausemärten alle zu Mäusen würdet einem solchen schrecklichen Fluche an dem heiligen Tage und gegen die eigenen Kinder folgte aber die Strafe auf dem Fuße nach denn kaum hatte sie die Worte gesprochen so waren auf einmal alle die sieben Kinder in sieben Mäuse verwandelt die liefen in der Stube hin und her mit bunten Leibern und roten Köpfen wie die Kinder sie getragen hatten da erschrak die Frau sehr und wußte nicht was sie in ihrer Angst anfangen solle mittlerweile kam der Knecht und öffnete die Tür und nun liefen die sieben Mäuse alle auf einmal durch die offene Tür zur Stube hinaus und aus dem Hause und immer weiter über das Putminer Feld und das Günser Feld und das Schoritzer Feld und endlich über das Dumsewitzer Feld in einen kleinen Busch hinein die Mutter lief ihnen nach und weinte und jammerte und bat den lieben Gott dass er ihr doch ihre Kinder wiedergeben möge aber sie konnte sie nicht einholen in dem Busche hinter dem Dumsewitzer Felde war ein klarer Teich auf diesen liefen die sieben Mäuslein zu und erst an dem Ufer blieben sie stehen und sahen sich um da erblickten sie die Mutter die ihnen gefolgt war und nachdem sie die eine Weile angesehen hatten sprangen sie auf einmal alle sieben in das Wasser und gingen sogleich unter als die Bauernfrau dieses Unglück sah da wurde sie vor großem Schreck zu einem Stein und rührte nicht Hand oder Fuß mehr der Busch in welchem dieses geschehen ist heißt seitdem der Mäusewinkel den Teich sieht man noch darin und an demselben auch noch einen großen runden Stein in den die Frau verwandelt ist aus dem Teiche kommen alle Nacht die sieben bunten Mäuse heraus und tanzen um den Stein herum eine ganze Stunde lang von zwölf Uhr bis um eins der Stein klingt dann als wenn er sprechen könnte die Mäuse singen dabei einen Gesang welcher also lautet »Herut, Herut, Herut, du junge Brut den Brüdergamschall kamen so heben die doch gar zu früh den junges Leben nahmen sit der recht oben stehn wat hiflesch und behn um wie gan mit dem Kranse seven Junggesellen und führen Schellen »Juche Tomhochtitsdanse« man sagt dass dieses Lied bedeuten soll dass die Mäuse und die Frau einstens wieder in Menschen können verwandelt werden dies soll auf folgende Weise geschehen es muss eine Frau sein gerade so alt wie die Bauernfrau als sie aus der Kirche kam die muss sieben Söhne haben gerade so alt als die sieben kleinen Mädchen waren da sie verwandelt wurden wenn die Frau nun mit ihren sieben Söhnen auf einen Karfreitag gerade um die Mittagszeit in den Mäusewinkel kommt und sie sich alle auf den runden Stein setzen dann wird dieser Stein und die sieben Mäuse wieder zu Menschen werden und sie werden gerade so aussehen und dieselben Kleider tragen wie vor tausend Jahren zur Zeit ihrer Verwandlung wenn dann die vierzehn Kinder groß werden so sollen sie einander heiraten und sie sollen sehr glücklich und reich werden denn alle Güter und Höfe ringsumher sollen ihnen gehören sage 252 der Erbdegen in der Gegend vom Dorfe Christo unweit des Greifswalder Bottens liegt im Felde ein Teich in welchem früher große Schätze sollen verborgen gewesen sein die sind aber jetzt heraus es lebte nämlich vor Zeiten dort in der Gegend ein Bauer zu dem kam eines Tages ein fremder Knecht der sich bei ihm vermieten wollte der Bauer fragte den Knecht welchen Lohn er denn verlange worauf dieser ihm erwiderte was er verlange sei nur eine Kleinigkeit die für den Bauern gar keinen besonderen Wert habe dieser wisse nicht einmal dass er sie besitze weil der Knecht nun ein schmucker ruhiger Mensch war so nahm der Bauer ihn auf obgleich er aus seinem sonderbaren Begehren wegen des Lohnes nicht recht klug werden konnte der Knecht war auch treu und fleißig und es geriet alles unter seinen Händen was er vornahm so dass der Bauer ganz zufrieden mit ihm war wie nun sein Jahr um war so trat der Knecht vor den Bauern und verlangte seinen versprochenen Lohn der Bauer erwiderte ihm aber wie kann ich dir den geben du sagst dir selbst ich wisse nicht einmal dass ich die Sache habe die du begehrt hast darauf sprach der Knecht oben auf deinem Boden hast du einen Erbdegen den erbitte ich mir als Lohn den versprach ihm der Bauer wenn er gleich von dem Degen nichts wusste sie gingen also zusammen oben auf den Boden dort zeigte der Knecht ein altes ganz verrustetes Schwert das hinter einer Latte und am Dache steckte in einer Gegend in welcher der Bauer sich niemals umgesehen hatte das Schwert hatte keinen besonderen Wert wie der Bauer bald sah es war nicht einmal eine Scheide dabei der Bauer sagte daher zu dem Knechte er könne es sich nur nehmen aber dieser entgegnete ihm wenn ich es mir selbst nehme so kann es mir nichts helfen du musst es herunterlangen und mir geben der Bauer war das am Ende auch zufrieden und es geschah so am anderen Morgen nun trat der Knecht vor seinen Herren und bat ihn einen Wagen anzuspannen er wolle ihm nun zeigen warum er den Erbdegen von ihm erbeten der Wagen wurde angespannt und sie fuhren zusammen hinaus sie fuhren zu dem Teiche von dem ich oben gesagt habe wie sie dort angekommen waren sagte der Knecht zu den Bauern nun pass auf was ich dir sagen werde und was geschehen wird ich werde so wie ich bin mit meinem Degen in den Teich springen dann wirst du ein schreckliches Stürmen und Brausen des Wassers sehen davon musst du dir aber nicht Angst werden lassen sondern nun musst du gut aufpassen was weiter geschieht und ob das Wasser danach schwarz oder rot wird wird es schwarz dann ist alles vorbei und es taugt nicht und du kannst nur geschwinde mit deinem Wagen umdrehen und nach Hause jagen denn sonst kostet es dir den Hals wenn es aber rot wird dann habe ich gewonnen und du wartest ruhig bis ich aus dem Wasser zurückkomme als der Knecht das gesprochen hatte stieg er vom Wagen und sprang in den Teich hinein die Spitze des Erbdegens nach unten gekehrt er verschwand alsbald unter dem Wasser so daß nichts von ihm zu sehen war eine Weile blieb alles ruhig allein auf einmal erhob sich tief unten im Teiche ein dumpfes wildes Tosen das immer stärker wurde und nach oben sich hinzog darauf geriet der ganze Teich in eine erschreckliche Bewegung die Wellen schlugen Turm hoch in die Höhe und brauseten so fürchterlich dass den Bauern fast hören und sehen verging er gedachte aber der Worte des Knechtes und sprach sich Mut ein und hielt die Pferde fest die davon jagen wollten nach einiger Zeit wurde auf einmal alles wieder still und jetzt sah der Bauer wie der ganze Teich sich rot färbte nun dauerte es auch nicht lange da kam der Knecht aus der Tiefe des Wassers wieder hervor er war wohlbehalten und trug mit beiden Händen eine schwere Kiste mit der stieg er ans Ufer und legte sie auf den Wagen des Bauern und zu diesem sprach er das soll dein Teil sein weil du mich gut gehalten und mir den Degen gegeben hast fahre du jetzt nach Hause denn ich muß wieder in den Teich und holen mir auch mein Teil damit ging er in den Teich zurück der Bauer aber fuhr mit seiner Kiste nach Hause und wie er sie da öffnete waren lauter alte aber blanke Thaler darin den Knecht hat er Zeit seines Lebens nicht wieder gesehen Ende von Abschnitt 40 Abschnitt 41 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von Jodogus Timme Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Sage 253 Der Kalfater oder Klabatermann In Pommern erzählt man sich folgendes Sobald ein neues Schiff fertig und von seiner Mannschaft in Besitz genommen ist zieht ihn dasselbe auch ein kleiner Geist ein Die Schiffer nennen ihn den Kalfater oder Klabatermann Er ist ein guter Geist sowohl für das Schiff als für die Mannschaft Gesehen haben ihn nur wenige denn es ist ein Unglück für den der ihn sieht die ihn gesehen haben sagen er sei kaum zwei Fuß groß er soll eine rote Jacke weite Schifferhosen und einen runden Hut tragen andere aber sagen dass er ganz nackt sei je weniger man ihn sieht desto öfter kann man ihn im Schiffe hören denn für dieses sorgt und müht er sich ohne Unterlass er hilft im Raum die Ballen nachstauchen er Kalfater das Schiff da wo kein Mensch zukommen kann woher er auch den Namen hat wenn der Schiffer in der Kajüte eingeschlafen ist das Schiff aber von Gefahr bedroht wird dann fühlt er sich plötzlich vom kleinen Klabatermann angestoßen dass er erwacht und aufhört und nun geschwinde anordnet was zur Abwendung der Gefahr nötig ist die Schiffsleute wissen recht gut dass dies alles der kleine Kalfater tut sie sagen auch nicht anders als hörst du wohl da ist er wieder wenn sie ihn unten im Raume oder draußen an den blanken Handtieren hören die Matrosen suchen sich gut mit ihm zu halten denn den flinken Matrosen hilft er wo sie irgendeine Arbeit haben dass sie frisch und gut von der Hand geht er sorgt dafür dass die Tauer beim Einrahmen der Segel auch beim schärfsten Winde nicht schlenkern er erleichtert ihnen die halbe Arbeit beim Aufhissen der Anker und wenn ein flinker Bursch von einem Schiffe auf ein anderes abgeht dann gibt ihm der Klabatermann ein Zeichen mit woran ihn der Klabatermann des anderen Schiffes kennt damit er ihm ebenso gut und helfend sei die faulen und trotzigen Matrosen dagegen zwickt und quält er und tut ihnen allerlei tort an bis sie zuletzt flink und fleißig werden und wenn alles nicht hilft so zeigt er sich ihnen zuletzt und schneidet ihnen Gesichter zu dann ist es aber auch aus mit ihnen denn wer den Klabatermann mit leiblichen Augen sieht dessen letztes Stündlein hat geschlagen die Matrosen tun ihm daher alles zu gefallen und setzen ihm oft des Nachts von ihrem Lieblingsessen hin von wem er so etwas annimmt und gegessen hat dem ist er gar absonderlich gut besonders laut und rührig ist der Kalfater wenn Sturm kommt oder das Schiff sonst in große Gefahr gerät man hört ihn dann an allen Ecken und Kanten er sorgt für alles und hilft bei allem dieser Geist wenn er einmal in ein Schiff eingezogen ist weicht von demselben nicht wieder als bis es zugrunde geht wenn er das aber merkt und wenn er einsieht dass trotz aller Mühe und Arbeit das Schiff nicht mehr zu retten ist dann verlässt er es endlich auch hierbei zeigt er noch seine Freundschaft für das Schiffsvolk denn da man ihn nicht sehen kann so steigt er so hoch er kann und stürzt sich dann von oben her mit großem Geräusche vom Schiff in das Wasser damit man ihn hören könne einige sagen er steige bei solcher Gelegenheit auf die äußerste Spitze des Buchspritz und springe von dort her in die See wer ihn aber dort sehe mit dem sei es für immer aus wenn nun der Klabater Mann das Schiff verlassen hat dann weiß das Schiffsvolk dass es mit demselben ein Ende hat es legt jetzt keiner mehr Hand an denn Rettung des Schiffs ist nicht mehr möglich jeder sucht nur sich selbst zu retten so Geschwinde er kann denn man weiß auch dass der Klabater Mann bis zum letzten Augenblicke bei dem Schiffe und bei der Mannschaft aushält manche behaupten dass nicht jedes Schiff einen solchen Kallvater habe sondern dass ein solches Glück nur wenigen Schiffen zuteil werde denn die Klabater Menschen sollen die Seelen von Kindern sein die tot geboren oder sonst vor der Taufe gestorben sind wenn solche Kinder nun in einer Heide unter einem Baume begraben werden und von einem solchen Baume irgendetwas zu dem Bauer des Schiffes verwendet ist dann geht mit dem Holzer die Seele des Kindes als Klabater Menschen in das Schiff hinein die dies behaupten sagen auch dass ein solches Schiff das einen Kallvater besitzt niemalen zugrunde gehen könne einige sagen dass man den Klabater Mann auch ohne Gefahr zu sehen bekommen könne das muss man auf folgende Weise anfangen man muss nämlich des Nachts zwischen zwölf und ein Uhr allein zum Spilloch gehen und sich selbst durch die Beine durch und so durch das Spilloch sehen dann kann man den kleinen Geist erblicken wie er an der Vorderseite des Spillochs steht wenn man ihn dann aber nackt sieht so muss man sich hüten dass man nicht etwa aus Mitleid ihm Kleider zuwirft womit er sich kleiden solle denn das kann er nicht vertragen er wird über solch Mitleid leicht böse und meint man wolle sich dadurch mit ihm abfinden sage 254 das Brotmännlein in Stettin in Stettin kam eines abends spät ein Bürgersmann aus dem Wirtshause um nach seiner Wohnung zurückzukehren als er wenige Schritte gegangen war stand auf einmal ein ganz kleines Männlein mit einem großen schweren Sack vor ihm und fragte ihn willst du Brot? der Bürger erschrak dass er nichts antworten konnte wich auf die Seite und lief eilends davon das kleine Männlein aber lief hinter ihm her und war immer ganz dicht ihm an den Fersen und als er endlich an seinem Hause angekommen war da fragte es noch einmal willst du Brot? der Bürger antwortete auch diesmal nicht da nahm das Männlein den Sack und warf ihn gegen das Haus das klang gerade wie lauter Gold und Silber gleich darauf waren Männlein und Sack verschwunden sage 255 das Waldhorn zu Galko in dem Herrenhause des Hofes Galko am Greifswalderbotten welcher gegenwärtig der Familie von Wald zugehört spukt es schon seit langen Zeiten auf eine gar sonderbare Weise man hört nämlich oft besonders in stillen Nächten ganz deutlich den Ton eines Waldhorns welches die Melodie des geistlichen Bußliedes bläst Herr an dir hab ich gesündigt dies Blasen geht manchmal durch das ganze Haus meistenteils ist es aber oben auf dem Boden von der Entstehung desselben erzählt man sich folgende Geschichte vor vielen Jahren als das gut noch bei einer anderen Familie war lebte zu Galko einmal ein Herr der ein sehr ausschweifendes Leben führte wie der eines Abends in der Abenddämmerung mit seinem Kutscher von Greifswald zurückgefahren kam da sah er am Wege ein Frauenzimmer stehen die schön von Gliedern und Angesicht und mit herrlichen Kleidern angetan war der Gutsherr ließ Geschwinde halten und begab sich mit der Fremden in ein Gespräch er sagte ihr viel Schönes und Liebes und sie war sehr freundlich gegen ihn so dass er in heißem Verlangen zu ihr immer mehr entbrannte was er aber in seiner Liebeshitze nicht bemerkte dass er sah auf einmal der Kutscher nämlich dass das Frauenzimmer einen Pferdefuß und ein Hühnerbein hatte und also der Teufel selbst war der den Herrn auf solche Weise sich zu eigen zu machen gedachte der Knecht kreuzte und segnete sich und rief in großer Angst seinem Herrn zu was er gesehen hatte darauf erkannte auch dieser den Teufel und er entsetzte sich dermaßen dass er vor Schreck kaum wieder in seinen Wagen zurück konnte der Teufel lachte ihm höhnisch nach von der Zeit an hatte der Gutsherr keine Ruhe mehr sein einziger Trost war nur wenn er auf seinem Waldhorne dessen er ein großer Freund war die Melodie des Liedes blasen konnte Herr, an dir hab ich gesündigt das Lied hört man seitdem jeden Abend und jede Nacht denn auch nach seinem Tode muss er nun umgehen und es blasen sage 256 die brennende Mütze in der Gegend von Greifenhagen lebte einmal ein Amtmann der sehr reich war sein Getreide gedieh immer am besten auf dem Felde und seine Herden vermehrten sich von Jahr zu Jahr da nahm er zuletzt einen Schäfer an dem er auf dessen eigene Gefahr seine Schafherde verpachtete von Stund an ging die Herde zugrunde es ging beinahe kein Tag vorbei dass nicht ein paar der schönsten Schafe starben der Schäfer musste sie mit schwerem Gelde ersetzen so dass er zuletzt so arm wurde dass er kein Brot mehr im Hause hatte bald darauf starb der reiche Amtmann um diese Zeit ging der Schäfer einmal in den Wald um sich etwas trockenes Holz zu suchen damit er sich und seine Kinder gegen die Kälte schützen könne in dem Walde fand er einen Strick und wie er gerade recht über sein Elend nachdachte so nahm er in großer Verzweiflung denselben um sich daran aufzuhängen auf einmal kam ein kleiner Mann auf ihn zu der ermahnte ihn von seinem Vorhaben abzustehen und erst mit ihm zu den Wohnungen der Bösen zu gehen das war der Schäfer zufrieden und der kleine Mann führte ihn zu den Wohnungen der Bösen hier sah er lauter brennende Menschen die mitten in den heißesten Flammen steckten unter denselben erkannte er auch seinen verstorbenen Herrn den Amtmann dieser brannte schrecklich und bat den Schäfer er möge seine Frau von ihm grüßen der Schäfer versprach ihm das aber er meinte die Frau werde ihm nicht glauben wenn er kein Zeichen von ihm habe darauf warf der Amtmann ihm eine brennende Mütze zu die aber sogleich aufhörte zu brennen als der Schäfer sie aufhob dabei sagte er zu diesen die soll er seiner Frau geben als hierauf der Schäfer gehen wollte sagte der Amtmann noch zu ihm dass er ihn mit den gestorbenen Schafen betrogen habe und er trug ihm auf sich seinen Schaden von seiner Frau ersetzen zu lassen der Schäfer ging zuletzt mit dem kleinen Manne wieder fort dieser begleitete ihn bis an sein Haus und sagte unterwegs zu ihm dass er ja die Mütze nicht behalten solle weil er sonst dahin müsse wo der Amtmann sei am anderen Tage ging der Schäfer zu der Amtmannsfrau der brachte er den Gruß von ihrem Manne und gab ihr auch die Mütze wogegen er den Ersatz für die bezahlten Schafe erhielt die Mütze behielt die Frau aber sie hatte von dem Augenblicke an dass dieselbe in ihrem Hause war keine Ruhe und kein Glück mehr sie ließ deshalb den Schäfer wieder kommen und bat ihn die Mütze zurückzunehmen das wollte dieser anfangs nicht als ihm die Frau aber sechstausend Taler bot da ließ er sich verblenden und nahm das Geld und die Mütze doch so wie er damit in sein Haus kam wurde er auf der Stelle gefährlich krank worauf er alsbald Mütze und Geld wieder auf das Amthaus schickte die Amtmannfrau wollte die Mütze aber auch nicht behalten und sie ließ sie daher in der Kirche des Dorfes einmauern wo sie sich noch befindet Ende von Abschnitt 41 Abschnitt 42 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von Jodokus Timme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Sache 257 Die Todesschlange In der Barkowischen Heide liegt nicht weit vor dem Holzwege der mitten durch die Heide geht ein einsames Bauernhaus in demselben wurde noch vor wenigen Jahren eine Todesschlange gezeigt von der man sich folgendes erzählt In dem Hause wohnten vor langen Zeiten einmal Bauersleute die nur ein einziges Kind hatten ein Mädchen von vier Jahren Im Sommer ließen sie das Kind vor dem Hause spielen wohin sie ihm auch des Mittags seine Milch mit eingebrockter Semmel brachten Wenn nun das Kind dies verzehrte so kam jeden Mittag plötzlich eine große Schlange herbei die sich zu ihm setzte und mit ihm von der Milch trank und von der Semmel aß es fürchtete sich gar nicht vor derselben wurde vielmehr so vertraut mit ihr dass es sie ohne Scheu auf den Hals klopfte und zu ihr sagte sie solle ihm nicht zu viel abtrinken seinen Eltern sagte es nichts hiervon als es aber eines Mittags viermal nacheinander Milch forderte da fiel dies der Mutter auf und wie sie das letzte Mal die Milch hingebracht hatte blieb sie hinter der Tür stehen um zuzusehen was das Kind mit der vielen Milch anfange auf einmal sah sie die Schlange herbeikommen welche die Milch aufzehren half darüber entsetzte sie sich und sie rief ihren Mann zur Hilfe der mit einem Knittel herbeikam um das Tier tot zu schlagen das Mädchen weinte zwar sehr und bar den Vater um Gnade für die Schlange aber er tötete sie doch von der Stunde an schwann das Kind an allen Gliedern und nach wenigen Tagen war es tot sage 258 die Vampire in Kasuben im Lande Kasuben hatte sich selbst vor nicht gar langer Zeit zugetragen dass zuweilen Kinder mit einer ganz feinen Kopfbedeckung wie ein zartes Mützchen auf die Welt gekommen sind das werden sehr gefährliche Menschen wenn sie gestorben und begraben sind man muss ihnen daher das Mützchen abnehmen und es trocknen und sorgfältig aufbewahren und bevor nun die Mutter nach ihren sechs Wochen zur Kirche und zum Opfer geht muss sie es verbrennen dass es zu Pulver kann gerieben werden dieses Pulver muss sie dann mit Muttermilch dem Kinde eingeben stirbt nämlich ein solcher mit der Mütze geborener Mensch bevor er auf diese Weise die Mütze selbst wieder aufgegessen hat so entsteht daraus das schrecklichste Unglück er richtet sich im Grabe wieder auf und verzehrt zuerst alles Fleisch von seinen eigenen Händen und Füßen samt dem Sterbehemde das er mit in den Sarg bekommen hat dann steigt er aus dem Grabe heraus und verzehrt nun die Lebenden zuerst sterben seine nächsten Anverwandten darauf die Entfernteren einer nach dem anderen wenn er keine Verwandtschaft mehr hat dann macht er sich an die Kirchenglocken in seinem Dorfe die läutet er des Nachts und nun muss alles sterben soweit der Schall der Glocken reicht jung und alt, groß und klein gegen dieses Elend gibt es als dann nur ein Mittel man muß den Toten wieder aufgraben und ihm mit einem Kirchhofsspaten den Kopf abstechen dann hör die Gefräßigkeit auf sage 259 die Wehrwölfe in Greifswald vor 200 Jahren waren zu einer Zeit in der Stadt Greifswald eine erschrecklich große Menge Wehrwölfe sie hatten besonders ihren Sitz in der Rochhofer Straße von da aus überfielen sie alle Leute die sich des Abends nach 8 Uhr außer dem Hause sehen ließen zu der damaligen Zeit waren aber viele beherzte Studenten in Greifswald die taten sich zusammen und zogen in einer Nacht gegen die Unhulde aus anfangs konnten sie ihnen nichts anhaben bis die Studenten zuletzt alle ihre silbernen Knöpfe zusammennahmen die sie geerbt hatten und damit die Untiere erlegten sage 260 der Wehrwolf bei Zarnow in der Gegend von Zarnow trieb sich noch vor wenigen Jahren ein grimmiger Wolf umher der Menschen und Vieh vielen Schaden tat einmal hatte er sogar ein Kind zerrissen da machten sich alle Bauern der Gegend auf und verfolgten ihn schlossen ihn auch in einem Busche ein als sie ihn hier aber erlegen wollten stand auf einmal ein großer fremder Mann mit einer Keule vor ihnen da erkannten sie dass sie einen Wehrwolf vor sich hatten dies war im Jahre 1831 sage 261 die Cholera es gibt noch jetzt in Pommern manche Leute die fest glauben die Cholera sei im Jahre 1831 absichtlich ins Land gebracht und zwar soll der Franzose das getan haben damit das Land entvölkert werde und er es wieder gewinnen könne um sein Vorhaben auszurichten soll der Franzose auf allerlei Wegen und unter allerlei Gestalten sich herbeigestohlen haben so erzählt man sich auch namentlich von Schettin folgendes eines Tages kam durch das Berliner Tor ein Mann in die Stadt hinein der eine große Kiste auf dem Rücken trug der Mann sah sich ängstlich nach allen Seiten um und suchte unbemerkt an der Schildwache vorbeizukommen die Schildwache bemerkte ihn aber und er wurde festgehalten und in die Wache gebracht dort wurde ihm befohlen seine Kiste zu öffnen er weigerte sich dessen zwar anfangs musste aber doch zuletzt Folge leisten da fand man in der großen Kiste eine andere kleinere in dieser fand man wieder eine und das ging eine ganze Zeit lang sofort so dass man immer auf eine kleinere Kiste kam als man aber endlich die kleinste öffnete da fand man darin ein ganz kleines kleines Männchen das war der Franzose der die Cholera in die Stadt bringen wollte sage 262 der prophezeiende Teufling in vielen Gegenden von Pommern an der Oder bei Kolbatz Wartenberg und an manchen anderen Orten erzählen sich die Leute folgende wunderbare Geschichte die sich im Jahre 1831 zugetragen hat als von Westen der Krieg und von Osten die Cholera in das Land einzubrechen drohte zu derselben Zeit fuhren nämlich eines morgens früh mehrere Bauersleute von jenseits der Oder nach Stettin als sie nun den langen Damm durch die Oderwiesen passierten hörten sie auf einmal unten aus der Wiese ein Kind rufen nehmt mich mit nehmt mich mit nehmt mich mit die Bauern stiegen ab und fanden im Grase ein ganz nacktes soeben geborenes Kind liegen sie erbarmten sich des armen Würmchens bei dem niemand war und legten es auf den Wagen sie berieten dann untereinander was sie mit dem Kinde machen wollten und sie kamen dahin überein dass sie es zuerst wollten taufen lassen. Sie gingen also damit zu einem Prediger in Stettin und baten diesen, dass er die Taufe verrichten möge, wozu er auch bereit war. Als er aber die Taufhandlung eben begonnen hatte, begab sich er auf einmal ein großes Wunder, denn das Kind verwandelte sich plötzlich in ein Stück blutigen Fleisches. Darüber entsetzten sich alle und der Prediger befahl den Bauern, dass sie das Fleisch an die Stelle tragen sollten, wo sie das Kind gefunden hatten. Das taten sie, aber kaum hatten sie die Wiese im Rücken, als sie das Kind wieder erbärmlich schreien hörten wie vorhin, »Nähmt mir mit! Nähmt mir mit!« Und wie sie nun zurückkehrten, fanden sie wieder das Kind, das sie des Morgens früh gefunden hatten. Sie erbarmten sich deshalb noch einmal des hilflosen Würmchens und brachten es zum zweiten Male zum Prediger, dass er es taufen möge. Allein, so wie der Prediger eben wieder die Taufhandlung begonnen hatte, verwandelte das Kind sich in einen Zander, Zannat Fisch. Der Pfarrer befahl ihnen daher zum zweiten Male, dass sie es zurücktragen sollten. Die Bauern taten das, aber es begab sich wieder ganz dasselbe wie das vorige Mal. Und als der Prediger das Kind jetzt wieder taufen wollte, verwandelte es sich in ein Brot. Da sagte der Prediger, »So wollen wir es denn aufschneiden?« und griff schnell zu einem Messer, um sein Vorhaben ins Werk zu richten. Plötzlich aber wurde das Brot wieder ein Kind und wuchs augenblicklich, sodass alle es sehen konnten, bis es ein feiner Knabe geworden war. Der sprach zu den Anwesenden, »Mich hat Gott gesandt, und ich will euch sagen, was das alles bedeutet, was ihr gesehen habt. Dass ich Fleisch geworden bin, bedeutet Krieg und großes Sterben. Dass ich Fisch wurde, das bedeutet Wassernoth. Dass ich aber Brot wurde, das bedeutet eine fruchtbare Zeit, die darauf folgen wird. Und wer die noch erlebt, der wird von allem genug haben und sich über nichts mehr beklagen dürfen. Darauf ließ das Kind sich nun ruhig taufen. Die Leute sagen, es solle noch in Stettin herumgehen. Vor einiger Zeit war in Pommern ein vornehmer Beamter, der sich vieler Gewalttätigkeiten schuldig gemacht hatte und zuletzt noch durch schwere Misshandlungen den Tod eines Unschuldigen herbeiführte. Dafür wurde er zum Tode verurteilt. Der König hat ihm darauf zwar das Leben geschenkt, aber befohlen, dass er zeitlebens einen roten Faden um den Hals tragen muss, zum Zeichen, dass er das Leben verwirkt hat. Der Mann lebt noch, und der Schafrichter muss alle Jahre kommen, um nachzusehen, ob er den roten Faden noch trägt. Sage 264 Die drei Schüsse nach dem lieben Gott Als es im Sommer des Jahres 1838 über acht Wochen lang jeden Tag regnete, so dass alle Saaten zu verderben drohten, war in der Gegend von Stettin ein Amtmann, der auch viel Korn auf dem Felde stehen hatte, das er nicht einfahren konnte. Darüber wurde der Mann so erbost, dass er, anstatt zu beten, lästerlich dem lieben Gott drohte. Wenn er nicht in drei Tagen an der Wetter mache, so wolle er ihm schon was zeigen. Und als die drei Tage um waren, aber kein anderer Wetter sich eingestellt hatte, da nahm er sein geladenes Gewehr und schoss damit in seiner gotteslästerlichen Verblendung dreimal gen Himmel nach dem lieben Gott. Kaum hatte er aber den dritten Schuss getan, so versank er bis mitten an den Leib in die Erde hinein, und es war kein Mensch imstande, ihn wieder hervorzuziehen. Man schickte zuletzt zu dem Prediger nach Stettin, aber auch der soll ihm nicht habe helfen können, so dass er jämmerlich hat sterben müssen. Diese Geschichte ist in ganz Pommern bekannt geworden. Sage 265 Der Teufel auf dem Tanzboden Es hatte sich seit langen Zeiten der Teufel in leibhafter Gestalt auf der Erde nicht wieder sehen lassen. Die Leute sagen, weil er desto mehr unter anderem Gestalten umhergehe. Vor einigen Tagen hat man ihn aber doch wieder einmal ordentlich als Teufel erblickt. Es war nämlich vor einigen Wochen, im März des Jahres 1839, als ein Bauermädchen, die des Morgens zum Heiligen Abendmahler gewesen war, desselbigen Abends auf einen Tanzboden in der Nähe von Stralsund ging und dort anfing zu tanzen, ohne der Heiligen Handlung vom Morgen her noch eingedenkt zu sein. Da kam auf einmal ein Fremder zu ihr, der sie zum Tanz aufforderte. Und wie sie dem zusagte und mit ihm tanzte, da konnte sie nicht wieder zum Aufhören kommen, denn der Fremde riss sie mit sich herum, dass ihr das Hören und Sehen verging und ihr zuletzt das Blut aus Mund und Nase stürzte. Die Musikanten am Spieltische hatten schon lange bemerkt, dass es mit dem unheimlichen Tänzer nicht richtig sei, denn sie sahen deutlich den Pferdefuß, mit dem er herumsprang. Aber sie wagten vor Angst nichts zu sagen. Als jedoch das Mädchen am Ende tot hinfiel und nun auf einmal der Tänzer ohne alle Spur verschwunden war, da erkannten alle, dass sie den Teufel, der sich sein Opfer geholt, einmal wieder in seiner leibhaften Gestalt mit dem Pferdefuße gesehen hatten. Ende von Abschnitt 42 Abschnitt 43 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von Jodogus Timme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sage 266 Die gebannten Glocken Nicht weit von dem Dorf Kirchdorf, in der Gegend von Greifswald, liegen zwei Teiche, ein großer und ein kleiner. An der Stelle derselben haben früher ein Mönchskloster und eine Schmiede gestanden, nämlich das Mönchskloster, da wo der größere Teich liegt, und die Schmiede da, wo der kleinere ist. Die Mönche haben aber ein sehr gottloses Leben geführt und besonders auch in der Schmiede ihr Unwesen getrieben. Da hatte sich denn eines Tages gerade auf den Johannistag begeben, dass das Kloster und die Schmiede plötzlich versunken sind, und an ihrer Stelle hat man die beiden Teiche gesehen. Seitdem sind die beiden Glocken von der Mönchskirche, welche mit versunken waren, alle Jahre auf den Johannistag aus dem Wasser hervorgekommen und haben sich an das Ufer gelegt, wo sie sich von zwölf bis ein Uhr mittags haben sonnen können. Um ein Uhr haben sie aber in die Tiefe des Teiches zurück müssen. Das hat so gedauert viele Jahre, bis einmal ein Mädchen aus dem Dorfe in dem größeren Teiche Zeug gewaschen. Das ist gerade am Mittag des Johannistages gewesen, als die Glocken sich gesonnt haben. Das Mädchen, die hiervon nichts gewusst, hat, wie sie das Zeug gewaschen gehabt, auf einmal die Glocken gesehen und auf diese, ohne sich dabei etwas zu denken, dasselbe zum Trocknen gehangen. Das hat nun gewährt, bis über ein Uhr mittags hinaus, und die Glocken haben daher nicht mehr in den Teich zurück können, sondern sind an das Ufer festgebannt gewesen. Da haben sie lange gelegen, und es hat kein Mensch sie von der Stelle bringen können. Die Bauern von Levenhagen, die damals gerade eine neue Kirche bauten, wofür sie noch keine Glocken hatten, haben es versucht, sie für sich zu nehmen und einen Wagen mit Pferden hingeschickt, um sie abzuholen. Auf den Wagen haben sie sie auch wohl bekommen können, weiter aber nicht, denn alle Pferde, die sie davor gespannt, haben nun den Wagen nicht von der Stelle zu ziehen vermocht. Zuletzt sind die Bauern von Stoltenhagen gekommen, die auch keine Glocken in ihrer Kirche hatten. Die haben den Einfall gehabt, einen Wagen mit Ochsen bespannt hinzuschicken, und die Ochsen haben sie denn auch von der Stelle ziehen können. Seitdem hängen die gebannten Glocken im Turme zu Stoltenhagen. Sage 267 Der Schwarze See und die gebannte Glocke bei Wrangelsburg Nicht weit von Wrangelsburg im Kreise Greifswald liegen zwei Seen, von denen der eine ein gelbliches, der andere aber ein ganz schwarzes Wasser hat. In diesen letzteren, welcher der Schwarze See heißt, ist vor vielen Jahren eine Kirche mit drei Türmen versunken. Das ist geschehen auf einen Johannistag. An diesem Tag gehört man daher auch noch alle Jahre die Glocken der Türme unten aus dem See hervortönen, so traurig und wehmütig, dass man es mit Worten gar nicht sagen kann. Alle hundert Jahre dürfen zwei von ihnen eine Stunde lang oben auf dem Wasser herumschwimmen und ans Ufer kommen. An einem solchen Tage geschah es einmal, dass zwei Kinder aus Wrangelsburg an dem See ihr Puppenzeug wuschen und es zum Trocknen auf einer der beiden Glocken ausbreiteten, die gerade am Ufer lag und sich sonnte. Dadurch wurde die Glocke gebannt und sie konnte nicht zurück. Die andere Glocke rief ihr zwar zu, Anne Susanne, komm mit mir geschwind, aber sie antwortete ihr traurig, ich kann nicht geliebte, gebunden ich bin. Darauf musste die andere Glocke allein in die Tiefe des Sees zurückkehren. Als nun die schöne, große Glocke so da lag, da versammelten sich die reichen Gutsbesitzer der Gegend, um sie auf den Turm zu Gützko zu bringen, wo sie nur für sie geläutet werden sollte. Das wollte aber nicht gelingen und obgleich sie 16 Pferde vorspannten, so konnten sie damit doch nicht von der Stelle kommen. Da kam ein armer Bauer aus dem Dorf Zaneko mit zwei Ochsen des Weges. Der spannte seine Ochsen vor und rief, nun in Gottes Namen, für Reiche und für Arme. Damit trieb er die Tiere an und sie zogen ohne Beschwerde die Glocke nach Zaneko, wo sie auf den Turm gehangen wurde. Die Glocken in Zaneko sind noch jetzt die besten im Lande. Der Schwarze See hat neben vielen anderen Fischen auch sehr große Hechte, die das Wunderbare haben, da sie eine Krone auf dem Kopfe tragen. Man kann sie aber nur sehr schwer fangen. Sage 268 Die singende Glocke Eine Meile von Uckermünde bei dem Gute Vogelsang liegt eine große Wiese, auf der ehemals ein Dorf gestanden haben soll. Vor langen Jahren hütete hier einmal ein Hirt seine Schweine, als er sah, dass ein Schwein immer an einer und derselben Stelle die Erde aufwühlte. Er ging daher zuletzt hin und sah nun den Knopf einer Glocke aus der Erde hervorragen. Er rief mehrere Leute herbei, welche eine große, schöne Glocke aus der Erde herausgruben. Die Stadt Uckermünde machte darauf Ansprüche an die Glocke und die Bürger kamen mit einem mit acht Pferden bespannten Wagen, um sie zur Stadt zu holen. Allein so viel sie sich auch abmühten, die acht Pferde konnten die Glocke nicht aus der Stelle ziehen. Während sie sich noch damit quälten, kam zufällig des Weges ein Bauer aus dem benachbarten Dorf Lugo mit einem Wagen. vor welchem er zwei Ochsen hatte. Der lud nun die Glocke auf und seine Ochsen zogen sie ganz leicht nach Lugo. Dort wurde sie im Kirchturm aufgehangen, wo sie noch ist. Diese Glocke hat einen schönen singenden Ton und wenn man genau zuhört, so kann man hören, wie sie beim Läuten immerfort die Worte singt zu Borg Dom Gordon. Sie soll dadurch das Auswüllen des Schweins, Sau und den Namen des versunkenen Dorfes, dem sie zugehört hat, bezeichnen. sage 269 Die Glocke in Stargard Als vor alten Zeiten zu der St. Marienkirche in Stargard eine Glocke gegossen werden sollte, wurde bekannt gemacht, dass alle, welche Paten zu der Glocke werden wollten, zu derselben Metall bringen und in den Ofen werfen möchten. Je mehr, je besser. Darauf kamen viele Leute und opferten zu der Glocke, was in ihren Kräften stand. Die Reichen ließen silberne Geräte vor sich hertragen, die sie prunkend vor ihren Augen in den Ofen werfen ließen. Andere brachten Messingene Becken und Leuchter oder auch nur einen zinnernen Teller oder einen Pfennig, wenn sie nicht mehr hatten. Denn jeder wollte sich um die Glocke einen Gotteslohn erwerben. Zuletzt kam auch eine alte Frau zu dem Ofen. Sie war ganz arm und man wusste, dass sie gar nichts hatte. Die Leute verwunderten sich daher, was sie opfern werde und man fing an, ihrer zu spotten. Sie kehrte sich aber nicht daran, sondern zog eine Schlange hervor, die sie in den glühenden Ofen warf, einige unverständliche Worte in die Flamme hineinmurmelnd. Was das bedeuten sollte, sagte sie keinem. Aber als die Glocke fertig war und zum ersten Male anfing zu läuten, da merkte man den Segen der alten Frau, denn von Stund an verschwanden alle Schlangen rings um die Stadt, soweit man den Ton der Glocke hören konnte. sage 270 auf der Insel so, dass er nichts davon bekam und sprach dabei höhnisch jene Worte. Demselben Knecht erging es aber nachher sehr schlecht und er kam nach einiger Zeit ganz arm und hungrig wieder zu seinem vorigen Herrn und bat den um Gottes Willen um ein Gericht Erbsen. Da nahm der Herr eine Schaufel, mit der fuhr er verkehrt in einen Haufen Erbsen und sprach zu dem Knechte, Hack up, somit ich die. Hacke auf, dann miete ich dich. sage 271 Das von Hexengeld erbaute Dorf Das Dorf Connerow im Kreise Greifswald ist von purem Hexengelde aufgebaut. Das hat sich auf folgende Weise zugetragen. Nachdem nämlich das Dorf im Dreißigjährigen Kriege gänzlich zerstört und niedergebrannt war und die armen Leute sich in elenden Strohhüten aufhielten, wo sie besonders viel von den Ratten und Mäusen zu leiden hatten, kam eines Tages einer dieser armen Menschen nach Wolgast zu einem Bäcker, um sich ein Brot zu erbitten. Dem Bäcker klagte er auch seine Not, die er mit den Ratten und Mäusen habe. Da bot der Bäcker ihm einen schwarzen an, mit den Worten, den solle er mitnehmen, der werde ihm das Ungeziefer wohl vertilgen, ihm auch sonst noch zu diensten sein. Der Bauer nahm den Kater mit Dank an. Wie er nun mit dem Selben in seine Hütte kam, da fing der Kater auf einmal an zu sprechen und fragte, was er nun tun solle. Der Bauer befahl ihm darauf, er solle ihm alle Ratten und Mäuse wegfangen und sie auf einen Haufen bringen. Das tat der Kater als bald und dann fragte er weiter, was er nun tun solle. Er könne alles. Da sagte der Mann zu ihm, wenn du alles kannst, so bring mir Geld. Das tat der Kater gleichfalls und er brachte ihm Geld die Menge, so viel der Bauer haben wollte. Als die nun auch so viel Geld bekamen, als sie sich nur wünschten. Darauf bauten sie ihr Dorf wieder auf, schöner und besser, als es vorher gewesen war. Wie sie damit fertig waren, konnten sie aber den Kater nicht wieder los werden, da er ihnen doch verdächtig vorkam und es ihnen ängstlich bei ihm wurde. Sie gingen deshalb zu dem Bäcker in Wohlgast und fragten, wie sie es zu machen hätten, dass sie des Katers wieder ledig würden. Der riet ihnen, sie sollten nur eine Kiepe nehmen und zu dem Kater sagen Kater in die Kiep, dann werde er hineinspringen und dann sollten sie ihm das Tier nur wieder bringen. Also taten sie auch. Die Bauern zu Conero sind von der Zeit reich und wohlhabend geblieben, so dass sie später ihrem Könige Karl dem Zwölften Geld in die Türkei schicken konnten, wie wir oben schon erzählt haben. Sage 272 Der Turm zu Wobeser Die Kirche des Dorfes Wobeser im Rummelsburger Kreise hat einen hohen weißen Turm, den man, da das Dorf auch sehr hoch liegt, bis weit in die See hinein sehen kann. Deshalb war früherer Zeit, als es den Schifffern noch an denjenigen Instrumenten fehlte, die ihnen jetzt die Schifffahrt erleichtern, den Seefahrern ein ebenso sicheres als willkommenes Merkzeichen. Dies bewog auch, wie man sich in dem Dorf und in der Gegend noch allgemein erzählt, in alten Zeiten die Stadt Lübeck, die große Schifffahrt in die Ostsee trieb, alljährlich eine gewisse Summe Geldes und Kalkanwurf erhalten musste, sodass er desto weiter und besser auf der See gesehen werden konnte. Ende von Abschnitt 43 Abschnitt 44 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von Jodogus Temme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. sage 273 Die Schwedin in Pommern In der Umgehen von Treptow an der Rega erzählt man sich allgemein, dass vor vielen Jahren einstmals im Winter in der Nähe des Dorfes Hof eine große Eisscholle an den Schrank getrieben sei, auf welcher sich ein junges Mädchen mit zwei Kühen befand. Sie kam glücklich ans Land und es fand sich nun, dass sie eine Schwedin war. Schweden an der Seeküste tränken wollen, war aber mit denselben plötzlich vom Ufer abgerissen und ins hohe Meer hineingetrieben. Sie hatte viele Tage und Nächte allein auf der weiten See zugebracht, mitten zwischen Eisschollen und weder Menschen noch Land gesehen. Die Milch von ihren Kühen war ihre einzige kümmerliche Nahrung gewesen. Es gefiel ihr in Pommern, wo sie zuerst wieder ans sie nicht in ihre Heimat zurück wollte. Sie ist auch Altar geblieben und hat im Dorfe Langenhagen bei Treptow geheiratet, wo sie in hohem Alter gestorben und begraben ist. Sage 274 Das Managras an der Lebar Im Lande Kasuppen auf den Sumpfwiesen an der Lebar besonders in der Nähe des Dorfes Zenso wächst das Managras. Oder der Schwadenschwengel aus dessen Körnern die Managras Schwadenkrütze bereitet wird. In früheren Zeiten wurde diese Frucht von den Einwohnern der Gegend nicht beachtet. Da kam einst Malen eine alte Frau aus Preußen in das Dorf Ruschitz, die wegen ihrer Armut von ihren Landsleuten vertrieben war. Die sah das Gras und erkannte, dass man aus seinen Körnern eine Reiten könnte, welche weit kräftiger und wohlschmeckender ist als selbst der Sagomark. Sie belehrte hiervon die Leute, die sie aufgenommen hatten und diese fingen alsbald an, die Körner einzusammeln. Aber sie haben keinen Segen davon gehabt, denn die Gutsherrschaft zu Ruschitz, der die Managrütze auch gefiel, machte mit ihnen einen Kontrakt, nach welchem sie jährlich eine große Portion verliefern oder von ihren Grundstücken weichen mussten. Und da nun heutiges Tages zu Ruschitz das Gras nicht mehr wächst, wohl aber bei den entlegenen Dörfern Sezenso und Schabero, so müssen sie dahin wandern, um ihren Kontrakt zu halten. So sieht man denn alljährlich zu Ende Juni oder zu Anfang Juli, wenn die Gräser auf den Wiesen reif geworden sind, die Einwohner von Ruschitz besonders die Weiber alle in einer Nacht der Leber zuziehen, um die Körner des Halmes einzusammen. Es ist ein weiter Weg und eine mühsame Arbeit und die Leute laufen überdies Gefahr als Diebe angehalten und bestraft zu werden, weil sie auf fremden Grund und Boden gehen. Alleine sie müssen sich das alles gefallen lassen, damit die Herrschaft sie nicht von ihren Höfen jagt. sage 275 der Bettler auf der Insel Eu Unfern der Mündung der Peene ungefähr eine oder anderthalb Meilen in die Ostsee hinein liegt die kleine Insel Eu Sie gehörte früher zur Marienkirche in Greifswald Seit mehr als 100 Jahren ist sie aber schon zum Kirchspiel Krösslin eingepfarrt Die ganze Insel wird von ungefähr 30 Menschen bewohnt die aus drei Familien bestehen und auch nur in drei Häusern wohnen Bis vor 30 Jahren war noch niemals ein Bettler auf der Insel gewesen Da geschah es einmal in einem strengen Winter als die See von Pennemünde bis nach der Insel hinzugefroren war dass ein Bettler auf den Einfall kam die Eisbahn zu benutzen und auf der kleinen Insel zu betteln Der alte Mann kam ohne dass ihn jemand bemerkt hatte auf der Insel an und stellte sich sogleich in die offene Tür des ersten Hauses auf welches er traf all da fing er auch sofort nach Bettelart zuerst an ein kurzes Gebet her zu sagen und dann ein frommes Lied zu singen auf solche Weise hatten die Euer das Wort Gottes noch niemals gehört alles was in dem Hause war stürzte wo er bewirtet und reichlich beschenkt wurde dann führten sie ihn im Triumph zum nächsten Hause wo er wiederum singen und beten musste und worauf er nun von allen zum dritten Hause geführt wurde so dass hier die Insel groß und klein Herrschaft und Gesinde um ihn versammelt war die guten Leute überschütteten ihn mit Kleidern und Lebensmitteln dass er nicht im Stande war alles vorzutragen auch Geld bekam er dreifach so viel als er hatte erwarten können die Dienstboten allein hatten über drei Taler für ihn aufgebracht als er endlich die Insel verließ waren die Leute ordentlich traurig und er musste ihnen versprechen dass er recht bald wieder kommen werde sage 276 die Steinprobe in der Stucknitz auf Rügen nicht weit von dem Hertha See findet man einen Stein in welchem man deutlich die Spuren eines großen Fußes und eines ganz kleinen Kinder Fußes abgedrückt sieht davon erzählt man sich folgendes zur Zeit als noch der Dienst der Göttin Hertha auf der Insel bestand war unter den Jungfrauen die der Göttin zu ihrem Dienste geweiht waren ein junges und sehr schönes Mädchen diese obgleich sie der Göttin ewige Jungfrauschaft hatte geloben müssen hatte eine Liebschaft mit einem fremden jungen Ritter mit dem sie allnächtlich heimliche Zusammenkünfte an den Ufern des Heiligen Sees hielt sie hatte ihre Liebe aber nicht so geheim halten können dass nicht dem Oberpriester der Göttin Kunde davon geworden wäre Diesem wurde es hinterbracht dass eine der Jungfrauen strafbarer Liebe pflegte nur welche es sei konnte man ihm nicht sagen der Priester stellte alle Jungfrauen zur Rede aber keine Bekannte auch die Schuldige nicht obgleich sie die Folgen ihres verbotenen Umgangs schon verspürte und sich Mutter fühlte da rief er die Göttin an dass sie ihm die Schuldige durch ein Wunder entdecken möge und er führte nun sämtliche Jungfrauen in den Wald zu einem großen Opfersteine dort befahl er ihnen dass sie eine nach der anderen mit nacktem Fuße auf den Stein treten mussten das taten sie und als die Schuldige den Stein betrat da offenbarte sich plötzlich ihr vergehen denn nicht nur ihr eigener Fuß drückte in dem harten Steine sich ab sondern auch der Fuß des Kindes das sie unter ihrem Herzen trug dies sind die Fußspuren die man zum ewigen Wahrzeichen noch jetzt in dem Steine sieht der Priester soll darauf die Sünderin oben von der Stubenkammer haben in das Meer stürzen lassen aber ein Engel hat sie wie die Leute sagen in seine Arme genommen und sanft hinunter Schiffe mit sich genommen in seine ferne Heimat einige erzählen der Priester habe die Schwangerschaft der Priesterin entdeckt und wie er sie vergebens zu einem Geständnis ermahnt habe er sie zuletzt jene Probe bestehen lassen worauf dann das Wunder sich begeben das Mädchen soll darauf in dem heiligen See ertränkt sein ein Rügen Schadichter hat übrigens diese Sage in folgende Verse gebracht welche auf der Insel Rügen er verbreitet sind die Steinprobe eine rügische Sage auf der Stubnitzwald umgrenzten Höhen in des Haines stiller Dunkelheit stand wo wir noch jetzt die Städte sehen eine Burg dem Hertha Dienst geweiht in der götterschauerlichen Hallen sah man Rügens schönste Mädchen Schar eine musste ihr zum Opfer fallen von den Priesterinnen jedes Jahr aus den edelsten Geschlechtern strebten holte Jungfrauen dieser Ehre nach monnetrunken ihre Herzen bebten an der Weihe feierlichem Tag aber alle mussten sie entsagen was des Lebens Lenz und schönes beut durften kaum entfernt zu Ahnen wagen treuer Liebe stille Seligkeit wie die Sonne alle anderen Sterne weit an Glanz und Schönheit überstrahlt glänzt von Rügens Jungfrau nah und ferne wonah kaum erst sechzehn Sommer alt früh bestimmte schon der Eltern wille sie zum Dienst der Göttin aber ach Gumbert liebte sie und in der Stille hingen beide ihrer Liebe nach als sie nun in Herthas finstern Hallen ihren Dienst mit trübem Sinn versah wagte Gumbert oft allein zu wallen jeden Abend stand er lauschend da wunah schlich wenn alle um sie ruhten leise durch die pforte in den Hain und genoss dort selige Minuten bei der Sterne mildem Dämmerschein bald vernahm der Priester schon die Kunde dass der Jungfrauen eine ihn betrog und in stiller Mitternächt gestunde in die Arme eines Jünglings flog trop erkrimmt er sehr und ließ erscheinen alle Priesterinnen solche Tat streng zu rächen an der schuldgen einen wunah bebte als sie vor ihn trat doch die schuldge wußte er nicht und fragte alle schwiegen wunah schöpfte Mut keiner hielt sie für die Angeklagte denn sie war so fromm und schön und gut laut erscholl des Priesters zornig wüten gleich dem Donner durch den öden Turm und die sonst so bleichen wangen glüten wie der Abendhimmel vor dem Sturm folget mir hinaus rief er und alle taten schweigen wie sein wort gebot ehe ich diesen frevel dulde falle diese burg und gebe mir den tod hundert schritte aufwärts in dem heine steht er still und winkt der Mädchen schar hier ruft er auf diesen breiten steine wird die schuldige uns offenbar nackten fußes tretet auf die mitte dieses steines nacheinander hin an dem deutlich eingeprägten tritte kennen wir die freche sünderin sprach's und alle schritten kühn hinüber wunner blieb zuletzt noch keine spur ach da wurden ihre augen trüber und sie wankte bleich und zitternd nur trat hinauf doch wehe schalt's im heine aus des priesters und der jungfrauen mund in dem wunderhaften götter steine taten sich zwei spuren deutlich kund von dem eigenen fuße war die eine und die andere zart wie kindes tritt deutlich war die schuld als sie vom steine bleich und überrascht herniederschritt was sie selbst sich nicht gestehen wollte ja was ihr vielleicht noch grätsel war dass sie nämlich mutter werden sollte lag nun aller augen offenbar gleich dem aar der mit gespreizten klauen feilschnell auf die beute niederfährt und das lamm von unbewachten auen mit sich führt weil ihm kein schäfer wehrt so umfasst mit krimmig starken armen schnell der priester wunders zarten leib reißt sie fort ohne jegliches erbarmen fast zerdrückend das ohnmächtge weib droben auf der hohen stubben kammer hält er an und mit gewalt gewucht stürzet er o unerhörter jammer wunah in die tiefe bergesschlucht doch mit ewiger liebe und erbarmen schützet auch den sünder gottes hand engel trugen wunah auf den armen sanfter nieder an des meeres strand als aus langem schlummer sie erwachte lag sie an des jünglings treuer brust und der liebe goldne sonne lachte ihrem leben nun in reiner lust wenn du auf der stuppenkammer weilest wandle doch zum alten götterhain ehe du von jasmuns fluten eilest noch erblickst du dort den wunderstein welch ein glück dass wir in unsern tagen sicher auf den breiten steinen stehen und dass unsere dritte nicht mehr sagen wie viel stille sünden wir begehen ende von abschnitt 44 abschnitt 45 von die volkssagen von pommern und rügen von jodokus theme diese librivox aufnahme ist in der public domain sage 277 der geist des herrn von chemnitz das dorf chemnitz im amte eldenar soll vor langen zeiten von einem herrn von chemnitz erbaut sein der aus mecklenburg gekommen ist und von dem das dorf seinen namen erhalten hat mit diesem herrn von chemnitz soll es eine ganz besondere sache gewesen sein hinter welche jedoch keiner mit gewissheit hat kommen können denn so wie er gestorben ist hat man seinen geist im dorfe herum gehen sehen gewöhnlich ist er des abends beim dunkelwerden erschienen er hat dann in einem wagen gesessen der mit vier pechschwarzen pferden bespannt war und hat ein scharlach rotes kleid getragen an dem kirchhofe ist er ausgestiegen und auf den selten hinauf gegangen nach kurzer zeit aber ist er zurück gekehrt und wieder abgefahren besonder häufig ist dies in der herbstzeit geschehen seit 40 oder 50 jahren ist er nicht mehr erschienen aber es leben noch einige alte leute im dorfe die ihn damals gesehen haben sage 278 die alte stadt krimmen die stadt krimmen die jetzt nur etwa 400 häuser und 3000 einwohner hat soll in alten zeiten eine sehr große und bevölkerte stadt gewesen sein sie soll sich erstreckt haben bis an den rauen berg der jetzt eine viertel meile weit von krimmen liegt jetzt hat sie nur eine kirche früher soll sie deren aber sieben gehabt haben eine davon mit einem großen kirchhof rundherum hat gestanden wo das sogenannte leichenviertel ist man findet da auch beim graben in der erde noch schädel und allerlei andere menschen knochen die stadt soll in einem schweren kriege erstört sein an dem rauen berge soll die große schlacht gewesen sein man findet dort noch jetzt viele menschen gebeine die von den erschlagenen kriegern herrühren sollen auch spukt es dort weshalb sich bei nacht zeit kein mensch gern in seine nähe wagt sage 279 der mäusewagen in krimmen in der stadt krimmen fährt jedes jahr in der walpurgis nacht ein wagen mit vielem gerassel durch alle straßen er fährt so rasch und schwer dass die fenster an den häusern zittern wo er vorbeifährt wenn man nun hinaus auf die straße sieht so erblickt man eine große schwarze kutsche vor der vier kleine schwarze mäuse gespannt sind auf dem bocke sitzt ein kutscher der einen großen hut trägt und einen hühnerfuß hat wer in der kutsche sitzt weiß man sage 280 die sieben eingemauerten bauern zu turo in dem kreise krimmen liegt ein großes adeliges schluss turo geheißen rund um dasselbe läuft ein tiefer und breiter graben der erst vor ungefähr 200 jahren entstanden ist zu der damaligen zeit lebte nämlich auf dem schlosse ein edelmann namens bono der ließ durch seine sieben bauern die zu dem schlosse gehörten den graben machen er hatte ihnen ein gutes tagelohn versprochen und die sieben bauern arbeiteten drei volle jahre daran alle tage und mit ihren weibern und kindern damit sie desto eher zu ihrem lohne kommen möchten der schlossher rechnete auch alsbald mit ihnen ab als sie fertig waren allein er machte ihnen so viele gegen rechnungen für essen und trinken so er ihnen gegeben für schippen und spaten so sie im verdorben und für andere sachen dass die bauern nicht mehr als sieben schillinge also der mann einen schilling für alle drei jahre heraus haben sollten damit wollten die bauern nicht zufrieden sein und sie beschwerten sich bitter bei dem herrn anfangs drohte er lohn sie sollten nur mit ihm kommen in eine stube die hinten im schlosse lag da wolle er ihnen alles auszahlen also lockte er sie in die entlegene stube und wie er sie alle sieben darin hatte ließ er sie lebendig darin einmauern dass sie eines jämmerlichen todes sterben mussten als nun aber das winseln des letzten nicht mehr gehört wurde da fuhr auf einmal der teufel in den schloss her und ließ ihm keine ruhe mehr bis er oben in seine stube ging und sein gewehr von der wand nahm und sich damit eine kugel durch den kopf schoss dass das blut bis oben an die decke spritzte diese blut flecke sieht man noch jetzt dort man hat sie mit keiner kunst vertilgen können und wenn die stellen auch zwanzig mal hintereinander verwaist werden so kommen sie doch jedes mal gleich wieder zum vorschein auch die knochen der sieben eingemauerten bauern liegen noch unten in der stube es darf kein mensch sie von da fort nehmen den schlossern und die bauern sieht man jede nacht herum spuken sage 281 der schatz in der voll monds nacht hinter dem hause des bäckers meyer in der langen straße zu greifs wald ist ein kleiner garten in diesem ist wie die leute sagen ein schatz vergraben den teufel bewacht der aber alle jahre einmal in einer voll monds nacht zum vorschein kommt er leuchtet dann im mondlichte und sieht aus wie ein großer haufe brennender kohlen in dem hause diente einstmals eine schläfrige magd die gewöhnlich des morgens die zeit verschlief und deshalb zum öftern von ihrer frau ausgescholten wurde als die zu einer zeit aus dem schlafe schrecken geriet denn sie meinte sie hätte sich wieder verschlafen sie lief deshalb geschwinde in die küche um feuer anzumachen wie sie aber aus dem fenster sah welches in den garten führte gewahrte sie dass dort schon ein feuer brannte sie verwunderte sich zwar wie das feuer dahin käme aber in ihrer eile freute sie sich auch da sie nun nicht erst lange welches anzumachen brauche und sie nahm eine schüppe und ging damit in den garten und holte sich die voll kohlen so wie sie in das damit wieder in die küche kam und sie auf den herd legte erloschen sie auf einmal alle zusammen sie ging daher in den garten zurück und holte sich noch eine schüppe voll die aber auf gleiche weise verlischten darauf ging sie zum dritten male zu dem feuer in den garten so wie sie aber jetzt dabei ankam erscholl auf einmal hinter dem brennenden kohlen her eine schreckliche stimme die rief wenn du nur noch einmal kommst so drehe ich dir den hals um darüber erstrak das arme mädchen so gewaltig dass sie kaum ins haus zurücklaufen konnte als sie dies erreicht hatte schlug gerade die glocke auf dem nikolai turme ein uhr nachts und mit dem schlage war das feuer im garten verschwunden da entsetzte sie sich noch mehr und sie ging eilig in ihr bett zurück wo sie aber die ganze nacht kein auge mehr zutun konnte wie sie am anderen morgen an den herd kam lagen lauter blanke taler darauf nun erkannte sie dass sie um mitternacht bei dem vom teufel bewachten schatze gewesen sei und dass das licht des vollmond sie glauben gemacht hatte sie hätte sich verschlafen sage 282 die wenden glocken im virschow see in pommern liegt ein see der virschow oder virschow see geheißen an der westlichen spitze desselben ist ein dörfchen welches gleichfalls den namen virschow führt an der östlichen spitze liegt das dorf sassenburg in alten zeiten wohnten in dieser gegend die wenden besonders hatten sie in dem dorf sassenburg ihre wohnsitze welches aber damals den namen virschow hatte sie hatten da selbst eine große schöne kirche und in dem kirchturm hingen die schönsten glocken des ganzen landes da geschah es vor vielen hundert jahren dass die sachsen in das land einwanderten und sich zu herren machten die armen wenden aber verachteten und unterdrückten denen gefiel auch das schöne dorf so damals virschow hieß und sie vertrieben die wenden daraus und ließen sich darin nieder nannten es auch von nun an sassenburg die verjagten wenden zogen darauf an die andere seite des sees und gründeten wie es noch jetzt geheißen wird aus ihrem alten wohnsitze hatten sie nichts mitnehmen können als die schönen kirchenglocken über diese freuten sie sich aber sehr denn sie waren das einzige andenken das ihnen von dem dorfe geblieben war in dem sie geboren waren und in dem ihre eltern und von so manchen die kinder begraben lagen allein auch dieses andenken wollten ihnen die sachsen nicht glocken mit gewalt fort um sie in ihren schiffen über den see nach sassenburg zu bringen wie sie aber mitten auf dem wasser waren da erhob sich auf einmal ein schrecklicher sturm der ihre schiffe gegeneinander trieb dass sie eins das andere zerschellten und zerbrachen und die sachsen einen erbärmlichen tod und den sachsen dienen wollen darum wären sie lieber in dem see zugrunde gegangen sie liegen noch unten in dem wasser und es kann sie niemand heraufholen zu gewissen zeiten kann man sie dort hören sie singen dann wie mit menschlichen stimmen ein klagelied dass sie da unten auf dem grunde liegen müssen und nicht zu den wänden zurück können sage 283 der Geist des Bürgermeisters Rubenow vor ungefähr 400 jahren hat in Greifswald ein Bürgermeister gelebt namens Dr. Heinrich Rubenow dem selten hat die Stadt zwar vieles zu verdanken gehabt in dem es besonders seinen Bemühungen gelang dass die Universität nach Greifswald kam er war aber auch ein von unruhigem und rachsüchtigem Gemüte so dass er die Stadt in viele Streitigkeiten verwickelte und mancherlei sie brachte wenn er dann zur Verantwortung gezogen wurde so wusste er sich immer heraus zu reden und er wurde aus einem Angeklagten ein Ankläger soll ließ er noch zuletzt den anderen Bürgermeister Dietrich von Dörbten als einen Aufrührer zum Tode verurteilen und auf offene Markte hinrichten auf solche Weise hatte er sich viele Feinde gemacht und sein Ende war dass er im Jahre 1462 auf jämmerliche Weise ermordet wurde das sollen die Ratsherren selbst getan haben man sagt auch dass es in seinem eigenen Hause geschehen sei und zwar unten auf dem Hausflur gleich an dem dort befindlichen Hals der Kellertreppe Denn in diesem Hause welches in der Baderstraße liegt und jetzt von dem Bürgermeister Billroth bewohnt wird sieht man noch oft des Abends einen Geist Er erscheint gewöhnlich mit Peitschen Knall Er sieht sehr bleich aus und trägt eine große Pelz Mütze Man sieht ihn nur in der Gegend des Killer Halses hinter dem er auch wieder verschwindet Ende von Abschnitt 45 Abschnitt 46 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von Jodokus Timme Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Abergläubische Meinungen und Gebräuche in Pommern und Rügen Erstens In Kasuppen muss jeder Anverwandte dem Toten etwas von dem Seinigen mit in den Sarg geben Einige Haare vom Kopfe ein Läppchen von seinem Rocke vom Hemde vom Halstuch oder dergleichen Den gewesenen Säufern wird auch ein Fläschchen mit Brandwein in den Sarg gelegt Die Kasuppen halten sehr geheim mit ihrer Meinung bei diesem Gebrauche der aber noch aus der Heidenzeit her bei ihnen besteht Zweitens Die Kasubischen Hochzeiten werden immer an Wochentagen gehalten Am nächsten Sonntage darauf hält das neue Ehepaar seinen Kirchgang um Gott für die glücklich und nach christlichem Gebrauch vollendeter Hochzeit zu danken In In der Zwischenzeit nun von der Hochzeit bis zum Kirchgange darf die junge Frau ja nicht ihre Eltern besuchen Sie würde sonst während ihrer ganzen Ehe kein Glück haben Wenn sie unterdessen etwas mit ihnen zu besprechen hat so darf sie zwar auf ihren Hof gehen aber nicht über die Schwelle des Hauses sie bleibt vielmehr draußen vor der Türe stehen und schreie dort so lange aus Leibes Kräften bis jemand herauskommt wo sie dann ihr Anliegen vorbringt und darauf schnell wieder umkehrt 3. Sowohl in Kasuben als auch in manchen anderen Gegenden Pommerns ist die halb christliche halb heidnische sitte dass die wöchnerin wenn sie ihren kirchgang hält während des gesanges ihr kind auf den arm nehmen und damit von allen ihren verheirateten und unverheirateten bekanntinnen gefolgt rund um den altar gehen muss dann kniet sie vor dem selben nieder und wird nun von dem pfarrer während er dem kind die hände auflegt feierlich eingesegnet stirbt die wöchnerin im Kind bitte kirchgang hat halten können so wird ihre leiche gefolgt von dem ganzen trauer zuge zuvor rings um die kirche getragen wie sie beim leben um den altar hätte gehen müssen und dann erst zum grabe gebracht bei dem kirchgange muss die wöchnerin selbst ein opfer auf den altar legen bei diesem leichen zuge aber steckt jemand aus dem gefolge statt des opfers heimlich ein stück viertens in hinterpommern besonders in der gegend von küsslin haben sich auf dem lande noch mehrere sonderbare hochzeitsgebräuche wahrscheinlich wendischen ursprungs erhalten auf welche mit abergläubischer strenge gehalten wird da sonst in der ehe kein glück und segen soll bestehen können wenn nämlich die trauung die immer in der kirche vollzogen wird zu ende ist und der ganze hochzeitszug sich nun zum hochzeitshause begibt so muss dieses jahr fest verschlossen sein es wird erst nach einer weile geöffnet und es tritt einer mit einem ganzen brote und einem kruge bier heraus vor die tür aus dem brote muss hierauf zuerst die braut ein stück heraus beißen dann der bräutigam und dann alle übrigen nach der reihe diese ausgebissenen stücke dürfen aber nicht gegessen werden sie werden vielmehr den braut leuten gegeben die sie aufheben müssen bevor man sich als dann zum hochzeitschmause niedersetzt wird in einigen gegenden namentlich im treptophischen die braut von der köchin an den herd geführt wo sie von jedem gerichte aus allen töpfen und kesseln kosten muss bei tische sitzen beide geschlechter gesondert der bräutigam mit dem manns person sitzt in der stube die braut mit den frauenzimmern im hausflur vor der braut sowohl als vor dem bräutigam muss während des essens ein hölzerner leuchter stehen mit drei armen auf dem drei lichter brennen diese lichter dürfen weder geputzt noch ausgelöscht werden sondern müssen von selbst erlöschen erlöschen sie ohne dass sie abgebrannt wären so müssen die übrig gebliebenen enden sorgfällig aufbewahrt werden fünftens ihr lichter sind die seelen der kinder die ohne taufe gestorben sind sie müssen bis zum jüngsten tage am wasser herum irren sechstens in manchen gegenden vom pommern glauben die leute es könne kein mensch der im sterben liege eher erlöset werden als bisher sich beim prediger habe anmelden lassen 7 wenn man einem toten die augen oder den mund nicht gut zumachen kann so ist das ein zeichen dass aus dem nämlichen hause bald wieder einer sterben muss 8 wenn die störche im frühjahre viele weiße federn haben so gibt es ein nasses jahr ein trockenes aber wenn sie weniger haben neuntens auf der insel usedom ist eine gegend welche der lipperwinkel heißt und zu welcher sechs dörfer gehören die einwohner dieser gegend zeichnen sich durch sonderbare gebräuche aus manche davon legen eben kein vorteilhaftes zeugnis für sie ab insbesondere nicht für ihre sittlichkeit manche sind aber auch sehr lobenswert so halten sie es unter anderem für sündhaft und unglückbringend wenn man mit dem brote spielt und wenn einer zu solchem spiele in ein brot mit dem messer hineinsticht so sagen sie er steche den lieben gott ins herz 10 in fast ganz vorpommern herrscht auf dem lande die sitte dass man nicht mit ringen sondern mit gesangbüchern sich verlobt auch dürfen sich brautleute ja kein messer schenken das würde die liebe zerschneiden 11 in pommern findet man häufig den glauben daß wenn ein witwer oder eine witwe sich zum zweiten male verheirathet und der verstorbene ehegatte etwas gegen diese zweite heirath hat derselbe während der trauung rund um den trautisch herum gehe es können ihn aber nur sonntagskinder sehen denn ehen wo solches passiert pflegt man nichts gutes zu prophezeien 12 werwolf der glaube an den werwolf ist durch ganz pommern verbreitet man muss sich einen riemen umgürten der aus dem rücken eines gehengten geschnitten ist auf solche weise kann man sich in einen werwolf verwandeln der werwolf fällt besonders gern die pferde an in dem dorfe borg unweit starkart lebte lange zeit an mann bloß davon dass er jeden abend um den pferdeplatz im dorfe herum ging und geheimnisvolle worte flüsterte wodurch er die pferde gegen den werwolf und auch gegen andere wölfe bande obgleich diese schon lange nicht mehr in der gegend gesehen waren 13 alp der alp oder wie er gewöhnlich genannt wird mert ist in pommern sehr häufig der mert reitet es nachts auf den schlafenden und drückt sie dass sie zuletzt keinen atem mehr haben gewöhnlich ist er ein mädchen die einen schlimmen fuß hat zu einer zeit hatte die tochter des schmiedes im dorfe borg bei stargard einen kranken fuß und damals klagten besonders viele leute dass der märz sie reite 14 rattenkönig auf der insel rügen glauben die leute an einen rattenkönig der eine schöne goldene krone trägt es soll der teufel selbst sein 15 behexen der pferde auf dem dars gibt es viele hexen und zauberer welche besonders ihre freude daran haben anderen leuten die pferde zu behexen man merkt solches behexen gleich daran dass die tiere nicht mehr fressen wollen es gibt dann nur ein mittel das aber ganz sicher hilft man muss nämlich den pferden einen gesalzenen herring ins futter legen 16 mittel gegen hexerei vor einem stocke oder gefäße welches von einem kreuzdorn gemacht ist verschwindet alle hexerei denn das kreuz christi soll von diesem holze gewesen sein darum werden auf dem lande in pommern die buddha stäbe nur aus kreuzdornholz gemacht 17 wenn man das fieber hat so muss man zu einem vornehmen herrn am besten zum prediger gehen sich gehorsamst ein buddha brot fordern und damit fortgehen ohne sich zu bedanken das hilft erst wenn dann das fieber weg ist darf man wiederkommen und seinen dank abstatten 18 das blut wird mit folgendem spruche besprochen blut 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 stehe still stehe still stehe still im namen gottes des vaters des sohnes des heiligen geistes dabei müssen drei kreuze gemacht werden dann muss man auf das blut blasen und nun die worte und die kreuzzeichen wiederholen 19 auf der insel rügen hat man zum blut besprechen auch folgende formel o wunder über wunder des herren grab ist hier unter darauf stehen drei blümelein das eine heißet wohlgemut das andere heißet demut das dritte heißet blut stehe stille dieweil es ist des herren wille 20 die rose welche gewöhnlich das hilge ding genannt wird wird auf folgende weise besprochen man muss auf die stelle wo man die rose hat drei kreuzzeichen machen und dabei sprechen herr und du fieden splitten ding du fandest du wette brück du schaust du in stegen du schaust du in eten du schaust du in rollen da schaust du in kollen dat schaust du dohn dat möchtest du dohn herr und schaust du herr und möchtest du du quälest mich ich banne die auch kann man folgende worte sprechen maria st johannes de fuhren rüber sand rüber see wat wullen ze do maken do wullen ze in krütlein plücken nich kellen nich schwellen wat wullen ze mit et krütlein maken do wullen ze dat böse heilge ding mit stillen wenn man sich verbrannt hat und den schmerz stillen will so muss man auf die verbrannte stelle drei kreuzzeichen machen und dabei sprechen wie hoch ist der heben wie rot sind die reben wie kalt ist es todes hand und damit stille ich diesen brand ebenso sagt man um den zahnschmerz zu besprechen schmerz und zahn wehtage ich stille die und befehle die du schaust in die depen des meeres fahren und von dornech er weder herr und kummen beda da andere jungfrau maria geboren werd in dem namen gott vaters gott sohnes und gott heiligen geistes 21 in pommern gibt es viele menschen welche den diebes sprechen können dass er mit den gestohlenen sachen nicht fort kann das nennt man den diebessegen in stettin lebte vor noch wenigen jahren ein schiffszimmermann namens frank der verstand den diebessegen und sprach ihn in folgender weise er ging um den platz auf welchem der diebstahl befürchtet wurde herum von osten nach norden bis er wieder zu der stelle kam von der er ausgegangen war dabei sprach er folgende worte da kommen drei diebe gegangen maria sprach peterus 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 binde 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 ich habe gebunden mit eisernen ketten kein mensch als nur einer kann ihn davon retten er soll sehen und hören die ganze nacht die sterne am himmel den glockenschlag unempfindlich wie ein block steif wie ein stock die lösung überlasse ich dir den schlüssel nehme ich zu mir wird er schwarz bleibt er weiß er macht mir nicht im geringsten heiß nur keinen vorwurf gib mir den schuft wenn nun nach solchem bandspruch der dieb kommt und stiehlt so kann er mit dem gestohlenen sobald er es aufgeladen hat nicht von der stelle er muss damit vielmehr die ganze nacht stehen bis zu sonnenaufgang wenn die sonne aufgeht ist der band zwar gelöset aber nun wird der dieb in einen schwarzen neger verwandelt und der banner kann niemals wieder einen diebessegen sprechen darum muß der banner auch vor sonnenaufgang zu der stelle zurückkehren und den dieb lossprechen dies that der alte frank mit folgenden worten der schlüssel den ich habe und immer bei mir trage schluss auf das grab des herrn ich lei ihn dir sehr gern der schlüssel ist sehr groß womit ich dich jetzt löse los nach solchen worten lässt der dieb seine bürde fallen und läuft eilig davon festhalten darf man ihn nicht man darf ihm nicht einmal vorwürfe machen denn sonst kann der banner ebenfalls nie wieder den diebessegen sprechen man muss vielmehr zu dem weglaufenden diebe sagen gehe in gottes namen dann wird er niemals wieder stehlen dem alten frank wäre es mit dem diebessegen einmal beinahe schlecht ergangen er hatte eines abends eine baustelle besprochen auf welche er viele späne liegen hatte in der nacht verschlief er sich und es war ganz nahe vor sonnenaufgang als er erst zu der baustelle kam hier sah er seinen besten freund stehen der ihm hatte späne stehlen wollen und der mit einer großen last auf dem kopfe über und über voll schweiß dastand und nicht von der stelle konnte in der eile und angst hatte der alte frank auf einmal den lösungsspruch vergessen der ihm gar nicht beifallen wollte es waren nur noch drei minuten vor sonnenaufgang da kam er zuletzt zu einem raschen entschluss er nahm sein messer und schnitt die erde unter den füßen des diebes ganz durch darauf gab er diesem einen stoß dass er mit seiner last umfiel auf diese weise wurde der dieb befreit eine minute später wäre er ein neger geworden 22 wenn einem sieben raben gerade entgegen kommen so bedeutet das großes unglück 23 wenn ein hase über den weg läuft so bedeutet das glück wenn ein wolf unglück 24 wenn man weiße mummeln ins haus bringt so stirbt alles vieh darin 25 das second site der schottländer ist auch fast durch ganz pommern zu hause in einigen gegenden an der ostsee besonders auf der ganzen insel rügen wird es durch den den etymologen noch immer rätselhaften ausdruck wafeln bezeichnet insbesondere ist der glaube dass man merkwürdige begebenheiten an der stelle wo sie sich zutragen werden mit leiblichen augen vorher wahrnehmen dass man sie wafeln sehen könne in rügen vorherrschend namentlich sieht man feuersprünste oder strandende schiffe vorher wafeln ferner wafeln auch die versunkenen städte zum beispiel arkona bei neblichem wetter und winnetha am ostermorgen ende von abschnitt 46 abschnitt 47 von die volkssagen von pommern und rügen von jodogus temme diese librivox aufnahme ist in der public domain schiffer gebräuche und meinungen erstens wenn ein neues schiff gebaut wird so muss man suchen etwas gestohlenes bauholz in dasselbe zu bekommen besonders zum kiele oder sonst zu einem hauptstück denn solche schiffe segeln vorzüglich des nachts schnell man kann es den schiffen bei nacht gleich ansehen ob gestohlenes holz zum bau verwendet ist zweitens bei dem bau eines neuen schiffes muss man auf den ersten hieb achten der in den kiel getan wird wird dabei ein feuerfunke sichtbar so ist das ein zeichen dass das schiff schon auf seiner ersten reise zugrunde oder sonst verloren gehen wird drittens beim einsetzen des großmastes in ein neues schiff muss man unter denselben ein stück geld legen das schiff wird dann viel geld verdienen besonders gut ist es wenn man eine alte nicht mehr geltende münze dazu nimmt ein russischer rubel tut auch sehr gute dienste viertens wie jedes oder nach dem glauben einiger doch manches schiff seinen kallvater oder klabater man hat der den schiffer warnt dem schiffsfolge hilft und das schiff bis zum letzten augenblicke beschützt ist schon unter den sagen erzählt fünftens ob zum bau eines schiffes windbrüchiges holz genommen ist besonders zum mast zum buchspiet oder zu den rahen kann man bald merken solches holz knackt nämlich wenn es stürmisches wetter werden will 6 wenn der besan oder großsegelbaum knarrt so bedeutet das dass entweder der wind still werden oder der auf die nächste windstille folgende wind aus osten kommen wird 7 wenn bei stillem wetter ein hund ohne veranlassung die nase hoch hält und schnuppert so kommt der nächste wind aus der gegend in welche die nase gerichtet ist 8 wenn bei stürmischem wetter die see überschlägt und einen hohlen dumpfen ton von sich gibt so ist das ein zeichen dass es bald gutes wetter werden wird 9 wenn man auf see ist so darf man ja keinen feuer brand auch nicht einmal eine glühende kohle über bord werfen denn sonst gibt es gewiss sturm 10 wenn der konträre wind gar nicht nachlassen will so muss man in die gegend aus welcher man den wind zu haben wünscht einen stumpfen besen jedoch ohne stiel über bord werfen man wird dann gewiss alsbald den gewünschten wind haben ohne große not muss man aber von diesem mittel keinen gebrauch machen denn man kann nicht wissen wie stark der wind wird und es kann leicht sturm entstehen auch schadet man dadurch oft vielen anderen schiffen daher entsteht manchmal großes schimpfen und streiten wenn zwei schiffe einander begegnen und das eine dem anderen welches mit gutem wind segelt einen solchen besen entgegenwirft 11 ein brand aus der schiffsküche soll übrigens nach meinung vieler dieselben dienste tun 12 wenn man konträren wind hat so darf man am bord ja nicht flicken oder nähen denn sonst wird der wind festgenäht und kann nicht herum bei gutem winde aber ist das nähen sehr ratsam denn dann wird er ebenfalls festgenäht und man behält ihn 13 durch pfeifen wird der wind gelockt und verstärkt man darf daher ja nicht an bord pfeifen wenn sturm ist denn sonst wird dieser dadurch immer stärker bei schwachem winde oder bei einer windstille aber ist es sehr gut wenn man in einem lockenden tone pfeift weil man aber doch nicht wissen kann ob der wind dadurch nicht gar zu stark werden möchte muss man zwischen dem pfeifen dem winde einige schmeichelworte zusprechen zum beispiel 14 ältere schiffer brauchen gar nicht einmal zu pfeifen um den wind zu locken sie sind mit ihm schon bekannter und brauchen sich nur ans steuer zu stellen und einige male zu rufen cool up olfana cool up cool up kühl auf frische auf alter vater binnen einer viertelstunde kommt dann gewiss der gewünschte wind sie dürfen aber nur halblaut und in schmeichelndem vertraulichem tone rufen denn sonst möchte er doch etwas zu gewaltig kommen 15 wenn der wind gut ist so muss man ja nicht von ihm reden das kann er nicht vertragen und er schlägt gleich um auch darf man ja keine besorgnis äußern dass er bald umschlagen könne am allergefährlichsten ist es zu berechnen wie bald man am ziele sein werde denn man kann ganz gewiss sein dass man sich verrechnet und zweimal rechnen muss 16 wenn auf der see vögel an bord kommen so muss man sie ja nicht fangen oder nach innen haschen denn so wie man nach den vögeln greift wird man bald nach den segeln greifen müssen das heißt es wird sturm kommen 17 um guten wind zu bekommen hat man auch noch ein anderes mittel man muss nämlich einen besen ins feuer werfen und zwar mit dem stiel nach der gegend hin aus welcher der wind kommen soll 18 einen toten darf man nicht über 24 stunden an bord behalten sondern man muss ihn binnen dieser zeit ins see werfen sonst dauert die reise dreimal länger 19 um das schiff vor dem blitz zu sichern muss man ein altes und gefundenes hufeisen vor dem großen mast über dem verdeck annageln ein halbes tut dieselben dienste 20 wenn ein schiff beladen ist so muss man aufpassen wie es steht hat es dann steuerbordschlagseite so wird es eine gute und schnelle reise haben andernfalls aber eine lange 21 wenn ein matrose wissen will ob er lange auf dem schiff bleiben wird so muss er das auf folgende weise machen er muss nämlich nachdem er gemustert hat sein scheu sich rück links über den kopf werfen fällt nun die spitze nach der türe des gemaches so bleibt er nicht lange fällt sie aber nach inwendig so bleibt er lange am schiffe 22 manchmal hat man nachtlichter auf der see besonders sind die auf der spanischen see dem großen ozean wenn man denen begegnet so hat man bestimmt großen schaden denn wenn auch manche gelehrte leute sagen die flamme entsteht durch das zusammenschlagen des salzigen wassers so ist das doch nichts und man weiß vielmehr recht gut dass da wo solche lichter sind ein mann welcher der teufel selbst sein soll sich in einer teertonne auf der see herum treibt 23 in der gegend vom kap der guten hoffnung treibt sich ein nachtkreuzer in der see herum er kreuzt an alle schiffe heran und man sieht aus allen seinen kanonen luken feuer brennen er kommt so nahe dass man seine segel hören kann aber im wasser rauschen hört man ihn nicht man muss sich vor ihm in acht nehmen dass man nichts von ihm annimmt auch nicht einmal einen brief zur bestellung denn dieser nachtkreuzer soll sich einmal vor schon sehr langer zeit in großer not dem teufel übergeben haben wenn er eine glückliche reise machen werde nachher ist ihm das leid geworden und er hat dem teufel den kontrakt aufgekündigt nun kann er niemals zu hause kommen ende von abschnitt 47 abschnitt 48 von die volkssagen von pommern und rügen von judokus temme diese librivox aufnahme ist in der public domain fischermeinungen erstens von der see jungfer die am haff und besonders am pappenwasser den fischern bei ihrer arbeit zusieht und ihnen glück bringt ist schon in den sagen erzählt zweitens in der nacht vor ostern vor pfingsten und vor himmelfahrt muss man von des abends bis zum morgen die ganze nacht durch arbeiten denn niemals ist der fischfang gesegneter auffallend ist es dass die fischer in diesen nächten wirklich ungewöhnlich viel fangen drittens der fischer darf nie sagen wie viel er gefangen hat sonst hat er kein glück mehr soll er ja eine antwort geben so muss er immer weniger sagen ungefähr nur die hälfte von seinem wirklichen fange ende von abschnitt 48 abschnitt 49 von die volkssagen von pommern und rügen von judokus temme diese librivox aufnahme ist in der public domain das tonnen abschlagen auf dem dars auf dem dars hat man noch heutzutage ein altes volksfest das aus der heidnischen wendenzeit herrührt und dessen frühere religiöse bedeutung man jetzt nicht mehr kennt es wird alljährlich zu einer gewissen zeit gefeiert auf einem anger in der nähe des dorfes werden als dann zwei pfähle aufgerichtet in deren mitte wird eine pech oder teertonne welche mit birkenzweigen umwunden ist aufgehangen gerade so hoch dass ein reiter darunter herjagen kann das fest zu welchem das ganze dorf zusammenkommt beginnt damit dass die unverheirateten burschen des dorfes in der versammlung langsam im parade schritt umher reiten voran gehen einige musikanten dann reitet zuerst der vorjährige tonnenkönig die andere reiten wie das los die reihenfolge bestimmt hat reiter und pferde sind mit bändern federn knittergold blumen etc bunt geschmückt wenn sie so einige male herumgezogen sind begeben sie sich an das ende der abgesteckten rennbahn und von hier aus jagt jeder von ihnen einzeln einer nach dem andern in derselben reihe in der sie vorhin geritten waren in vollem kalopp unter der tonne weg und schlägt mit einem knittel an dieselbe dies dauert da sie mehrere pausen machen oft mehrere stunden bis ein stück der tonne nach dem anderen heruntergefallen ist und zuletzt nur noch ihr oberer boden hängen bleibt durch welchen der strick geht mit dem sie aufgehangen ist wer das letzte stück von der tonne abschlägt der ist tonnenkönig dieser muss nun geschwinde machen dass er fortkommt denn wenn er nicht zuerst im kruge ankommt sondern einer von den übrigen tonnenreitern ihn vorher einholt und einfängt so muss er die ganze gesellschaft frei halten er jagt daher im vollsten galopp hin sobald er den glücklichen schlag getan hat und es ist lustig anzusehen wie alle seine kameraden hinter ihm herjagen und jeder ihn zu erreichen sucht und wie alles volk schreiend und lärmend hinter drein rennt im kruge kommen darauf alle wieder zusammen er ist von außen und von innen mit birkenzweigen und schiffsflaggen geschmückt und es wird darin nachdem der könig sich eine königin gewählt hat gezächt und getanzt bis zum zweiten morgen gewöhnlich wird dieses fest um die johanniszeit gehalten mehrere benachbarte dörfer feiern es nacheinander indem sie sich gegenseitig dabei besuchen ähnliche tonnenfeste jedoch mit einigen abweichungen werden im lüneburgischen und auf der dänischen insel amak gefeiert